Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Diese Folge wurde am 17.12.2021 aufgenommen. Sie ist gerade mal 33 Jahre alt und moderiert schon das bekannteste deutsche Nachrichtenmagazin, die Tagesthemen. Und über ihre eigene Identität hat sie mal gesagt, ich habe drei. Die libanesische, die ostdeutsche und die Einheitsidentität. Wir stellen uns ja immer nicht so vor, wie es während 30 Jahren, wenn plötzlich die Grünen und die FDP die Volksparteien wären. Also es könnte sich ja jetzt auch komplett drehen. Wenn ich im Libanon war und dieser Krieg zwischen Israel und der Hezbollah ausbrach und wir da eben auch im Land waren und dann flüchten mussten. Wir saßen dann da auch noch so am Strand und ich weiß noch, dass meine Oma dann anrief, irgendwann so, meinte ich bei euch jetzt doch irgendwie Krieg und was ist doch da los? Und wir so, hä? Die deutsche Botschaft hat nichts gemacht. Es war wirklich, also es war ein Talschaos. Wir stehen auf dem, ich glaube sogar hinter Rumänien, wenn es um Digitalisierung geht. Das glaube ich sofort. Im Westen hatten sich nur die Postleitzahlen verändert und im Osten hat sich alles verändert. Also dass du Migrationshintergrund hast, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich so, ich selber auch nicht. Dann habe ich echt schon mal ein paar Mal wirklich Männer zum Weinen gebracht. Wirklich? Nein. Man muss dazu sagen, dass die Politiker, das muss ich noch nicht mal gendern, weil es sind wirklich nur Politiker. Boah, das ist jetzt in kurzen Sätzen natürlich schwer zu... Wir haben Zeit. Herzlich willkommen zu Allesgesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet, nun sei alles gesagt. Heute zu Gast ist die Journalistin, Reporterin und Tagesthemen-Moderatorin Aline Abbott. Herzlich willkommen. Hallo. Und gerade kommt auch der Tee rein. Perfektes Teilen. Was für ein Service. Danke, liebe Maria. Maria ist auch da. Unsere Produzentin, die Star-Wars-Tassen sind da, wie in jeder Sendung. Sehr gut vorbereitet. Mir gegenüber sitzt Christoph Ahmend, Editorial Director des Zeitmagazins und Podcaster. Der macht nämlich nicht nur diesen Podcast. Der Christoph macht noch viel mehr Podcasts. Nein. Wie heißt der nochmal? Und was machst du am Wochenende? Wo kann man den abonnieren? Was machst du am Wochenende? Wo kann man den abonnieren? Überall. Bei Apple Music, Spotify. Wer ist da so zu Gast eigentlich in eurem Wochenend-Podcast? Iris Berben war jetzt gerade zu Gast. Sehr schöne Folge geworden. Anke Engelke. Und wir haben jetzt gerade unsere Weihnachtsfolge aufgenommen mit Chili González, der am Klavier, wir sind im Tonstudio, am Klavier sitzt und Weihnachtslieder für uns spielt. Oh, der will ich gerne mal. Das ist aber ganz bezaubernd. Ich habe Christoph Niemann, habe ich dir aber schon gesagt, fand ich ja am besten. Der berühmte Illustrator, Zeichner des New Yorker. Hanna Schramend, Caroline Kula, Freitag und Vincent Mank haben eigentlich unseren Job gemacht und diesen Podcast vorbereitet. Wir bedanken uns herzlich. Produktion Poolartist haben wir auch schon gesagt. Und stopp, stopp, stopp. Die Stimme, die Sie gerade hören, ist die Stimme von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online und Gastgeber von Allesgesagt. Und gerade zu einem der besten Chefredakteure der Welt gekürt worden vom Medium Magazin. Herzlichen Glückwunsch. Des Universums. Ja, mindestens. Zurecht. Alina Muth ist auch gekürt worden. Ja, völlig richtig. Als eine der führenden Politikjournalistinnen. Sechster Platz, yeah. Nein, große Ehre. Also ich wusste davon nichts. Ich habe das gestern zugespielt bekommen und war dann sehr glücklich. Ja, fantastisch. Einmal im Jahr werden die Journalisten des Jahres genannt. Es gibt eine Internet, nein, Entschuldigung, eine E-Mail-Adresse, an die man schreiben kann, wenn man uns Gästinnen und Gäste vorschlagen. Raten Sie, wie diese E-Mail-Adresse heißen könnte. Allesgesagt, Zeit.de. Dorthin kann man auch tausend Dank, ich habe ungefähr eine Million Mails mit neuen A-B-Fragen bekommen, dazu später. Wenn man, wer überhaupt weiß, wovon ich rede, A-B-Fragen an uns schicken möchte, damit wir endlich mal diese angegammelten Fragen, die wir seit fast vier Jahren verbinden, loswerden. Bitte auch eine Mail an allesgesagt.de. Es gibt eine Internetadresse, wo man unseren Newsletter abonnieren kann. Mit Behind-the-Scenes-Informationen bei www.zeit.de. Slash allesgesagt. Ganz wichtig sind die Behind-the-Scenes-Informationen, was wir da alles verraten. Geheime Dinge. Hui, hui, hui. Zum Beispiel habe ich gerade ein Foto gemacht, wie Christoph der Mikroarm runtergefallen ist. Wir haben neue Mikros. Ich werde es in den Newsletter stellen. Ja, und wir haben unserer Gästin gerade nur gezeigt, dass man mit diesem Mikrofon alles machen kann. Man kann sich nach vorne bieten. Sie fallen auch auf den Blut. Und das richtig mitnehmen. Dann habe ich mir so richtig einen auf die Hand gehauen. Und bevor es losgeht, ist es meine Ehre, Aline Abut zu fragen, mit welchem Schlusswort sie diesen Podcast beenden will. Für alle, die noch nie diesen Podcast gehört haben, er endet genau dann, wenn dieses Wort, das nur einmal, nämlich jetzt gleich, ausgesprochen werden darf, nochmal ausgesprochen wird. Ja. Und wir raten immer nicht, das Wort nicht und oder so zu nehmen. Vielleicht auch nicht Tagesthemen in diesem Fall. Ingo, nein. Ingo. Also mit Namen von Fernsehmoderatoren. Alter, wir hatten schon Giovanni, weißt du noch, als wir Giovanni hatten? Ja, bei Uni Wickert. Ah, okay, nee. Keine Sorge, keine Sorge. Ich habe, als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich gerade eine, also habe ich die Mail gelesen und habe gerade eine sehr lustige Kochsendung gesehen. Und da hatte gerade jemand ein Nudelholz in der Hand und hat Nudelholz gesagt. Da habe ich gesagt, Nudelholz. Finde ich gut. Das ist cool. Weil. Kannst du unseren Podcast eigentlich? Ja. Wirklich? Natürlich. Das ist toll. Manchmal kennen Leute. Jochen, du unterschätzt das manchmal. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht alles bisher gehört. Nicht alles. Entschuldigung. Diese 48.000 Stunden. Weil jemand von uns gehört hat. Aber ich bin eine begeisterte Podcasterin generell. Also von daher, weil ich. Machst du ja auch einen Podcast selbst. Ja. Aber es ist verrückt. Also das ist unter und unter. Nudelholz. Nudelholz. Also nie wieder. Nudelholz. Danke. Ich war vor kurzem, apropos Essen, ich war eben im Longman, diesem kleinen taiwanesischen Imbiss. Lohman? 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 Was ist das? Es gibt die Longmarchkantine oder das Lohman Nudelhaus. Das Lohman Nudelhaus. Wahrscheinlich heißt alles Lohman mittlerweile. Ich habe ein lexikalisches Wissen über Berliner Restaurants. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Und Vorsicht, nicht die Kanne. Nicht den Deckel anfassen. Wir wollen nicht, dass deine Hände verbrennen. Moment, ich muss mich sortieren. Die Thea-Dorn-Situation. Das ist meine Tassen. Das ist der Bauchbereich von Harrison Ford. Kann ich bitte die Füße haben? Du bekommst die Füße. Deswegen Star Wars. Ja, und da war ich am Sonntagabend essen und ich merkte nur plötzlich das am Nachbartisch. Und da saßen zwei Männer, die schwiegen irgendwann. Und irgendwann sagte einer, sagen sie, sind Sie einer von diesen Alles-Gesagt-Leuten? Hä? Wo? Jetzt habe ich nicht aufgeklärt. Im Lohman Nudelhaus? Im Lohman Nudelhaus. Die saßen nebenan. Liebe Grüße. Du wirst ständig erkannt. Ja, du auch. Ich hatte gestern, als ich den Test gemacht habe, wurde ich gefragt, ob ich denn Journalistin… Sind Sie bei Alles-Gesagt? Ja, nee. Sind Sie morgen bei Alles-Gesagt? Sind Sie morgen schon da? Wir haben gehört, Sie sind morgen da. Nein, die hat mich tatsächlich, das war eine junge Frau, weiß nicht, irgendwas Mitte 20 sicherlich, hat gefragt, sind Sie Journalistin? Ich dachte, die kommen mit Tagesthemen oder sowas. Nee, ich habe sie an ihrer Stimme erkannt, sie sind doch bei die da oben, ne? Ach nee. Ja, weil viele wissen, viele, die uns bei die da oben gucken, wissen nicht, dass ich bei den Tagesthemen bin und andersrum. Das ist natürlich immer das nett. Aber das ist sehr interessant. An den Stimmen, oder? Dass man an den Stimmen erkannt hat. Und dann starrt sie mir natürlich mit ihrem Ding da in die Nase und den Rachen, also nur mal so, by the way, so unangenehme Situationen, wenn man erkannt wird. Aber es war nett. Dann darf man ja nicht weinen oder so. Och, ich bin da… Nee, das… Wirst du oft auf deine Stimme angesprochen? Auf meine Stimme, ja. Aber nicht jetzt grundsätzlich anerkannt. Wie wird man da angesprochen? Also, was sagen die Leute so? Na, jetzt nicht auf der Straße so, hey, geile Stimme. Hallo. Mehr so allgemein. Die Leute, die mich kennen, haben immer gesagt, Aline, erstens, du musst irgendwas mit Podcast machen. Deswegen habe ich dann irgendwann mal einfach so angefangen, weil ich dachte, na gut, okay. Und ich mache ab und an mal so Sprechersachen und ja, Moderation eben auch, weil viele gesagt haben, ja, du musst damit irgendwas machen. Mit deiner Stimme. Aber ja, also das war aber eher die Sache dann Richtung Podcast und so. Und das waren auch meistens Leute, die mich kennen. Und auch bei, ich weiß jetzt, letztens hatte ich mit Judith Rakers und Susanne Daubner wieder Sendungen. Und Susanne, die freut sich auch jedes Mal. Die sagen, ach, du hast so eine tolle Stimme. Ich so, du hast auch eine ganz tolle Stimme. Ich wollte gerade sagen, und das von Susanne Daubner, die wir gesagt bekommen, ist ja die größte Ehre. Susanne Daubner. Susanne Daubner. Ja, unglaubliche Stimme. Bist du, möchtest du einen Kaffee haben? Du hast auch eine tolle Stimme. Aber ich habe wirklich, weil ich ja immer in der Schule oder generell immer die kleinste, schmalste, ich hatte immer früher noch eine Brille. Bauch. So typisch, am besten und dann noch Zahnspange. Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, das war dann der Vorteil, wenn du so eine tiefe Stimme hast oder eine kräftige, zum Beispiel auf Rolltreppen, wenn dann die Leute vor dir stehen und sich umgucken und denken, ach, das ist ein kleines Ding. So, wisst du? Und dann habe ich immer so, Entschuldigung. Und dann, huch, ja, das ist schon, also, was ich damit sagen will, die Stimme ist ein Pfund. Also, ich finde, und ich finde gerade Frauen, da kriege ich manchmal richtige Gänsehaut oder, wenn sie eine tolle Stimme haben, aber auch, denke auch manchmal, Mensch, Frau, Mädchen, du sprichst in der falschen Tonlage, du bist zu hoch oder du bist zu quechig oder so. Also, viele wissen gar nicht, wo ihre Stimmlage ist, ihre natürliche. Und das finde ich, da würde ich manchmal am liebsten so Coachings geben oder so, weil es so schade ist und sich ganz viele dadurch so viel verspielen. Aber das, ja. Aber es ist wirklich interessant, ich habe gestern, wir kommen wie immer von einer Klammer zur nächsten, aber ich habe gestern die neue Staffel von Sex in the City geschaut und die haben eben auch so ganz hohe, geradezu quäkige Mädchenstimmen, es sind aber Frauen, die alle Mitte 50 sind. und da dachte ich auch, ja, es wäre eigentlich besser, wie schön wäre es, wenn die mit ihren echten, in der echten Stimmlage sprechen würden. Aber war das jetzt synchronisiert oder war das… Ne, das waren die Originale. Also die, so auf Englisch. Ja gut, aber ich meine, manche haben so eine… Ja, aber es ist bei Frauen, das finde ich, ich würde auch sagen, man hat oft das Gefühl, es kann nicht sein, dass alle diese… Ich kenne auch Männer, die haben ganz furchtbare Stimme, die entweder zu tief oder zu… Also du kannst mit der Stimme, ich finde das einfach faszinierend, also durch meinen Job habe ich das einfach gemerkt und gelernt, wie viel du mit der Stimme einfach ausmachen kannst. Und du kannst noch so klein, schmächtig, sonst was sein, wenn du eine kräftige Stimme hast und die gut ausgebildet ist. Ich habe auch klassische Gesangsausbildung gehabt, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt das alles gemacht hat, aber ich war im Unichor und so, aber sowas kann ich nur empfehlen. Also ich finde das super, einfach auch um so… Aber es ist nicht auch ein kulturelles Ding, also das… Also ich bin jetzt wieder Japan-Gehirn gewaschen, es gibt Länder, wo halt Frauen eine bestimmte Stimmlage auch zu haben haben, hat man so den Eindruck im Alltag, das ist sehr ungewöhnlich da. Und dann merkt man erstmal, wie groß eigentlich der Range wäre, in dem man auch selber reden könnte. Ich finde, das ist Sozialisierung, also auch hier in Deutschland, wenn die Mädchen sehr als… also sehr mädchenhaft erzogen werden, das klingt jetzt blöd, aber… Und dann immer so, ja, du musst dann immer so ein bisschen nett sein und deswegen gehen die dann hoch und wenn du das halt so in dein Erwachsenenalter mit weiterführst, ich finde das schon problematisch. Also, ja, aber jetzt… oh Gott, jetzt… Nee, aber es ist total… Ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil es nicht besprochen wird. Ja. Man redet darüber nicht, weil angeblich hat man die eine Stimme. Sozialgewünschte Stimme. Aber es ist eben nicht wahr. Viele wissen ja auch gar nicht, wie sie sich anhören, weil du hörst dich ja auch selber mal ganz anders. Stimmt. Ja, deswegen hören wir auch unseren Podcast nicht, weil wir uns eigentlich nicht… Ich kann mich auch nicht im Fernsehen sehen. Ah, nee? Nee, bis heute nicht. Echt jetzt? Gar nicht? Naja, doch. Gibt es da nicht so eine Kritik in der… Ja, wir spulen nochmal zu Minute 1,15. Was hast du denn da gemacht? Genau, da haben sie sich versprochen. Solche Mails kriege ich auch. Nein, also ich finde das… Also früher, lustigerweise fand ich, als Kind fand ich meine Stimme ganz furchtbar. Also ich hatte auch so eine Art Stimmbruch so in gewisser Zeit und da fand ich die ganz furchtbar. Aber ja, ich finde es einfach… Ich weiß nicht, ich sehe mich ja nicht so als… Boah, da bin ich jetzt und schau mal, ich sehe ja total toll aus. Und toll angezogen, sondern es ist so… Für mich ist das so ein Job und Teamwork und ja, und ich fühle mich dann immer zu sehr in den Mittelpunkt gebracht, selbst wenn ich mich nur alleine selbst angucke. Das klingt jetzt wahrscheinlich total bekloppt, aber es ist so ein bisschen so, ich gucke mich jetzt selbst an. Also schön, Christoph stellt dich ja gleich noch ausführlich vor. Ja, in die Teil. Ich muss noch eine Frage stellen. Ja, bitte. Und zwar, du machst es ja noch nicht so lange, ne? Also dieses große Kino und… Aka Tagesthemen. Genau, ich habe neulich mal irgendwie 40 Folgen davon durchgeguckt, wie du das machst, wie die anderen das machen. Und zwar finde ich am spannendsten den ersten Moment, wenn diese Kamera, das ist ja jetzt so Raumschiff-Enterprise-artig, Star Trek-mäßig das Studio, die fliegt dann so rein und alle machen ja irgendwas anderes. Und du ordnest, glaube ich, immer deine Karten da, oder? Ja, kann sein. Doch, immer so, du bist immer auf dieselbe Weise und guckst dann irgendwie so in die, also hebst dann so den Blick und andere, es gibt eine Frau, eine Kollegin von dir, die faltet immer diese Zettel und so und jeder hat da so ein Ritual. Was läuft da eigentlich? Und ich dachte dann, ist das bewusst oder macht man irgendwas? Trainiert man das jahrelang? Wie man jetzt mit diesen Karten das macht, oder? Also, ja, ich mache es ja noch nicht jahrelang, deswegen ist das so eher intuitiv. Also ich mache, also prinzipiell, das fragen mich ja auch viele, ja, wie viel übst du da jetzt ein und so und so weiter. Also ehrlich gesagt ist das so ein stetiges Weiterentwickeln, weil ich da auch so reingeplumpst bin und einfach jetzt so jedes Mal immer gucke, was mache ich mal ein bisschen anders, was mache ich noch, aber jetzt am Anfang, ja gut, ich muss gestehen, ich wusste jetzt auch nicht so richtig, wie starte ich jetzt ein bisschen, ich fange jetzt einfach immer erst mal an, so guck nochmal auf meine Karten, wie geht es eigentlich los? Also wir machen natürlich davor immer eine Probe, ganz klar, aber es ist auch meistens so, dass dann der Tagesschau-Sprecher oder Sprecherin ja vor mir steht, also die sieht man ja dann meistens, oder vielleicht noch Sportmoderator, Moderatorin und dann quatscht man da halt auch vorher, macht dann irgendeinen Trödel oder irgendeine Witze und dann muss man sich erst mal wieder so, Moment, ich wollte doch irgendwas sagen, was Corona immer sagen. Und dann wünscht man sich noch gute Sendungen und dann macht man so und dann, ja und dieses Ranfahren, das ist echt noch so intuitiv, da gucke ich einfach so, ja, wann kommt mein Name und dann gucke ich nach oben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mir was choreografiert habe. Viel brutaler mit Ansagen und ganz vielen, was man machen und nicht machen darf, verbunden. Also Christoph ist öfter im Fernsehen als ich, aber ich bin gelegentlich im Fernsehen und das ist, ich finde es immer fürchterlich, ja, so ein Presseclub, dann jetzt, vergessen Sie nicht, wir üben das jetzt einmal. In die Kamera 3. Schauen Sie in Kamera 3 und dann schauen Sie zum Moderator. Und nicken freundlich. Und nicken freundlich und lächeln. So, nochmal, Legner. Und, äh, ich finde es fürchterlich. Ja. Also das ist toll am Podcast, niemand sieht, dass ich nur Shorts trage. Aber ist nicht das Verrückte, ich meine, das wäre auch ein Thema, also eine Frage an dich noch später, was die Leute dann, auf was die Leute wirklich achten. Also man denkt ja, man hat jetzt hier in den Tagesthemen die seriöseste Nachrichtensendung des Tages, neben dem Heute-Journal, ja. Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer, wäre meine Frage, die Post, die du bekommst, nehmen wahrscheinlich Bezug auf Haarfarbe. Kleidung. Kleidung. Ja, natürlich. Also beim ZDF war es hauptsächlich Kleidung tatsächlich, äh, oder, also das weiß ich aber auch von vielen anderen KollegInnen, äh, die dasselbe Probleme haben. Bei Männern ist es häufig der, der Schlips, äh, ich weiß, bei Sie was, also Christian, der hat sich da auch immer einen Spaß draus gemacht, äh, weil er irgendwie so eine Kollektion an sonst was, äh, verschiedensten farbigen Teilen hat und auch die geschenkt bekommt oder geschickt bekommt. Also es ist viel Kleidung, viel Oberflächliches, ähm, aber auch, weil eben auch mehr Aufmerksamkeit auf dieser Sendung liegt, das merkt man schon, dass da eben natürlich, ja, sie haben mich nicht viel erbersprochen oder das falsch betont oder das kommt auch mal, also aber es ist jetzt nicht so oft, also es ist, also durchweg eigentlich schon positiv, einfach nur, dass sich die Leute grundsätzlich freuen, dass man da ist und, äh, das, das freut mich natürlich auch, also das war schon gerade diesen Sommer, als das eben draus kam, heftig. Also die sind schon nett eigentlich, die Leute, weil das Klischee ist ja, alle beschweren sich über Nebensächtigkeiten, niemand nimmt die eigentliche Arbeit wahr, aber es ist ja erfreulich, wenn es nicht so ist. Ja, also meistens werde ich ja immer als Tagesschau-Sprecherin, äh, angeredet, ähm, bis man dann, also das, ich glaube, das wird wahrscheinlich bis zum Ende so weiterlaufen, dass wir immer vermischt werden, ähm, das war auch schon beim ZDF so, dass wir dann, wir, wir sozusagen, wir sind ja nur Sprecherinnen, Sprecher, aber nein, also die Tagesschau ist wirklich die einzige Sendung, würde ich jetzt mal behaupten, also ich kenne keine andere, wo es wirklich nur Sprecher, Sprecherinnen gibt. Alles andere sind Menschen, die, weiß ich nicht, also Journalisten, Journalisten, die zumindest auch selbst schreiben, also, so. Also die Moderationen schreiben. Genau, Moderationen schreiben, Interviews vorbereiten, mit Team natürlich, aber das ist schon ein enormer Unterschied, also einfach auch in der Arbeit, im Stress und, äh, in der Expertise, also nicht, dass die anderen das jetzt nicht könnten oder können, aber es ist jetzt rein von der Aufgabenteilung, es ist einfach grundsätzlich anders. Die Tagesschau ist da, glaube ich, auch wirklich so eine Art Einhorn, oder? Also das gibt's eigentlich sonst gar nicht, äh, alle Nachrichtensendungen werden moderiert von. Lass mich immer alle BBC-Sendungen im Kopf durchgehen, doch, da gibt's, glaube ich, Es geht aber schnell bei dir im Kopf. Ja, ich weiß nicht, wenn du mal gesündigst. Jochen ist schnell. Jochen ist schnell, ich schwör dir, es gibt irgendwo noch sowas, wo Sprecher Sachen vorliegen. Ja, sicher. In Nordkorea. Ja. Nein, komm. Doch, habt ihr die mal gesehen? Agentur. Habt ihr die mal gesehen? Ja, naja, manchmal sieht man die ja. Die hatten wir immer, äh, manchmal irgendwo eingeblendet, wenn's um Nordkorea ist, das ist so lustig, die ist ja echt so eine richtige, so eine kräftige Frau. Aber wir haben jetzt nicht die Tagesschau mit Nordkorea. Nein. Weil das wäre eine tolle Agentur, die würde sicher laufen. Nein. Aber das würden wir niemals tun. Ich würde übrigens, Entschuldigung, bevor jetzt Christoph die Vorstellung macht. Jederzeit. Weil, ähm, also es gibt ein kleines, feines, sehr intelligentes Team, was uns hilft, überhaupt diese irren Recherchen vorzubereiten, weil wir reden ja zum Teil ein oder zwei Tage hier und müssen natürlich entsprechendes Material haben. und Hannah, äh, ausnahmsweise, weil die ist so ein bisschen woker als ich noch, ne? Sie ist sehr, ich würde sagen, auch feministisch noch tiefer drin als ich, hat mir folgende Frage aufgeschrieben. Soll ich das sagen? Wir haben noch einen Gast, äh, hast du auch den Gast gehört gerade? Ja. Kann man den kurz vorstellen? Warum hast du gerade geflüstert? Ja. Weil ich dachte, ich mache ihr Geschirr vielleicht ab, falls das stört. Welches Geschirr? Jetzt müssen wir den Gast noch vorstellen. Es gibt einen extra, es gibt einen extra Gast heute. Ja. Wer stellt den vor? Ich habe den Namen vergessen. Das, äh. Achso, es gibt einen Hund. Es gibt einen Hund. Das ist mein Hund und hat auch Migrationshintergrund. Kommt aus Rumänien. Und die habe ich, es ist kein Corona-Hund. Ich habe sie schon acht Jahre. Aber der ist sehr putzig. Ja, sie ist sehr, sie ist ein Kuschelmonster. Wieso, wieso verraten wir nicht, wie sie ist? Nee, das ist alles hier diskret. Ah ja. Das sagen wir nicht. Ja. Und die schüttelt und rüttelt sich hier und fühlt sich wohl, weil Teppiche, weil es hier Teppiche gibt. Der Teppich ist auch gut, das ist so ein rauer Teppich, da kann man sich so stuppern. Das ist so ein Katzenteppich auch, ne? So, wo die sich so. Maria lächelt, also alles gut. Okay. Schaut mich auch sehr aufmerksam an. Ja, ja. Und das Geschirr abnehmen macht man, damit es dem Hund besser geht, oder? Nee, nee, das war jetzt nur wegen des Geräuschs. Ach so, weil es so geklappert hat. Ja, ja. Wir haben sie ja jetzt eingeführt. Ja, genau, eben. Das war ja wichtig, ne? Ja. Deswegen, es kann immer mal wieder... Es geht gleich Essen. ...rütteln und rütteln. Darf man sie füttern? So, nee. Nee, nee. Das gibt Ärger, oder? Ja, da kriegt sie Durchfall. Oh nein, das wollen wir auch keine. Ich habe aber was mit. Okay, also wenn wir, nur mal angenommen, es gäbe Essen. Also wenn es runterfällt, dann kann ich natürlich für nichts... Hopp. Hast du immer schon Tiere auch zu Hause gehabt? Ja, also ich habe seit 98 drei Schildkröten, Landschildkröten, weil meine Mutter hat eine schwere Tierhaarallergie. Außer, komischerweise bei Hunden kommt sie klar, weil sie ist ja, kommt ja da regelmäßig hin. Aber Katzenhaar ist ganz schlimm. Und deswegen hatte ich dann nie irgendwie typischerweise Kaninchen, Hamster und Co. und fand dann aber auch Reptilien einfach total stark und habe dann damals Schildkröten bekommen. Und so richtig so beim Biologen, der die gezüchtet hat und dann, weiß ich, kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, wo der dann so ein riesen Terrarium hatte und dann waren da gefühlt, ich weiß nicht, tausende kleine Mini-Landschildkröten drin. Mega süß und putzig und ja, und die sind jetzt schon ein bisschen älter. Und die sind aber bei dir noch oder bei deiner Mutter? Also meistens bei meinen Eltern, jetzt sind sie gerade im Winterschlaf. Im Garten. Ja, die leben noch. Ja, die leben noch, natürlich. Die Schildkröten leben noch ewig. Die Schildkröten werden noch hundert. Ich muss dazu sagen, die zwei Kleinen, also die heißen Otto und Sputnik, das kann ich ja sagen, sind beides Weibchen, das wusste ich aber oder wussten wir damals noch nicht, weil die erst ab fünf Jahren geschlechtsreif werden. Man lernt ja hier auch so ein bisschen was zu Schildkröten. Und deswegen weiß man das vorher nicht, ob sie Weibchen oder Männchen sind, deswegen heißen sie so Otto und Sputnik. Und der Dicke, den Dicken, den haben wir damals, als wir hier noch in Pankow gewohnt haben, wo ich ja herkomme, hatten wir im Haus einen sehr alten Mann, der 103 Jahre alt war und die Schildkröte auch bei sich zu Hause hatte und die war, ich weiß nicht, die hat er in den 30ern aus Jugoslawien irgendwann mitgenommen, einfach so. Und das war Otto? Nee, das war der Dicke, das ist die Dritte. Die Dritte. Die heißt der Dicke. Genau, der Dicke, den haben wir so genannt und den haben wir dann 2001 sozusagen vererbt bekommen. Und seitdem wir den Dicken haben, wissen wir auch, dass die beiden anderen Weibchen sind, weil dann, seitdem ging es rund. Also, wenn die immer Schildkröten, also Landschildkröten, kleine. Und wie alt ist der Dicke nebenbei? Der muss jetzt so um die 80 sein. Also, wenn, ja, so in dem Dreh. Mindestens, ne? Ja, weil der ist in den 30ern, hat er den mitgegeben. Und wie alt werden so dicke Schildkröten? Die werden ja eh nicht. Ja, über 100. Wirklich? Ja, ja, Schildkröten. Das ist ein total tolles Haustier für Kinder. Man kann die auch nicht, also wenn man die dann nicht füttert oder so, dann sterben die auch nicht, oder? Na doch, zu Hause schon. Da füttern muss man sich schon lochen. Also, ich stelle mir vor, du musst 100 Jahre gehen. Schatz, ich züchte Bonsais. Wenn du drei Tage vergisst, diesen Bonsai zu gießen, dann sind die platt. Und deswegen wundere ich mich, dass so eine Schildkröte echt so lange, also man vergisst und man fährt ja mal in den Urlaub. Ja gut, also im Winter, die sind eigentlich sehr pflegeleicht, weil im Winter hast du sie ja ein halbes Jahr erstmal einfach nicht. Und dann musst du dich theoretisch erstmal nicht drum kümmern. Man muss natürlich immer mal schauen, wir fahren dann immer mal in den Garten und dann guckt man halt rein. Aber die brauchen so eine konstante Temperatur, vier Grad, das ist am besten. Es gibt Leute, die packen die in den Kühlschrank. Was? Weil da ist ja konstant, weiß ich nicht. Zum Überwinden dann? Oder so ein extra Kühlschrank. Ins Gemüsefahrt? Ja, oder so ein extra Kühlschrank. Don't try this at home. Erstmal googeln, ob das, wirklich? Ja, weil du brauchst ja diese konstante Temperatur. Das ist ja perfekt. Dann hast du so einen Kühlschrank, dann weißt du, okay, guck ich hier mal mal rein. Leben sie noch? Oder es läuft, ich weiß nicht, sind sie noch da? Läuft sie auf dem Kühlschrank? Sind sie noch da? Ist der Käse angeknabbert oder nicht? Genau. Und bei wie viel Grad lagert man überwinternd? Also, super Tiere vor allen Dingen, die sind so handsam, also weil ich sie ja nun mal, also von klein auf habe. Und Otto zum Beispiel liebt es, gestreichelt zu werden und sich in der Sonne zu suhlen. Also es sind einfach so tolle Tiere. Und die sind so meditativ auch. Das ist eigentlich so viel. Aber wenn sie Hunger haben und wenn sie sehr viel Lust haben, so wie der Dicke damals, als er zu uns gekommen ist und 24 Stunden sehr viel Testosteron entwickelt hat und gebildet hat, dann können sie auch sehr, sehr schnell werden. Really? Ja. Warum Otto und warum Sputnik? Also Otto, weil mir damals der Biologen gesagt hat, dass Schildkröten wohl auf tiefe Töne reagieren und sie dann wohl wie ein Hund zu einem kommen könnten, hat natürlich nicht funktioniert. Aber deswegen Otto, jetzt nennen wir sie auch manchmal Ottilie, weil es ja Weibchen. Otto, genau. Echuh. Und Sputnik, Sputnik, ich weiß gar nicht mehr. Ich fand Sputnik, irgendwas war damals mit Sputnik, keine Ahnung. Das fand ich, ich fand das so cool. Ist ja ein DDR-Wort. Ja, 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 aber ob das jetzt sammelt. Ja. Ich war vielleicht schon einfach so schlau, ich habe schon gewusst, dass der Corona-Impfstoff Sputnik, keine Ahnung, was weiß ich nicht, Quatsch. Ich fand es cool. Christoph, wer ist eigentlich die Frau, mit der wir die ganze Zeit sprechen? Sie ist gerade mal 33 Jahre alt und moderiert schon das bekannteste deutsche Nachrichtenmagazin, die Tagesthemen. Geboren 1988 in Ost-Berlin. Sie ist die erste Tagesthemen-Moderatorin, die gerade noch so in der DDR aufgewachsen ist. Und über ihre eigene Identität hat sie mal gesagt, ich habe drei. Die libanesische, die ostdeutsche und die Einheitsidentität. Ihr Vater, ein libanesischer Fotograf, ist 19... Das habe ich nämlich auch gelesen. Was heißt denn Einheitsidentität eigentlich? Naja, dass man sozusagen in der Einheit ja groß geworden ist und sozialisiert. Also, wenn du 1988 geboren bist. Genau. Also, weil das... Man ist ja... Man hat ja die Sozialisierung, sag ich mal, libanesisch-Sozialisierung aus Ostdeutsch. Also, ich würde ja nie sagen, ich bin jetzt irgendwie DDR-Kind oder so, sondern ich bin ostsozialisiert durch die Familie. Und dann ist man aber in der Einheit groß geworden. Und das macht ja auch nochmal was mit einem, finde ich. Also, gegen mir so. Und geht auch viel in meiner Generation so, finde ich. Macht das Sinn? Nee, da müsste ich ja auch eine Einheitsidentität haben, dachte ich jetzt gerade. Ich sage ja auch nicht, dass... Nee, das ist ja auch... Na, du bist ja auch 1988 geboren. Nee, aber... Du meinst... Zwei Jahre früher, Pannu. Wann endet Identität? Also, wann ist die ausgewachsen? Wann hat man eine? Gute Frage. Endet das überhaupt? Ja, und die Frage ist natürlich auch West und Ost, ne? Von welcher Perspektive aus schaust du auf diese Einheit? Genau. Weil natürlich für viele Westdeutsche, so wie wir, hat sich der Alltag nicht so verändert. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Einheitsidentität eine bestimmte Sicht auf die Einheit sein könnte. Also, würde ein Wessi, ein Wessi-Wessi... Oh Gott, wir haben so viele Stunden hier schon gesessen. Würde ein Wessi-Wessi sagen, ich habe auch so eine Einheits... Nein, das glaube ich eben nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich drüber nachgedacht. Naja, die Ossis denken ja auch viel mehr über die Einheit nach. Und über das Ganze, die Probleme oder was heißt Probleme oder auch über die Veränderungen. Naja, weil natürlich die Welt, in der man aufgewachsen ist, zusammengebrochen ist. Wenn man mal coole fünf bis acht Stunden dazu hören will, Podcast mit Jana Hensel, war alles gesagt. Ja. Wirklich lehrbuchartig. Du kannst übrigens jederzeit, Aline, mich korrigieren, falls irgendwelche Fehler hier in der Anmoderation sind, weil wir festgestellt haben, dass sehr viel, was so geschrieben wird über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, gar nicht stimmt. Das heißt, wir spielen hier immer Wikipedia. Also jederzeit grätsch einfach rein, was nicht stimmt. Also, dein Vater, haben wir gelesen, ein libanesischer Fotograf, ist 1982 für sein Studium in die DDR gekommen. Und deine Mutter hat als Apothekerin gearbeitet, unter anderem? Da kann ich gleich mal, als mein Ostsozial, nein, nein, also es ist, Apothekerin ist ja so ein Wessi-Wort, ne? Wie heißt das richtig? Meine Mutter achtet ja, also ich verstehe das auch total, die ist Diplom-Ingenieurin für Pharmazie. So hieß das damals in der DDR. Und ich, das kann man nur nicht erzählen, weil kein Schwell versteht's, ja? Und dann sag ich immer, ja, Pharmazeutin oder Apothekerin, so. Aber es ist schon… Interessant, das heißt, das Wort Apothekerin gab's nicht in der DDR. Apotheke gab's das so. Ja, ja, ja. Das hieß halt Diplom-Ingenieurin für Pharmazie, klingt doch auch viel cooler, finde ich. Ja, also auf jeden Fall. Also deine Mutter war… Diplom-Ingenieurin für Pharmazie. Unsere Gästin ist als Einzelkind aufgewachsen, hat 2007 Abitur gemacht, dann Arabistik in Leipzig studiert. 2014 bis 2016 volontiert im Deutschen Bundestag im Bereich TV-Parlamentsfernsehen. Ja, Online-Dienste, Parlamentsfernsehen hieß das. So mit Internet und so? Genau, sowas Neues so. Wie war das damals im Bundestag? Das war toll, das war sehr exklusiv natürlich, weil ich war auch die einzige Volontärin. Ich hab das zufällig entdeckt, weil ich damals öffentlich Stellen auch gesucht hatte, als ich mich so breit gefächert als Journalistin oder generell bewerben wollte. Und hab das gefunden, hab mich da beworben und wurde dann genommen. Und war dann zwei Jahre in den Heiligen Hallen des Bundestages und durfte über alles, was im Bundestag passiert, berichten. Also auf bundestag.de, auf mitmischen.de, was sozusagen das Jugendportal ist, hab dann auch so kleinere Beiträge gemacht. Auch so Sachen, die furztrocken und anstrengend und ja auch nicht leicht zu erklären sind, die man dann so ein bisschen leichter verständlich macht für die Menschen da draußen sozusagen. Also man hat ja so einen Auftrag, für alle zu arbeiten, wenn man dort ist. Also ich war sozusagen ein Teil der Bundestagsverwaltung. Weil da wurde ich auch sehr oft immer gefragt, ja, bei wem warst du denn dann so? Fraktion oder Abgeordnete? Nee, das war Bundestagsverwaltung und quasi das Neutrale. Wir haben halt eben über alles berichtet, was dort passiert. Und also das, was man auch im Fernsehen sieht aus den Ausschnitten vom Bundestag, das ist auch von dort aus der Abteilung. Wenn man so im Bundestag arbeitet, so über zwei Jahre, gibt es da eigentlich so in dem Haus selber Geheimnisse, die man irgendwann mitbekommt? Bestimmt, ob ich die jetzt hier so erzählen darf. Diese eine Tür, wenn man da rein geht. Also es gab auf jeden Fall sehr viele Kicker, die ich auch… Kicker? Ja, das fand ich sehr gut, weil ich… Das ist nicht bekannt. Ja, siehste, zum Beispiel bei den Linken weiß ich noch, also zumindest als damals die Linken noch in dem Haus waren, wo ich, Paul-Löber-Haus, weil ich meine Abiturzeit damit verbracht habe, eigentlich nur Kicker zu spielen und nicht mein Abitur ordentlich zu machen. Aber deswegen bin ich da bei sowas ziemlich gut. Ah ja, im Kickern oder im Abi? Was hast du denn für eine Abitur? Alle sagen hier immer ihre Abiturnoten. Nein, echt? Oh Gott, das ist peinlich. 3-2 habe ich. Alter Schwede, das ist aber… Also wenn mein Sohn mit 3-2 nach Hause gekommen wäre, da hätte ich aber gesagt… Weißt du was, das ist das erste Mal, dass ich die sage, öffentlich. Ja. Also das ist schon was Besonderes. Eine weitere Agentur. Ich habe mich lange dafür geschämt, aber das lag auch an vielen Gründen, natürlich. Immer an den anderen, ne? Ja, natürlich. Also, aber ich wollte ja auch kein Medizin studieren, also wobei ich das jetzt gerne machen würde, aber Medizin mag ich sehr. Du wolltest doch Gerichtsmedizin. Ja, genau, ich weiß, aber damals wusste ich halt, nee, ich bin zu schlecht. Das lag auch ein bisschen daran, dass ich Pech hatte. Wir waren ja der erste, ich glaube der erste Jahr mit diesem Zentral-Abi damals, wo natürlich alle in Berlin quasi schlechtes Abi geschrieben haben oder schlechter waren. Ja, ja. Hausarbeit hatte, musste ich dann eine mündliche… Also ich musste mich zum Beispiel komplett nochmal auf alles neu vorbereiten. Das ist ja ein Unfechtbar. Deswegen, das wollte ich als Entschuldigung ausreden. Nee, das geht akzeptiert. Warum mein Abi so schlecht? War alles notiert. Genau. Ich habe ganz viele Nachfragen, aber das machen wir dann gleich. Genau. Wie immer. Aber Geheimnisse wollte ich sagen. Ja, genau. Also eigentlich was… Kickern. Kickern wollte die anderen. Oh Gott, von einem zum anderen, wie man das so… Nee, das ist hier so, das Prinzip. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich in den zwei Jahren vor allen Dingen diese Arbeit schätzen gelernt habe von Politikerinnen und Politikern, was die da eigentlich machen. Weil wenn du das einmal so mitbekommst, wie viel die da arbeiten, wie viel die, also auch außerhalb des Plenums eigentlich ja machen, weil die wirkliche Arbeit findet ja in den Ausschüssen, Kommissionen etc. statt und nicht im Plenum unbedingt. Und dann aber zusätzlich noch außerhalb des, also im Wahlkreis quasi, wo die dann auch nochmal Hände schütteln und immer freundlich und Bäume pflanzen müssen und so weiter. Also ich finde das, also da habe ich auch erstens gemerkt, das wäre so gar nichts für mich. Und zweitens habe ich das da echt so, ja, mal so kennengelernt und auch gemerkt, wie, ja, dass das jetzt nicht einfach nur, die setzen sich da ins Plenum und quatschen ein bisschen und entscheiden etwas, womit wir dann, also wo wir die Konsequenzen tragen müssen, sondern da steckt schon viel dahinter. Komm doch mal zu den Geheimnissen zurück. Ich finde das schon wichtig, wollte ich dir mal sagen. Ja, das ist wichtig. Ja, Geheimnisse, ich weiß nicht, ist auch schon so lange her, muss ich gestehen. Die waren eigentlich bei den Linken, weil die offenbar so viele Kicker hatten, den besten Ja, die hatten auf dem Verein, wo ich, der war halt zwei Stockwerke über mir und da war ich dann immer mal, da habe ich dann immer gekickert. Worauf muss man beim Kickern achten? Darf man drehen? Nicht drehen. Nein, das war der, das war der, genau, nicht drehen und, nicht drehen und ruhig bleiben. Kannst du richtig beim Kickern, ich finde, das macht dann, also kannst du richtig so diese Tricks mit dem Anschneiden? Also jetzt, ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gespielt, aber ja, das konnte ich. Wie heißt dieser Film? Absoluter Giganten, ist das Absoluter Giganten, wo es diese Kamera in den Kickern gibt? Diese Makroaufnahmen. Sebastian Achimann? Nee. Es gibt ein Film, wo es eigentlich nur ums Kickern geht. Ach so. Und dann gibt es diese Sachen, wo man, ich kann überhaupt nicht kickern, aber wo man den Ball so mit so einem Tremolo vorantreibt, so brrrr, wie heißt denn das? Also wo der Spieler immer so drauf ditscht und der Ball schnubbelt dann unter ihm so weiter. Also man schneidet den Ball so an? Ja, so brrrr, 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 brrrr. Naja, so durchswitchen, also ich weiß nicht, wie die ganzen Sachen heißen, aber ich kann, ja, also das konnte ich, also jetzt, ich bin auch ein bisschen aus der Übung, aber ich meine, ist dann das wie mit Fahrradfahren, ne? Ich habe wirklich, also ich glaube, meine schönste Erfahrung war mal, als ich in Istanbul war, da habe ich mal eine Zeit lang gearbeitet, habe da so ein Praktikum gemacht während des Studiums und da war ich ein paar Monate und da gab es auch eine Bar mit Kicker und das ist ja immer so der Klassiker, man klopft ja dann an so, um zu sagen, hier, ich bin da, ich möchte die nächste Runde mitmachen. So und dann wirst du ja als Frau auch immer ein bisschen komisch angeguckt und, aber das war eigentlich gar nicht nur in Istanbul, das war auch ganz oft in Deutschland, wirst du ja immer erst mal schräg angeguckt und dann, ne, noch klein so und dann schmächtiges Mädchen, so. Aber dann erst mal die Stirne. Naja, die holst du ja in dem Moment noch nicht raus. Gib mir den Ball. Genau. Das war ein Tor. Ja, und dann fängst du da an und dann habe ich echt schon mal ein paar Mal wirklich Männer zum Weinen gebracht. Wirklich? Nein. Ja. Agentur Nummer drei. Ich habe Männer zum Weinen gebracht. Beim Kickern. Beim Kickern. Das ist eine gute Geschichte. Ja, weil die waren einfach so, also ich habe im meisten, also ich habe jetzt nicht alleine gespielt, man hat ja mal zu zweit, spielt man ja meist, also zu viert insgesamt und ich bin eine gute Stürmerin. Und die haben nicht gemeint. Die Stürmer? Nein, die Männer. Verteidiger. Na doch. Achso, naja, doch, die Männer, die verloren haben. Aber nicht ernst, die haben nicht wirklich gemeint, sondern nur so. Also doch, doch, das meine ich wirklich ernst. Nein, nein, aber man weint doch nicht, weil man beim Kicker ist. Ja, das ist aber sehr emotional, es ist sehr emotional und gerade für Männer, die dann einstehen, also da sich da hinstellen müssen und sagen, okay, wir haben was, wir haben anders gedacht vorher. Da weinen wir jetzt erst mal. Und dann stellst du, ist ja auch nicht so, als ob ich da hingehe, weißt du, mit so einem Ego und dann irgendwie so, ey, ich habe hier, guck mal, ich lege hier meine Eier auf den Tisch und dann, ich mache das jetzt mal, sondern ich stelle mich da einfach ran und mache dann irgendwie, hallo. Genau, mit so, hallo. Ah ja, Stimme geht ein bisschen höher. Ich heiße Halin und möchte einfach mal ein bisschen spielen. So, und dann, das macht Spaß. Das ist eine tolle Geschichte. Was ist das Tolle am Kickern? Naja, das ist, es geht, es ist extrem schnell, also das heißt, es kann sich extrem schnell was ändern, vor allen Dingen, wenn die anderen auch gut sind, also wenn das natürlich gleich berechtigt ist, das ist natürlich wichtig. Also wenn die Männer mithalten können. Ja, genau. Sonst ist es irgendwie auch blöd, aber ja, das ist einfach so ein Adrenalinkick tatsächlich. Also nicht, dass ich jetzt auf sowas stehe die ganze Zeit, aber in dem Fall, es macht einfach Spaß, weil es halt schnell geht und man da auch sehr schnell Erfolge hat, muss man auch dazu sagen. Also man, es gibt ja auch so Spiele wie, was ist denn das hier, Hockey oder so, wo du gefühlt Stunden später mal ein Tor fällt oder so oder ich, oder war das Hockey oder ich weiß nicht mehr. Also so Spiele, wo es einfach ewig dauert und da knallt das halt immer so. Und wenn es dann so schnell ist, das hat schon was. Und ich meine gut, das ist auch ein super Spiel abends in einer Bar und gerade während des Abis war das eine super gute mentale, so ein mentaler Ausgleich tatsächlich. Also das war neben meiner Schule, war so ein Kaffee, das war so ein Jugendclub und die hatten diesen Kicker und da war gefühlt immer, immer in der Pause waren wir da oder freie Stunden und dann gab es da Kaffee und sonst was. und ich habe da wirklich Stunden verbracht, ja. Und dann, es ist ja, ich glaube, es ist auch dieses Soziale daran, du lernst ja dann die Leute kennen, gerade auch, wenn du dann irgendwie, ne, anklopfst, du kennst die Leute alle noch Wenn man das erste Mal zusammen geweint hat. Genau, genau. Dann, da lernt man sich sehr schnell kennen, ja. Aber stimmt, so während der Schulzeit gibt es das, ne, dass man plötzlich, bei uns gab so einen Billiardsalon, also nicht weit weg von der Schule. Ja. Und da wird man plötzlich, hängst du dann da immer rum und lernst Leute kennen, die du normalerweise nicht kennenlernst. Es ist, glaube ich, die soziale Komponente. Ja, da kannst du plötzlich Billiards spielen, was man dann später nie wieder kann. Ich mache mal weiter hier in der Biografie. 2016 wird sie Social-Media-Redakteurin beim ZDF, arbeitet für die Talkshow von Dunja Hayali. Wer ist denn Dunja Hayali? Hatten wir die nicht auch schon mal zu Gast? Liebe Grüße. 2016 wechselt sie in die Nachrichtenredaktion von heute nach Mainz. Seit 2018 moderiert sie auch das ZDF-Auslandsjournal. Stimmt das? Nee, nee, nee. Auslandsjournal, nee. Das tauchte hier nur auf. Nee, ach so, ich habe mal so einen Außendienst gemacht. Aber ich, nee, das habe ich jetzt nicht. Seit 2019 gibt es den Podcast, über den wir schon gesprochen haben, die da oben. Nee, das ist ein Funk-Format. Funk-Format. So rum. YouTube-Format, genau. Genau, das ist YouTube. Und seit 2020 den Nahost-Podcast. Zenit. Zenit, genau. Wobei, da muss ich gestehen, da gab es jetzt eine längere Pause. Ich werde fragen uns schon, ob es den noch gibt. Es gibt den noch. Es ist ja nicht so, ich mache das ja so aus Spaß, ehrenamtlich. Es ist jetzt nichts, wo ich mit Geld verdiene, sondern es war mehr so ein Herzensprojekt. Und wie das dann so ist, letztes Jahr kamen vier dazu, familiär und dieses Jahr auch. Und dann auch diese ganze Umstellung jetzt auch mit dem Senderwechsel und so weiter. Und man braucht auch Zeit dafür, wie ihr wahrscheinlich auch bestätigen könnt. Gelegentlich. Na gut. So nach acht Stunden. Aber, ja, und weil ich das ja alles auch selber mache. Also es ist jetzt nicht, ich habe da kein Team dahinter sozusagen. Und deswegen ist es ein bisschen mehr Aufwand. Aber nächstes Jahr geht es weiter. Ja, auf jeden Fall. Und weil wir am Anfang schon über die Identitäten gesprochen haben. Ich habe mir noch zwei Zitate rausgeschrieben. Einmal hast du mal gesagt, wenn ich jemanden höre, der sächsisch redet, kriege ich ein warmes Gefühl ums Herz. Sächsisch? Ja. No, no, claro. Naja, das liegt einfach an, erstens daran, dass ich in Leipzig studiert habe und Leipzig eine tolle Stadt ist und ich auch einfach die Zeit da genossen habe. Das war natürlich dann auch so ein bisschen dieses Ostsozialisierte wahrscheinlich auch, weil ich auch Familie in Sachsen hatte oder in Leipzig. Also wirklich eine Tante lange, die ist vor ein paar Jahren aber gestorben und ja, und dann auch einfach in der Kindheit sehr oft in Oberwiesenthal war, in Erzgebirge, Skifahren. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man so, wenn du sie als Kind, Jugendliche so mitnimmst, dann hast du damit so eine Verbindung und so eine Emotionalverbindung. Und ich habe eigentlich mit diesem Raum, auch wenn er jetzt ein bisschen anders dasteht, immer sehr viel Positives verbunden und das ist eigentlich auch weiterhin so. Ich habe letztens tatsächlich trotz der schlechten Nachrichten über Erzgebirge echt überlegt, warum fahre ich jetzt eigentlich nicht nach Oberwiesenthal mal Skifahren? Ich habe so Bock auf Skifahren, aber man kommt da glaube ich jetzt einfach nicht hin, weil keine Hotels offen sind. Wird das falsch dargestellt? Hast du den Eindruck oder ist es gerade so anders, als du das erlebt hast? Man ist jetzt falsch dargestellt, dass der Osten rechts ist oder? Ja, also weil du hast ja gerade gesagt, dass im Angesicht der Nachrichten. Naja, man hört ja jetzt verschiedene Dinge einmal, natürlich lange dieses, der Osten ist rechts, dann oder Erzgebirge sind alles nur Bekloppte, weil die sich nicht impfen lassen und also natürlich sind das Fakten und das ist auch da und gar keine Frage, aber ich finde, das sind ja immer Pauschalisierungen. Keiner möchte pauschalisiert werden. Ob ich jetzt nun sage, Baden-Württemberg sind alles Schwaben, dann würden mich auch... Das ist zur Hälfte falsch. Genau, siehst du? Also sagt einer, der kein Schwabe ist. Genau. Kein Schwabe. Genau. Oh, es gibt Essen. Was meinst du? Ja. Es ist sehr gutes Essen, was ich weiß, weil... Du weißt schon, was kommt. Ja, wir haben das schon mal getestet. Wir haben schon mal Probe gegessen. Ist das hier aus der Umgebung? Kann man so nicht sagen. Wir sagen ja nicht, wo wir sind, aber... Aus Berlin. Aus Berlin jedenfalls. Aus Berlin, ja. Und das zweite Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, da geht es auch um Identität, dass du gesagt hast, im vergangenen Jahr, als die Explosion im Hafen von Beirut passiert ist, hast du dich so libanesisch gefühlt, wie man es wahrscheinlich nur sein konnte. Naja, das ist, ähm, das ist, ähm, es war auch, also es war eine ganz schlimme Zeit insofern auch, weil ein Cousin ist auch beinahe gestorben, der hat am Hafen gearbeitet, dem ging es aber gut dann, der hatte wirklich einfach nur Glück, muss man einfach sagen. Eine andere Cousine war schon im Feierabend, die auch dort eigentlich gearbeitet hätte. Ähm, also das, ich hatte diesen Moment auch schon mal 2006, als ich dort war und dieser eine, sag ich mal, Krieg zwischen Israel und der Hezbollah war und man einfach so, ähm, dann einfach involviert ist. Und auch letztes Jahr habe ich mich involviert gefühlt, weil man, oder weil ich in dem Moment auch den Reflex hatte, ich muss jetzt hinfahren, ich muss da jetzt helfen, ich muss irgendwas machen und konnte aber nicht, weil ich, äh, erstens beim ZDF in dem Moment war, gearbeitet habe, zweitens eine Doku gedreht habe in der Zeit, wo ich, äh, dran gebunden war und ich dann quasi, äh, aus Polen nach Mainz und dann wieder zurückgeflogen bin, um weiterzudrehen. Und das war eine schlimme Zeit und dieses libanesisch fühlen, ich glaube, das kann jeder verstehen, würde ich jetzt mal behaupten, die, die irgendwie noch eine zweite, andere Hälfte an sich dran haben oder eine dritte oder eine vierte. Also, weil ich, man redet ja mit vielen Leuten, die auch so ähnliche Biografien vielleicht haben und irgendwie geht es allen so ein bisschen so, dass sie dann sich ja immer so, 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 so verbunden fühlen mit der anderen Kultur, mit dem anderen, mit, 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 mit diesem Land vielleicht, je nachdem natürlich wie viel, ähm, ja, wie viel Verbindung man damit auch überhaupt schon hatte. Ich kenne auch, äh, Libanesen, Halblibanesinnen, die waren noch nie dort, ähm, weil einfach die Eltern oder die Mutter oder der Vater da nie wieder hinwollten nach dem Krieg. Ähm, und deswegen bin ich meinem Vater auch so dankbar, dass er trotz, dass es dort so schlimm war oder dass, äh, das, sag ich mal, das Land auch sich auch erst mal wieder erholen musste und, äh, jetzt gerade natürlich in einer noch schlimmeren Phase eigentlich ist. Wir haben zwar keinen Krieg, aber eine wirtschaftliche Krise, die, wo alle sagen, es ist schlimmer als im Krieg damals gewesen, dass man, dass, dass ich einfach damit groß werden durfte, ähm, seitdem ich ein, zwei Jahre alt bin und einfach jedes Jahr dahin durfte und einfach das Privileg habe oder hatte, äh, diese Kultur kennenzulernen, die Sprache halbwegs kennenzulernen. Also ich bin ja jetzt keine Muttersprachlerin, aber, ähm, und meine Familie kennenzulernen, ne? Also ich habe da eine große Familie, wie gesagt, du hast schon gesagt, ich bin ein Einzelkind, das war dann so meine Ersatzgeschwister. Hast du mal, ich habe, äh, in Vorbereitung mal mit unserer Korrespondentin, die wohnt in Beirut, äh, gesprochen, Andrea Backhaus, äh, und es war, äh, war ein relativ verrücktes Telefon. Also ich habe die tatsächlich, weil wir normalerweise nur so online kommunizieren oder so, äh, die angerufen und es war halt, als würde man in den 30er Jahren anrufen, also so rauschen und so und ja, warte mal, ich versuche es nochmal so. Das war, ähm, und habe mal versucht zu verstehen, wie es gerade ist, die ist, äh, verrückterweise hingezogen, ich glaube, wenige Tage, äh, ein, zwei Wochen meiner Erinnerung nach, nachdem diese Explosion war, also es war halt lange geplant und jetzt, und das, das klang wirklich nicht gut. Nee. Also, äh, das ist ja so, wenn man über ein, äh, Land, das am Abgrund steht, nachdenkt, dann ist das wahrscheinlich sehr weit oben auf dieser Liste weltweit, ne, also wo du einfach nicht weißt, wie das weitergehen soll. Ja. Was hörst du denn, äh, zur Zeit von da? Naja, ähnliches, aber ich bin natürlich auch mit, äh, meiner Familie immer im Kontakt, einfach, das, und hoffe, dass es denen gut geht, aber, ähm, meine Familie ist da auch sehr privilegiert, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch im Land, äh, dieses Land ist auch unheimlich, unheimlich divers, äh, obwohl es so klein ist, es ist ja noch nicht mal so groß wie Hessen, und, ähm, du hast 18 verschiedene Konfessionen, äh, meine Familie kommt aus dem christlichen Gebiet, ähm, der Maroniten, das ist so eine katholische Richtung, und dann, ähm, und ich sag mal so, die, 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 diese, also, ja, diese meistens, also gerade jetzt meine Familie sind alle studiert, alle, ähm, haben eigentlich auch alle Jobs, nur, dass viele, ähm, also gefühlt jetzt die Hälfte, ähm, meiner Cousinen oder Cousins oder auch deren, äh, Männer oder Ehefrauen teilweise irgendwo draußen arbeiten, also das bedeutet Dubai, Abu Dhabi, äh, eine Cousine macht gerade eine Filiale, die hat eine Restaurantkette in, in Ghana auf, was super läuft, aber, also man sagt draußen und draußen heißt außerhalb des Landes, draußen heißt außerhalb des Landes, und das ist eben das Problem, dass dieses Land insofern ausblutet an jungen Leuten, die eben eigentlich das Potenzial haben, weil die keine Jobs finden, genau, nicht weil sie nicht, weil sie weg wollen, sondern weil es einfach nichts gibt, und, äh, das war übrigens vorhin gar nicht das Essen, sondern es war wieder mal der Paketbude, der alle Pakete immer bei Maria abgibt, das ist auch ein Running Gag in diesem Podcast. Achso, was bestellst du denn immer? Äh, das liegt mir gar nicht, das ist die Nachbarn. Kennst du das nicht? Wenn du beliebt bist bei Nachbarn, dann darfst du immer die Pakete entgegennehmen und jetzt kriegen die ganz schnell raus. Ich glaube, das liegt aber auch an, an der Höhe der Wohnung, oder? Das könnte natürlich auch sein. Und weil öfter jemand da ist, weil die Podcasts immer so lang sind. Das kann auch sein. Wir sind immer hier, deswegen. Kannst du nochmal, ich würde gerne nochmal in den Libanon reingehen, also, ähm, die deine, deine frühesten, von deinen frühesten Erinnerungen erzählen? Oh, äh, naja, das waren, also, ich glaube, das ist ja auch der Punkt, wenn du, also, es gibt ja viele, die ich kenne, die auch immer in den Sommerferien irgendwo waren, ob es jetzt Libanon oder anderen Ländern, und das ist natürlich einfach immer eine schöne Zeit für mich jetzt auch gewesen, weil ich dann sechs Wochen pur Libanon hatte und sechs Wochen Familienzeit, weil, wenn du dann vorher eben, ne, Einzelkind und Schulzeit, die ja auch nicht immer schön ist und, äh, und dann kommst du in den Libanon, super Wetter, super Essen, ähm, große Familie, alle wollen nur spielen und Quatsch machen und, ähm, der Witz war die ersten Jahre, also, also, an die ich mich erinnern kann, war es ja auch so, da konnte ich die Sprache ja auch noch nicht. Also, man hat sich halt irgendwie mit Hand und Füßen verständigt und ich habe dann, glaube ich, immer Deutsch geredet und meine Cousinen und Cousins immer Libanesisch, aber irgendwie haben wir uns immer verstanden und das ist auch so eine tolle Sache, dass sich einfach Kinder, egal welche Sprachen sie sprechen, immer irgendwie verstehen und das, ähm, war auch eine tolle Erfahrung und dann natürlich meine Großeltern, also, man, man, ich hatte einfach einen Einblick in eine, in eine völlig andere Welt, also, anders jetzt nicht, dass, dass das jetzt irgendwie, also, wir hatten, die hatten natürlich auch alle Autos, äh, Internet und so, ne, weil das werde ich auch oft gefragt, tatsächlich, ist jetzt kein Scherz, ähm, ob man da auch sowas wie Internet hat und so, ähm, ja, also, so, als würde das jetzt hier dritte Weltland sein, also, Libanon ist eines der westlich geprägtesten Länder und, und modernsten Länder in diesem ganzen Raum, äh, jetzt mal ganz unabhängig von der Krise gerade, ähm, und Paris des Oriens, ne, genau, und, und Libanon und Schweiz des Oriens, das, damit werben die ja auch immer und es ist aber weiterhin trotzdem noch so, aber es ist, ähm, einfach in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren ja vor allen Dingen, ähm, wirklich den Bach heruntergegangen und das liegt natürlich an der Politik, aber ich finde es einfach und das war zum Beispiel auch nach dieser Explosion letztes Jahr so, 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 so krass zu sehen, wie dieser Zusammenhalt einfach auch da ist zwischen den Menschen, ähm, trotz dieser vielen Krisen, dass man sich hilft, ähm, also nach der Explosion beispielsweise, ein Tag später haben mir Leute gesagt, äh, die Stadt, äh, also Beirut, äh, klingt nach Klirren, also du hörst die ganze Zeit nur Klirren, weil die Leute angefangen haben aufzuräumen, zu fegen und, ähm, das ist auch das, was ich kenne aus dem Land, dass man, weiß nicht, irgendwo in einer Ecke ist irgendwie gerade ein Konflikt oder irgendwas brennt da und dann fährst du halt drumherum oder zwei Stunden später ist das Einkaufszentrum wieder offen oder so, also man hat da so eine ganz andere Mentalität, das kenne ich auch aus Israel, Palästina, wo ich mal war, ähm, dass man einfach so im Hier und Jetzt lebt und, ähm, das nehme ich mir öfter auch mit dann hierhin, beziehungsweise ich habe einfach auch durch diese Zeit, die ich dort als Kind, Jugendliche und auch Erwachsene erlebt habe, einfach schon sehr früh gemerkt, auch was Privileg bedeutet, was bedeutet es, Deutsche zu sein, ähm, ähm, dass ich einen anderen Pass habe, der offenbar viel wichtiger, viel, ähm... Viel mehr Wert hat. Ja, viel mehr Wert hat, genau, als, als, äh, der von meinen Cousinen und Cousins beispielsweise, aber das Land ist einfach grundsätzlich, ich meine, ich kann jetzt, äh, natürlich kann man viel sagen, wie furchtbar das da gerade ist, aber die Leute helfen sich und kommen, klar, aber man hört natürlich auch gleichzeitig, wie hoch die Selbstmordrate gerade ist und so, also es sind, sind so zweierlei, ne, und, ähm... Das ist interessant, weil eine Kollegin aus dem, aus dem Zeitmagazin, Claire Beermann, äh, hat eben auch libanesische Wurzeln, also die Hälfte ihrer Familie kommt aus Beirut und weil du den Zusammenhalt gerade erwähnt hast, die hat dann auch kurz nach dem, äh, äh, nach dem Bombenmatten, äh, nach dem Bombenexplosionen, äh, angefangen, Fotos, die sie dort gemacht hat, äh, über Instagram zu verkaufen, um Geld zu sammeln, um das, äh, rüberzubringen, also diese Art von so spontanen Hilfsaktionen. Ja, ich mache auch gerade ein, äh, also ich arbeite gerade auch an einem Bildungsprojekt oder ein Projekt für, für Libanon, ähm, was jetzt noch nicht spruchreif ist, weil es einfach nur, also wir sind gerade dran, aber es kommt aber nächstes Jahr mit einem Hamburger Label zusammen, ähm, die auch, äh, libanesische, ähm, äh, sozusagen, äh, auch Libanesen sind und, ähm, genau, und, aber zum Beispiel, was, was mich, also neben dieser ganzen Schrecklichkeit dieser Sache beispielsweise vom letzten Jahr, war zum Beispiel das von meiner Cousine, wo ich gesagt habe, die ist jetzt in Ghana und eröffnet da ihre, ich glaube, vierte oder fünfte Filiale, die hat wirklich, das war, hätte ich im Leben nicht gedacht, die hatte, ähm, also ihre erste Filiale damals in dem Ort aufgemacht, wo meine Familie herkommt, also wir kommen ja nicht aus Beirut und dann hat die wirklich zwei Wochen nach dieser Explosion in diesem Viertel, wo alles kaputt war, hat die zwei Wochen später ihre zweite Filiale eröffnet, aber nicht, also das war schon geplant, also das war gekauft und alles, nee, das war, genau, das war geplant und die hat es einfach trotzdem durchgezogen und das lief oder läuft super und, ähm, klar kann man auch sagen, ja, viele Menschen waren obdachlos, haben ihre, ihre Wohnung verloren und haben dann halt sozusagen da sicherlich auch, ähm, ja, ihr Essen bekommen darüber, aber ich weiß halt von ihr auch, dass sie dann Essen gespendet hat, dass sie die Preise erhöht hat, weil durch diese Wirtschaftskrise ist ja, das ist alles, also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie teuer, äh, da jetzt ein Sack Brot ist sozusagen, also, und, ähm, ja. Kannst du einmal, für alle, die jetzt, während sie den Podcast hören, anfangen zu googeln, politische Situation Libanon? Ja, machen wir mal kurz, wir sind ja in Bildungspodcast. Eben, was läuft da gerade schief? Du bist ja, ähm, Tagesthemen-Moderatorin und Journalistin. Deswegen weiß ich alles. Ja, also los. Wir gehen von nichts anderem aus. Wikipedia mitschreiben. Genau, kannst du uns mal die politische Situation vom Libanon erklären und erklären, warum das Land in dieser Lage ist? Boah, das, äh, das ist jetzt ein kurzes Netz, natürlich schwer zu... Wir haben Zeit. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wir haben Zeit. Warte mal, vielleicht hole ich jetzt das Wort raus. Nein, ähm, also, das, das, was jetzt passiert, hängt ja nicht mit einer Situation zusammen, die vor zwei Jahren oder die letztes Jahr passiert ist, also jetzt mit der Explosion zum Beispiel oder so, sondern das, das fußt ja schon, also, die, die Ursprünge sind ja eigentlich schon während des Bürgerkrieges, ähm, gewesen. Also, man muss dazu sagen, dass die Politiker, das muss ich noch nicht mal gendern, weil es sind wirklich nur Politiker, ähm, also weiße, äh, alte Männer, die damals während des Bürgerkrieges schon, ähm, missgebaut haben. Wann war der Bürgerkrieg? Äh, 75 bis 90 ungefähr, genau. Und, ähm, die sind immer noch an der Macht. Und das ist so ein Konstrukt aus Vetternwirtschaft, Korruption, Betrug, etc., pipapopo. Ähm, also, ich sag mal so, äh, das, sowas gibt's jetzt nicht nur im Libanon logischerweise, aber, ähm, die, die sich jetzt, die jetzt da vielleicht nicht so einen Einblick haben. Aber das ist im Grunde eins, oder das große Problem, dass einfach dieses Land so heruntergewirtschaftet wurde durch diese Politiker, die sich das halt alles in die eigenen Taschen gesteckt haben oder eben irgendwo anders hingebracht haben, was weiß ich. Und, ähm, ja, also jetzt so die ganzen wirtschaftlichen Konstrukte, da gibt's natürlich dann auch noch mal mit dem Bankensystem, man muss dazu sagen, dass der libanesische, äh, die libanesische Lira immer mit dem Dollar, ähm, sozusagen, äh, also sozusagen angeglichen, gekoppelt ist, genau. Und, ähm, das, deswegen ist jetzt zum Beispiel, also, früher war sozusagen ein Dollar 1.500 Lira und jetzt, es liegt, glaube ich, ein Dollar, sind jetzt 27.000 Lira. Ja, also, ähm, das hat sich halt, ja, also kann man sich dann auch vorstellen, wie teuer alles geworden ist und dass natürlich dadurch die Armut gewachsen ist, ähm, ich meine, da sind auch ein großer Teil Menschen, die arm, schon vorher arm waren und, ähm, es ist auch ein Land, was, äh, schon sehr gespalten ist, auch zwischen Arm und Reich, ähm, gerade auch, wenn man so die ganzen palästinensischen, ähm, Gebiete, also, wo sozusagen palästinensische Flüchtlinge leben, also, sie, also, die eigentlich schon seit 46 teilweise oder, ähm, in den 60er Jahren schon da sind, aber die ja immer noch als Flüchtlinge bezeichnet werden, aber eigentlich ja im Grunde schon seitdem im Libanon leben, aber immer in so Schabracken und eigentlich immer gedacht haben, sie gehen ja da auch wieder weg und jetzt aber, für die ist das jetzt Heimat geworden und, ähm, ich war da jetzt auch schon, also, ich war jetzt zwei Jahre nicht im Libanon, aber davor war ich da auch öfter und, ähm, hab ja auch mit denen geredet und die haben zum Beispiel in dem Land keine Rechte, also, die können zum Beispiel nicht arbeiten, also, schwarz arbeiten, ja, aber nicht arbeiten, nicht studieren. Und die Familien sind da seit Jahrzehnten, also, du musst noch einmal, du hast es so, genau, also, wir reden hier seit, also, wir reden von 1946 und 60er Jahren. Genau, also, das ist für die, ähm, einfach Normalität und, ähm, das ist auch eine furchtbare, aber jetzt, das ist jetzt natürlich so die schlechte Seite dort, ähm, andererseits gibt es natürlich auch sehr viele schöne Seiten, ähm, muss ich einfach sagen, ähm, das liegt natürlich auch an, an der Gastfreundlichkeit trotz allem, auch wenn das jetzt vielleicht total widersprüchlich klingt, aber, ähm, einfach, also, es ist so ein spannendes Land auch in der Geschichte, wir haben die, ich glaube, die, eine der ältesten Städte ist dort, Byblos, ähm, weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, da sind die Phönizier damals, äh, ins Mittelmeer rausgefahren, haben da ihre Schiffe gebaut, ähm, in Wahlbeck, das ist eine Stadt im Nordosten, ne, die ist, äh, sehr bekannt, da gibt es die, ich glaube, die, wenn es nicht sogar die besterhaltenste antike Tempelanlage der Welt ist, da ist die Akropolis ein Pups dagegen, sage ich immer, weil es wirklich massiv ist, also richtig groß und richtig, äh, großes Gelände, also viel Geschichte, ähm, gutes Essen natürlich auch und, äh, einfach auch diese ganze, ähm, ja, Kultur so der, auch Gelassenheit und der, ähm, ein bisschen dieses, ähm, ja, was, was uns halt, glaube ich, also das ist immer das, was ich sozusagen dann immer von dort mitgenommen habe, eben dieses auch mal im Jetzt leben oder einfach im Hier und, äh, einfach mal sich ein bisschen auch mal laufen lassen, so und nicht immer, nicht immer so, also sowohl nicht immer zurückblicken, als auch nicht nach vorne gucken, ähm, was, was alles Vor- und Nachteile haben kann, aber einfach nur mal so den Moment genießen, das, das habe ich dort gelernt. Darf ich trotzdem nochmal auf die alten Länder zurückkommen? Weil, ähm, was, oder ein, ich bin tatsächlich wirklich, ich bin kein Wikipeder, ich weiß nicht. Ich bin auch kein Wikipeder, aber wenn ich es richtig verstehe, es ist ja so eine Region, wo auch die Kolonialhistorie eine Rolle spielt, wo Menschen versprochen wurde, hier könnt ihr euch nieder, also das wiederholt sich ja in der Region mehrfach diese Geschichte, da könnt ihr euch niederlassen, sagen die, die das mal eigentlich auch besetzt hatten und dadurch sind ja viele Konflikte bis heute noch da, zum Beispiel auch das Regierungssystem ist ja so ein Proportsystem, wo die Religionen Sitze bekommen nach Anteil in der Bevölkerung, so ungefähr. Äh, nee, nach Konfession, also das ist genau, das, ja, also, genau, also der, der Präsident muss immer Maronit sein, katholisch, genau, das ist ein, das nennt sich auch Millais-System, das stammt noch aus dem Osmanischen Reich und das ist da eben noch übrig geblieben, klingt erstmal total harmonisch, weil man ja sagt, ja, alle dürfen ja mal irgendwo ihren, ihr Sitz haben, also jeder darf. Das heißt, alle 28? Ach, nee, 18, ja, also natürlich so ein bisschen prozentual, aber so die größten, also Sunnit ist dann der Premier, glaube ich und dann Drusen sind, da gibt es ja da auch noch, dann die Schiiten und so weiter und griechisch-orthodox und weiß ich was alles und so weiter, also es ist dann alles so verteilt und, aber natürlich will jeder ein Stück vom Kuchen und das macht es halt total kompliziert und komplex und deswegen gab es auch lange Zeit keine Regierung, weil die sich einfach nicht, die haben es einfach nicht auf die Reihe bekommen, eine Regierung zu bilden und jetzt nächstes Jahr gibt es immer wieder Wahlen, da sind auch alle natürlich so, ach ja, warum soll ich wählen? Also zum Beispiel, da habe ich auch schon etliche Diskussionen mit meiner Familie gehabt, wo ich gesagt habe, ihr müsst wählen, egal wie, warum, ihr müsst einfach wählen, das ist ein Privileg, also das muss man einfach nutzen und irgendwie, ich sage immer blöd, irgendwen findest du bestimmt, den du wählen kannst, auch wenn das sicherlich schwierig ist, aber das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, weil jetzt auch immer mehr Gruppierungen dazugekommen sind, die ein bisschen fortschrittlicher und ein bisschen anders denken und ein bisschen das Land voranbringen wollen und nicht so diese alten weißen Männer, muss man einfach so sagen, die noch da sind und, aber genau, das was du sagst, Libanon war früher eine französische Kolonie, das hat natürlich sehr viel Einfluss auf das Land gehabt, das ist sehr frankophil, ich meine, ich heiße Aline, das hat schon mal, das ist schon mal ein Grund, meine ganze Familie hat französische Vornamen, also französische Chansons, es gibt ja dieses Aline von Christophe, ich weiß nicht, wer das kennt, das… Von Christophe? Ah oui, bien sûr. Also du, ja, du musst es jetzt sehen. Du connais pas. Et j'ai créé, Aline, so heißt das und das haben meine Eltern damals gehört. Ja, danach bin ich benannt worden, nach dem Lied und weil das meine Eltern oder mein Vater kannte das, der hat das so mitgebracht, auch Charles, also Navour ist so bei uns in der Familie rauf und runter, ne, wenn wir das… Also frankophil und, also meine, das fand ich auch immer ganz toll bis heute, meine ganze Familie kann Englisch, Französisch, Arabisch, aber Arabisch haben sie am meisten gehasst, weil das sozusagen so wie bei uns mit Deutsch und Grammatik und Igitt, also war bei mir jedenfalls so. Aber spricht man hocharabisch und libanesisches Arabisch dann, ne? Also hocharabisch… So wie schwäbisch oder so, oder patensisch, hessisch. Ja, also hocharabisch spricht eigentlich niemand, eigentlich nur, wenn dann in Medien oder in Zeitungen oder Politiker, die sich halt so ganz wichtig machen wollen, dann sprechen sie hocharabisch. Ach so, ah ja? Ja, ja, also das ist schon sehr… Ihr könntet auch Hochdeutsche sprechen. So ungefähr. Und, ne, jedes Land hat seine Dialekte, aber das ist, deswegen ist es so furchtbar anstrengend, Arabisch zu lernen, weil du kannst nicht, weißt du, ich habe auch Türkisch mal gelernt, das habe ich auch schon mal erst vergessen. Hast du fließend Türkisch oder gar nicht mehr Türkisch? Nein, also bitte nicht fragen. Ich könnte nicht. Türkisch, Türkisch, Konischüro. So, das, ich kann sehr schlecht… Klingt nicht schlecht. Genau. Was heißt das? Ich kann sehr schlecht Deutsch. Ach so. Deutsch, Türkisch, meine ich natürlich. Ich habe von meiner Mutter noch Minyazawut Alin gelernt, Janipanima Joparovski, weil die ja noch Russisch gelernt hat in der DDR. Aber du hast Arabisch, also Libanesisch sprichst du super. Naja, also Libanesisch verstehe ich am besten, kann ich gut sprechen. Hocharabisch habe ich in der Uni gelernt, durch Arabistik logischerweise und kann es lesen und schreiben, also Arabisch lesen und schreiben, das geht auch bei Dialekten, aber jedes Land hat ein Dialekt und dann hast du aber innerhalb des Dialektes auch nochmal Dialekt gefühlt. Also die Leute, das war auch, das habe ich dann auch, umso älter ich wurde, gelernt. Ich habe ja den Dorfdialekt gelernt, wo mein Vater herkommt, logischerweise, weil alle, die mit mir geredet haben, mein Vater oder meine Familie und so, die haben mir das dann so mitgegeben. Und dann komme ich nach Beirut, die Hauptstadt, Metropole und dann ich mit meinem Dorfdialekt. Du Landein. Und die hören natürlich sofort, dass ich von woanders bin, aus dem Dorf. Erkennen die dann auch woher? Ja, also ich glaube schon, also zumindest so die Richtung. Also Norden oder, ja doch, also weil zum Beispiel die, aus dem Schuf, ja das ist jetzt auch sehr, sehr nischig, aber es gibt so ein Schufgebirge, also Libanon hat ja ganz tolle Bergketten, deswegen kann man auch sehr gut Skifahren, das möchte ich mal betonen. Ah, nicht nur Oberwiesenthal. Genau. Daher kommt auch die Schweiz-Metapher, nicht nur die Banken, sondern auch der Schnee. Ja, das ist wirklich schön und ja und die, also es gibt einfach auch innerhalb dieses Landes etliche verschiedene Dialekte und dann, wenn du außerhalb des Landes dann Syrien-Palästinensisch, also das verstehe ich noch relativ gut, aber sobald es dann ins Ägyptische geht, also dann wird es schwierig. Aber darf ich noch, ich bin für Kinderfragen in diesem Podcast zuständig, jetzt könnte man sich als Kind ja fragen, viele, und es gab ja Proteste mit einer Million Leuten und so, also kürzlich jetzt vor ein, zwei Jahren. Man hat verstanden, vielleicht ist das System einfach reif, sich zu reformieren, ja, also man bekommt bestimmte Probleme nicht gelöst, das Land liegt am Boden, das gilt eigentlich schon als Failed State, man übt schon Druck auf die politische Klasse aus dem Ausland, was auch extrem ungewöhnlich ist, man müsse doch jetzt mal eine Reform machen, es passiert aber nicht. Also warum ist es so? Kinderfragen, warum, irgendwann muss doch mal jemand sagen, so, ich will jetzt nicht das Wort Revolution benutzen, aber hier müssten wir mal grundlegend was ändern, lass uns doch mal eine neue Verfassung geben. Ja, also es gibt diese Anstrengungen, gerade von diesen neuen Gruppierungen oder die eben was vorantreiben wollen, gerade die Jugend, die das ja macht, ich meine, es gab ja auch etliche Proteste in den letzten Jahren, die man vielleicht auch, also sowas hat man dann natürlich leider immer in den Nachrichten gesehen, wenn dann irgendwie die Menschen auf die Straße gegangen sind, gegen die Regierung und das liegt einfach, also einfach daran, dass wirklich diese Menschen, Männer, also dass sozusagen diese Regierung, die dann in der Macht ist, weiß, dass sobald es Reformen gibt und sie dann eigentlich abtreten müssen, beziehungsweise auch sich, gerade jetzt auch zu dieser Explosion, da gab es ja auch etliche Proteste aus einer, ich glaube, von der Hezbollah und aus dieser Richtung, weil die ja wissen, dass sie da irgendwie Dreck am Stecken haben und da gab es dann auch Proteste oder Proteste klingt schon so klein, da gab es Unruhen im November gegen diesen Richter, weil der halt das einfach aufdecken wollte oder aufdecken will. Also man versucht auch einfach viel zu verhindern und verhindern bedeutet dann auch, dass man Reformen verhindert, weil sobald es Reformen gibt oder geben wird, würde dann auch die Regierung, die sie jetzt an der Macht ist, müsste dann auch die Plätze räumen, weil zum Beispiel Frankreich, Macron hat ja gesagt, wir geben euch Geld, damit ihr wieder euch aufbauen, also das Land aufbauen könnt, aber nur gegen Reformen. So und dann guckst du dir das an, denkst du, was ist denn jetzt das Problem, also mach doch einfach, also man kann das Land ja nicht so ausbluten lassen, aber und es ist wirklich so, man würde jetzt gerne sagen, ja mach doch mal was, ich rede mit so vielen Menschen, die dort sind und dann sagen, es passiert nichts und man weiß gar nicht, wo ist da jetzt eigentlich mal ein Ende, also was passiert, was kommt jetzt noch, knallt es irgendwann? Also um das nochmal, ich habe in meinem Telefonat gelernt, ich habe es auch ehrlich gesagt auch schon bei uns gelesen gehabt, ist es ja wirklich so, im Moment ist es das Land so verfahren, dass du wenige Stunden am Tag Strom hast und solche Dinge. Das war auch schon früher so. Ja, aber jetzt halt in der Corona-Krise, wo die Intensivstationen dann einfach zum Teil nicht betrieben werden können, wo es halt riesige Katastrophen gibt, einfach dadurch, dass die Medizin nicht mehr funktioniert und solche Dinge. Also der Druck ist wirklich groß und theoretisch war das Land ja immer ein Ort, der eigentlich dem sehr gut ging. Also noch eine Kinderfrage, jetzt gibt es ja diese Hisbola, das ist ja nochmal eine Layer, die man gar nicht mehr versteht, wenn man nur Wikipedia liest oder Tageszeitungen. Mir fällt es wahnsinnig schwer, überhaupt noch diese Konflikte sortiert zu bekommen, weil dann werden halt mal plötzlich wieder ein Dutzend politisch engagierte Menschen sind dann tot oder es gibt den nächsten kleinen Kriegsausbruch oder richtige Kriege, wo sozusagen die Politiker auch gar nicht mehr steuern können, was in ihrem eigenen Land passiert. Das ist ja wirklich schrecklich. Ja, also es ist auch tatsächlich so, dass die Menschen dort einfach auch hilflos sind. Alle arbeiten einfach quasi von Tag zu Tag, so habe ich das Gefühl. Also auch wenn ich mit meiner Familie rede. Ich wollte eigentlich im November dorthin, habe dann mich dagegen entschieden, auch um, weil da eben auch diese Unruhen waren. Das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen nicht hinfahre, weil ich, also das ist jetzt kein Grund. Es ist auch eher die Gesamtsituation, dann muss ich dazu sagen, war auch die Hälfte meiner Familie, wie gesagt, in dem Moment auch nicht im Lande. Und dann habe ich auch gedacht, na gut, das lohnt sich jetzt auch nicht. Und weil es ja auch natürlich insgesamt jetzt auch stressig ist, einfach auch Geld zu bekommen, weil du kriegst kein Bargeld mal in den Automaten, kriegst kein Benzin. Also jetzt hat es sich auch ein bisschen erholt, weil Öl oder ja aus dem Iran, glaube ich, kam oder so. Aber dadurch wäre das jetzt auch kein entspannter Urlaub gewesen, sage ich jetzt mal blöd. Man merkt ja, wenn man dir so zuhört, wie du über den Libanon redest und über deine Familie da und die Kultur und sodass du eine unglaubliche Leidenschaft hast. Wie geht es eigentlich dann der Tagesthemen oder Nachrichtenmoderatorin, wenn sie dann merkt, jetzt die neue politische Entwicklung im Libanon wird in einer Minute oder manchmal sogar nur mit ein paar Sätzen nur so angetippt. Und du stehst da im Studio in Hamburg und eigentlich gibt es viel mehr zu erzählen, aber du merkst, es gibt jetzt den Platz dafür einfach nicht. Ja, na, das Problem hatte ich ja sogar noch vorher, also beim ZDF, wo wir dann nur 15 bis 20 Sekunden hatten. Und als eben diese Explosion letztes Jahr war und ich dann da im Studio stand und dann das vorlesen musste oder ja und dann 15 bis 20 Sekunden für so eine Meldung. Also ich sag mal so, ich kann es, ich kann, ich komme trotzdem gut klar, das dann zu machen. Also in dem Moment, das geht schon, aber eher dann drumherum natürlich dann. Also ich schaffe es schon, so eine Distanz zu wahren und auch zu sagen, okay, das ist jetzt mein Job, ich mach das jetzt. Aber es gibt immer, also wir sind ja keine Maschinen und natürlich lässt einen das nicht los. Und da war auch der Punkt, gerade an dem Tag natürlich auch erstmal wichtig, ist irgendwer betroffen? So aus der Familie. Und das war, sobald das geklärt war, war dann auch erstmal, okay, alles ist gut. Aber ich kenne ja auch ein paar Leute, die sind obdachlos geworden dort oder haben Freunde oder Familie verloren. Also ich kann einfach nur sagen, ich bin einfach nur froh, dass eben bei uns niemand zu Schaden gekommen ist. Und ja, aber ich glaube, dass, also es ist schon frustrierend. Klar, das kann ich, glaube ich, jetzt sagen. Deswegen ist auch, glaube ich, so meine Motivation zum Beispiel diesen Podcast zu machen, wo ich mit Menschen rede aus dem Nahen Osten, also die entweder von dort kommen oder da gearbeitet haben oder was auch immer. Einfach mal andere Geschichten zu erzählen und zu erzählen, was auch gut laufen kann oder was auch schön ist dort, weil es sind ja trotzdem normale Länder, wo normale Menschen leben und normalen Alltag haben. Also trotz vielleicht Kriegverhältnisse vielleicht in Syrien oder sonst wo. Also es ist natürlich schwer zu verarbeiten oder zu verstehen. Aber und gerade jetzt im Libanon funktioniert es ja trotzdem. Also das Land hat schon etliche Sachen ausgehalten und ich vertraue irgendwie auch den Menschen dort, einfach da wieder rauszukommen. Ja, weil ich einfach, vielleicht liegt es auch daran, weil ich eben da auch viel in Kontakt mit so Organisationen jetzt gerade bin, wo ich eben sehe, was die da alles machen und anpacken. Und ich hoffe einfach, dass da nicht irgendwas Höheres jetzt noch kommt, die das verhindern wollen oder was das verhindert. Also weil dieses Land hat enorm viel Potenzial und eigentlich sind alle Konflikte nur daraus entstanden, dass die Nachbarländer irgendwie da drumherum irgendwie Probleme gemacht haben. Also das Land an sich hat ja keinen Konflikt so von sich aus gemacht, sondern was du schon gesagt hast, dass die Palästinenser sind geflüchtet in den Libanon. Daraus ist dann der Bürgerkrieg dort entstanden. Dann die Hezbollah ist ja aus dem Iran, sag ich jetzt mal so ein bisschen, ich will das jetzt auch nicht, das ist jetzt einfach gesagt, aber es sind sozusagen immer Mächte, auch Saudi-Arabien. Wenn du jetzt dann die sunnitische, muslimische Gemeinschaft dann siehst und dann die dann mit den Schieten zusammen da, also gegen die Hezbollah sozusagen arbeitet. Also das ist auch manchmal verrückt einfach, gerade weil es einfach konfessionelle Konflikte manchmal sind, die dann politisch ausarten oder andersrum. Aber das ist so, der ganze Nahe Osten ist ja auch sehr komplex. Also das habe ich ja auch im Studium kennengelernt, was es aber auch wiederum sehr spannend macht. Aber deswegen finde ich auch so religiöse Konflikte eigentlich teilweise noch viel, viel gefährlicher manchmal. Welches Verhältnis hast du zum Glauben? Gar keins. Noch nie gehabt? Doch, also insofern, dass meine libanesische Familie, wie ich schon gesagt habe, die sind ja katholisch, also maronitisch. Und also darüber habe ich natürlich Berührungspunkte gehabt. Logischerweise gerade eigentlich sogar sehr, sehr viel, würde ich behaupten, weil immer wenn ich dort war, in den Sommerferien oder auch die letzten Jahre, bin ich auch immer mit in die Kirche gegangen. Als Kind bin ich immer mit in die Kirche, durfte mich auch immer in die Schlange anstellen, wo man dann diese Obladen bekommen hat, fand es immer ganz toll, habe es aber nicht verstanden, habe das alles mitgemacht, sage ich jetzt mal, Weihwasser irgendwie ins Gesicht und sonst was. Aber ich habe es nie verstanden und habe auch, also was heißt nicht verstanden, aber es hat mir nichts gegeben. Und dann meine deutsche Familie ist halt atheistisch. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine gespannende Mischung, also Vater mit maronitischem Glauben. Ja, aber der ist auch nicht so besonders gläubisch. Also nee, also ja, aber ich hatte in meiner, ich hatte auch immer ganz interessante Diskussionen mit ein paar Cousinen und Cousins, die, also ich sage immer, ich habe die ganze Bandbreite an Frömmigkeit gehabt in meiner Familie, weil es gab welche, die waren so, ach naja, ja, wir glauben daran, aber ich habe trotzdem wechselnde Partner und so weiter. Und dann hast du eben die, meine strenggläubige Cousine, die auch Religionslehrerin ist, so. Und das habe ich so von der einen Seite zur anderen. Und mit der zum Beispiel habe ich dann auch viel über Jesus Christus geredet und sie mir dann auch sehr oft, also jedes Mal, wenn ich da war, auch immer gefragt hat, ob ich denn jetzt zum Glauben gefunden hätte. Und also ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie, das ist jetzt nichts Belustigendes oder sowas, sondern ich fand es einfach spannend zu sehen, wie sie auch immer so das Vertrauen hatte, dass das irgendwann mal zu mir kommt. Einfach auch darüber, dass wir immer so viel geredet haben darüber, weil ich mich ja auch dafür interessiert habe, wie sich das anfühlt. Also so blöd das jetzt klingt. Weil sie hat mich immer gefragt, naja, aber du musst doch an irgendwas glauben. Ich habe gesagt, nee, ich glaube an mich und will aber wissen. Also ich fand das immer auch schon als Kind irgendwie ein ulkiges Gefühl, da ist jetzt irgendwas im Himmel, was offenbar jetzt Einfluss auf mich haben soll. Mal ganz untergebrochen. Und ich habe aber für mich verstanden oder ich verstehe, warum Menschen glauben und daraus Kraft schöpfen. Ich finde das total super. Aber andere tun es halt aus anderen Dingen. Und ich finde, das ist einfach eine Sache. Jeder soll sozusagen das nehmen, womit er sich wohlfühlt. Und ich freue mich über alles, worin Menschen sich ihre Kraft nehmen und sich wohlfühlen, positiv denken, stärken nehmen und den Menschen was Gutes tun. Aber sobald das irgendwie in die fanatische, negative Richtung geht, ist das egal, welche Glaubensrichtung oder auch welche Ideologie, ist mir völlig egal, geht, ist es bei mir vorbei. Woher nimmst du deine Kraft? Naja, schon auch viel aus Zeit mit mir selbst. Klingt ja so komisch, aber so Me-Time, wie man es ja heute so schön sagt. Also ich kann sehr gut alleine sein. Ich mag es auch sehr gerne, auch Sachen alleine zu machen. Ich verreise auch sehr gerne alleine. Also im Sommer? Oder, ja, also nicht jetzt ständig, aber so. Also ich finde es auch manchmal sehr schön, einfach nur meinen Tag alleine irgendwo sich zu entspannen oder sowas. Oder vielleicht liegt es auch daran, das habe ich auch schon überlegt, weil ich ja in meinem Job schon sehr viel rede. Ich habe auch mal überlegt, wenn ich mal in so ein Schweigekloster gehe und einfach mal gucke, wie sich das anfühlt. Wart ihr da schon mal? Nee. Es gibt nur einen tollen Dokumentarfilm, den ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren mal gesehen habe, über dieses, ich habe leider den Titel vergessen, aber über ein Schweigekloster und dachte damals schon auch, das muss irgendwie schon sehr interessant sein. Also ich weiß nicht, aber ich habe immer Angst, dass man dann zu viel grübelt, aber wahrscheinlich Ah ja, wieso hast du Angst davor? Weil ich viel grübele. Ja? Ja, das ist so. Ich sage mal, das habe ich von meiner Oma, die kann auch mal schlecht einschlafen. Und du grübelst dann vorm Einschlafen? Naja, ich, mein Kopf steht irgendwie auch immer nicht so richtig still. Also ich habe schon Schwierigkeiten noch abzuschalten, aber das ist auch, ja, also ich nehme mir auch nicht mehr so viel vor. Ich hatte auch echt mal Phasen, wo ich zu viel gemacht habe, ja. Wo ich dann auch, ja, ob man es jetzt Burnout nennt oder einfach Erschöpfung oder, aber dann habe ich halt auch die, also Veränderungen, also habe ich dann auch Sachen verändert und das hat natürlich dann auch einiges besser gemacht. Gab es da so einen Moment, an dem du gemerkt hast, ich muss was ändern? Naja, das war dann so ein Moment, wo ich dachte, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr zu dieser Arbeit stelle. Also ich will da nicht mehr hin. Obwohl es eigentlich ein Privileg ist. Ja, Privileg ist, das machen zu dürfen und oder überhaupt, ja, eine Arbeit zu haben und gesund zu sein und so weiter. Aber das war ein Moment unter anderem, ja. Also aber auch, dass so privat, dass man auch selber ungenießbar wurde oder man sich selber ungenießbar fühlte, dass man auch irgendwie so abstumpfte. Also, dass man einfach nicht mehr an sich rankam, ne. Also das, ja. Und das Gute daran ist ja, wenn man dann merkt, okay, man, ich kann was ändern. Ja, naja, im Endeffekt ist ja in so einem Moment manchmal schwierig, das auch erstmal selber zu reflektieren, zu sagen, das habe ich jetzt, das Problem, weil das fiel mir wirklich schwer. Weil du es eben auch nicht so in dem Sinne merkst. Du denkst ja, irgendwas ist komisch, aber meistens fällt es ja den anderen auf. Und ob es ja der Partner ist oder die Familie und so weiter. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass ich da von außen eher auch ehrliche Meinungen bekommen habe, die dann gesagt haben, Aline, dir geht es nicht gut oder du siehst nicht gut aus oder was auch immer. Weil es bringt einem ja nichts, wenn du am Ende dann kaputt gehst und die Leute alle dir nur sagen, alles ist super, alles ist toll. Also deswegen bin ich auch sehr dankbar immer für ehrliche Kritik, konstruktive Kritik, weil ich finde das, also ich finde sowas total wichtig. Weil es bringt, finde ich, niemanden was, als wenn du nur in die Höhe gehoben wirst und am Ende weiß keiner, was mit dir ist. Ja, das ist ja eigentlich auch toll, dass du dann sagst, du hast im Umfeld von Freundinnen, Freunde, Partnerinnen, Partner, Familie, die dir dann auch wirklich offen das offenbar ja gesagt haben, was ja auch nicht so leicht ist. Nee, aber also ich würde jetzt mal auch so behaupten, dass in meiner Familie ist man sehr geerdet. Also das liegt vielleicht auch eben an, ob es jetzt Schicksalsschläge sind, an Erfahrungen wie aus dem Libanon oder so, auch so Verbindungen mit Privileg oder zu sehen, also meiner Familie im Libanon, die haben das und ich habe aber in Deutschland vielleicht das und kann reisen, kann dies, das. Also ich bin schon relativ früh mit Krankheit, mit Tod, mit Privileg haben und nicht haben konfrontiert gewesen. Das klingt jetzt auch so groß alles, aber weil mich schon sehr viele Leute auch mal gefragt haben und dann habe ich das auch mal so für mich mal so reflektiert und überlegt, naja, vielleicht liegt es auch schon daran an solchen Sachen, wenn du es sehr früh erlebst, dass vielleicht jemand in deiner Familie fast stirbt und das furchtbar ist und du dann einfach merkst, wie schnell sowas vorbei sein kann und dann einfach, dass dich das prägt. Und das hat ja, stelle ich mir zumindest vor, ja auch damit zu tun, dass man irgendwie damit zurechtkommen muss, dass das ja auch ein bisschen zufällig ist, weil ich meine, dein Vater ist halt nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Vielleicht hätte er auch da bleiben können. Ja, oder zurückgehen. Er müsste ja eigentlich, hätte er zurückgehen müssen. Weil das Stipendium, was er ja hatte, war ja dann irgendwann zu Ende mit dem Studium. Und meine Mutter, also ich war schon da, glaube ich, meine Mutter war auch schon fertig mit dem Studium. Das war, glaube ich, 89. Naja, und dann war erst mal schnell heiraten und also nicht deswegen jetzt nur, sondern auch einfach, um als Familie zusammen zu sein. Und dann kam, blöd gesagt, Gott sei Dank auch so ein bisschen die Wende in dem Fall. Also in dem Fall war es auch, weil sonst hätte mein Vater, glaube ich, zumindest erst mal wieder zurückgemusst und dann hätte man irgendwie das anders gemacht. Aber weil er ja, weil im Grunde hat er ja nur sozusagen eine Aufenthaltserlaubnis gehabt für diese Zeit während des Studiums. Und ja, so ist das manchmal, ne? Ist ja interessant. Das heißt, wenn du sagst, du bist ein Einheitskind, dann hat es tatsächlich ja auch die Art, wie du aufgewachsen bist, ganz wortwörtlich. Na, wir werden, also das haben mir meine Eltern mal erzählt, wir werden, glaube ich, weil ich glaube, die hatten wirklich eine Ausreisegenehmigung beantragt damals. Wir wären dann wahrscheinlich in Libanon gegangen, vielleicht sogar. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Ja. Und wer weiß, was dann gewesen wäre, ne? Das ist doch irgendwie auch spannend. Wie haben sich deine Eltern eigentlich kennengelernt? Auch in Leipzig während des Studiums. Sie haben beide dort studiert. Also, ich glaube, im Studentenwohnheim. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Aber es war nur lustig, weil ich letztens auch bei einer Sendung mit Kai Pflaume war und mein Vater kennt Kai Pflaume noch aus dem Studentenwohnheim. Ah, aus dem Studentenwohnheim. Der ja aus Leipzig kommt. Genau, der kommt aus Leipzig. Der ist aber auch jünger als mein Vater. Also, der war da noch jünger und der hatte damals eine Freundin dort im Studentenwohnheim. Und das war eine Freundin von meinem Vater. Wir hatten übrigens, es klingt wieder, weil es wieder Post gibt wahrscheinlich, Aber sag mal, Kai Pflaume war doch... War der auch schon bei euch? Nein, nein, der war nicht bei uns. Aber ich habe so das Gefühl, dass schon mal jemand erzählt hat, dass Kai Pflaume mit einer Freundin im Studentenwohnheim... Unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden uns darauf hinweisen. Ich schaue mal, es ist Essen gekommen. Es ist Essen gekommen? Ich schaue jetzt mal kurz nach und bin gleich wieder aus der Küche zurück. Können wir das noch ein bisschen bei Ostdeutschland bleiben? Das Schillernde ist ja, also es gibt ganz viele Äußerungen von dir, wo du sozusagen über den Osten reflektierst oder Ostgeräte fotografierst und solche Dinge. Wie wichtig ist denn das heute noch? Und ich muss vorausschicken, wir haben hier Tage schon über dieses Thema gesprochen. Also, wie blicken verschiedene Menschen auf dieses Ost-West-Thema und so weiter? Wie reflektierst du das heute? Wie identitätsstiftend ist der Osten in dir? Naja, ich betone ja immer, dass ich eben ostsozialisiert bin, weil mir ist schon wichtig, dass ich jetzt nicht als jemand dastehe, der jetzt sagt, ich weiß, wie die DDR funktioniert hat, ich habe da drin gelebt oder sonst sowas. Das stimmt einfach faktisch nicht. Und ich kann ja auch nur das wiedergeben oder das mitnehmen, was mir meine Familie mitgegeben hat. Also die Geschichten von dort, die Emotionen von dort, die Gefühle und die Erinnerungen. Und genau, und das versuche ich einfach auch zu verbinden, beziehungsweise, Vorsicht, ich erstelle. Und wieder Unfälle. Ja, das, was wir auch schon am Anfang angesprochen haben, ich glaube, das ist auch der Punkt, dass die Ossis, wenn man so will, auch noch viel mehr über diese ganze Thematik sprechen als jetzt die Wessis. Weil sich für die Ossis ja nun mal viel mehr verändert hat als für die Wessis. Also ich sage immer, im Westen hat sich nur die Postleitzahlen verändert und im Osten hat sich alles verändert. Und ich glaube, das größte Problem war einfach, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, was ich eben auch in meiner Familie mitbekommen habe, dass man einfach den Menschen ihre Identität nicht mehr oder abgeschrieben hat oder sie nicht mit dem, was sie mitbringen als Mensch und Erinnerungen, die ja auch positiv gewesen sind, einfach abgeschrieben hat. Einfach gesagt hat, das ist nicht, das war es, das ist nicht wichtig gewesen. Der Mensch, der du damals warst, der bist du jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das war der größte Fehler, würde ich sagen. Einfach diese Wertschätzung, die fehlte. Gar nicht jetzt unbedingt, dass die Leute jetzt alle mehr Geld haben wollten oder ich will jetzt ein tolles Auto und kein Trabi mehr oder sowas, sondern wirklich diese Wertschätzung, Respekt und einfach zu sagen, ihr seid Menschen, die in einem anderen System gelebt haben, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ihr jetzt alle bei der Stasi wart oder so. Also das ist so, und das kriege ich oder habe ich einfach so mitbekommen beziehungsweise auch wenn man mit anderen, die aus der Zeit kommen oder gelebt haben oder wahrscheinlich, wenn ihr mit Jana geredet habt, oder hat die das vielleicht auch so gesagt. Und ich glaube, heutzutage fehlt da einfach noch viel Dialog, habe ich manchmal das Gefühl, zwischen den Menschen. Wenn wir gerade bei Jana sind, also ein Thema, über das wir mit ihr auch gesprochen haben, was mich schon auch beschäftigt hat, ist, sie steht natürlich für einen sehr bestimmten Blick. Ja, und was mich jetzt fast schon wieder irritiert, wie sehr man das auch kultivieren kann, dass es den Osten gab oder das sozusagen, was machst du da? Machst du ein Foto? Ja. Ich habe mich ja ums Essen gekümmert. Was ist denn hier los eigentlich? Das ist nur Dokumentation. Ich muss das dokumentieren hier, was hier vor mir liegt. Also wir versuchen ja immer, interessante Köchinnen und Köche zu beauftragen. Wir können ja darüber reden, weil wir zwar eigentlich alles… Warum habt ihr eigentlich etwas Libanesisches bestellt? Wir haben diesmal… Leider israelisch. Wir haben diesmal marokkanisch, jüdisch, von einem Koch, dessen Familie aus Marokko kommt, der in Israel aufgewachsen ist, jetzt in Berlin lebt, Juwal Belhans von Kiddush. Und der hat uns auch hier das ganze Menü aufgeschrieben. Ja, der ganze Tisch ist voll. Aber der Wein ist aus Libanon, sehe ich gerade. Nein. Ach was. So, genau. Auch von dir. Aber den müssen wir ja gleich mal köpfen, oder? Genau. Libanesischer Wein. Es ist ja auch bereits 14.28 Uhr. Wusstet ihr übrigens, darf ich das noch kurz sagen, heute ist der 17. Dezember. Es ist jetzt 14.28 Uhr und vor zehn Minuten ist der CDU-Vorsitzende gewählt worden. Wer ist es? Na, Merz. Merz. Ja, Merz. Darüber reden wir später. Jetzt erst mal ein Wein auf den Schreck. Er hat sich so lange angetreten, bis er gewählt wurde, oder? Kann man das so sagen? Ich finde, ich habe größten Respekt dafür. Ja, immer wieder. Ja. Oder? Weil Erfolg ist oft nur eine Funktion von dranbleiben. Man bleibt halt dran. Man steht wieder auf und macht es nochmal. So, also ich, ähm, kann ich mal so ein bisschen essen essen. Ich habe übrigens, also worüber wir noch nicht gesprochen haben, weil wir hier über Essen reden, unsere Gästin hat uns ja Kekse mitgebracht. Ja, danke für die Kekse. Was sind das für Kekse? Das ist ja wirklich ganz schön. Das ist nicht vegan, falls das irgendwie wichtig ist. Also, das ist so ein Potpourri, ein Potpourri an, was ich zu Hause hatte, zusammengemischt und daraus Kekse gebacken. Ach so. Ja. So toll. Selbstgebackene Kekse. Ja, die sind selbstgebackene Kekse. Ja, sicher. Ich komme doch hier nicht mit so gekauften Keksen. Und was ist da jetzt genau drin? Zum Beispiel diese dunklen. Welche jetzt? Also das sind Porridge-Kekse. Porridge-Kekse? Ja, also die könnten ein wenig trocken sein, aber mit Karob-Sirup. Was für ein Sirup? Karob. Sagt ihr das was? Das ist, weiter, Johannesbrot, Baum, Sirup. Das ist so ein, ja, das ist auch sowas typisch Orientalisches, wenn man so will. Der schlechte Öffner wieder. Ich lese es einmal hier vor. Diesen Öffner hat Tim Raue schon sehr gehasst. Ah, jetzt geht's. Ja. Wollen wir Weiß oder, also wir wollen schon den libanesischen. Ja, unbedingt. Das ist derselbe. Ja, ja. Ja. Nee, 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 wir haben doch Weißwankle. So strengen sie mich hier nicht, oder? Nee, ich, ich. Ich muss ja an die Wahl. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Nein. Du trinkst gar keinen Alkohol? Eigentlich nicht, nee. Gar keinen Alkohol? Überhaupt keinen Alkohol? Ja. Also gar nicht oder nur im Podcast nicht? Nee, gar nicht eigentlich. Aber ich würde, also ich mag, ich bin ja eher der Weißwankle. Ah ja, das ist, nee, der macht ja Weißwankle. Der ist ja auch libanesisch. Alles gut, aber ihr süffelt den eh aus. Das ist, die sind ja gut. Natürlich. Hervorragend. Wir haben auch Limonade, genau. Wir haben auch Limonade. Sie auch von dem Laden? Die ist auch von Juba Bellhans. Jetzt schaue ich gerade mal hier, damit ich nichts Falsches vorlese. Juba Linsen. Pink Lemonade. Die ist selbst gemacht. Die sieht sehr gut aus, oder? Ja. Guck mal hier, ich habe hier noch... Vielleicht haben wir noch ein Glas. Du trinkst keinen Wein, aber Weißwein würdest du... Vielleicht, oder? Naja, also wenn es nicht... Nee, dann trinke ich lieber die Limonade. Du kannst mir die da reinmachen. Ja, dann sieht es so aus, als würde ich Rotwein trinken. Die sieht aber toll aus, oder? Ja, danke schön. Wie sieht das so aus? Mit Minze. Minze auch drin. Richtig. Da ist rote Beete drin. So, jetzt ist der Weiße auch offen. Aber ein Schlückchen. Jetzt hast du kein Glas. Du, alles gut. Ich sollte dir ein Weinglas geben, weil ich trinke auch gerne Wein aus Wassergläne. Ja, ja, ich auch. Ich habe letztens ein alkoholfreies Bier aus einem Weinglas getrunken. Das war auch lustig. So, einmal zum Anstoßen. Soll ich noch ein Glas trinken? Nö, nein, ich trinke ein Glas. Christoph, hast du auch noch ein Trim? Dankeschön. Lest einmal kurz vor. Es ist auf Englisch, Kiddisch Menü bei Yuval Belhans. Yes. Also Homemade Jewish Challah Bread, das mit Tahini und Samba serviert wird. Das ist das, was hier steht. Wie ein Google-Hupf, ne? Ja, genau, steht hier vor uns. Dann gibt es den marokkanischen Karottensalat. Ich übersetze hier so ein bisschen Paprika und Orange. Dann gibt es einen Quinoa-Salat mit Gurke, also Mandeln, Cranberry und frischen Kräutern. Dann gibt es einen Linsensalat, den sehen wir hier auch. Ja, der finde ich jetzt schon. Mit Roasted Sweet Potato, also Süßkartoffeln, grünem Chili und, ja genau, grünem Chili. Dann gibt es den Beetroot Salad, also rote Beete mit den Nüssen, sehen wir auch, und Kräutern. Und bei den Hauptgängen ein Couscous mit karamellisierten Pumpkin. Hilf mir kurz. Kürbis. Kürbis. Langsam gekochtes Rind mit Zwiebeln. Langsam gekochtes Rind. Und Risotto. Es gibt noch Risotto mit Koriander. Also es klingt alles wahnsinnig toll. Da drüben ist auch noch was. Da sind noch mehr Schüsseln, Christoph. Die hast du alle nicht geöffnet. Und ich habe noch, es sind 20 Schüsseln, die hier auf dem Tisch stehen. Ich gebe euch mal die anderen. Was ist hier im Moment? Und der Wein ist tatsächlich von Chateau Sava. Oh, das Wichtigste hast du vergessen. Soße. Blonde Blonde. Soße. Wie heißt die Soße? White Wine. Nee. Nee. Zeig mal. Das ist doch Hummus. Das ist kein Hummus. Barbaranouche? Nee. Nee, das ist nicht Barbaranouche. Das ist hier Sesam-Dings. Tahini. Tahini. Achso. Das ist Tahini, oder? Das heißt vergessen, habe ich doch erzählt. Das ist kein Hummus, das ist Tahini. Ja, Tahini. Habe ich vorhin erinnert. Naja, aber Tahini ist ja nur das Sesam-Mousse. Also die Soße, das ist ja richtig zusammengehört. Das nennt sich eigentlich Tarator. Served with Tahini and Sal. Moment, jetzt muss ich nochmal hier. Ja, genau. Ich dachte, Tahini ist diese Sesam-Soße. Ja, Tahini ist ja eigentlich nur dieses Sesam-Mousse. Aber viele verwenden das ja sozusagen als allgemein, das ist jetzt die Soße. Und die Soße ist gar nicht Tahini. Naja, also im Libanon heißt das Tarator. Äh, die Soße. Also das bedeutet, du mischst Tahini mit Knoblauch, Zitrone, Wasser, Salz, Pfeffer. Dann entsteht daraus die Soße. Für Falafel zum Beispiel. Und die heißt Tarator. Jochen, bestell. Danke. Ich habe das noch nie. Ich habe Hummus. Und die sieht auch sehr cremig aus. Und das Brot ist warm. Das Brot ist warm. Warte, ich mach mal, wie kann ich jetzt das bleiben? Boah, wir machen hier so viele Geräusche heute. Das ist toll. Das ist jetzt so ein Geschmackspodcast. Ja, natürlich. Ohne Geruch. Der geheime Food-Podcast. Ja. Ich reiß dir mal das Papier. Ach, das ist doch dieses Schabbatbrot, ne? Genau. Oder wie heißt das? Nee, wie ich will. Das sieht aus wie Google-Cup. Schala-Bread. Schala, ja so. Ich war ja so. Ich schneide mal so dick ab, ne? Also wenn ich meine Favoriten... Ola die Waldfee. Mein Gott. Langsam gekocht. Warum habe ich vorher zu viel gegessen? Das ist echt nicht gut. So, hier ist das langsam gekocht. Guck mal. Das muss ich auf jeden Fall probieren. Danke. Hier ist auch noch Rindfleisch. So, Maria, redet mal weiter, während wir hier essen. Maria hat auch noch eine Portion. Wir stoßen einmal an. Jetzt können wir wirklich an. So, nämlich mal so. Prost. Prost. Einmal für den Sound. Man sagt auf Arabisch Saha. 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 Gesundheit. Saha. Prost. Allah. Prost. Nasht-Rovye. Skoll. Was sagt man? Was kann man... Was kannst du noch? Auf Türkisch sagt man... Prost kannst du ja... Nee, weiß ich gar nicht. Du bringst türkische Männer zum Wein. Du kannst nicht Prost auf Türkisch sagen? Konnte ich bestimmt mal. Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß leider auch nicht mehr. Es kam nie zum Prost, weil ich sie zum Wein gebracht habe. Stimmt, dann war es vorbei. Bitte kein Tahini... Nee, wie heißt die Soße? Du, wahrscheinlich... Das sieht ein bisschen anders aus als das, was ich... Also das ist sehr cremig. Stimmt das gar nicht. Ja doch, Tahini. Nochmal. Das sieht eigentlich eher aus wie Vormos. Tahini und Samba. Samba. Was ist denn das dazwischen? Ist das irgendwas Scharfes? Naja, wir werden es probieren. Also ein bisschen... Guten Appetit. Ein bisschen Essen dürfen wir schon. Vielen Dank fürs Essen. Danke, Christoph. Gerne an Yuval Bellhans. Wie heißt das Restaurant? Yuval Bellhans. Er hat kein Restaurant zurzeit. Er hat gar keinen Restaurant. Er hat einen eigenen Essenslieferservice. Alter, das ist ja... Catering. Aber das ist wirklich exklusiv für uns gemacht. Oh, das ist ja toll. Moment, noch haben wir nicht... Oh, doch, ist sehr gut. Also, Kiddush. Man kann unter Kiddush erreichen. K-I-D-D-U-S-H. Yuval Bellhans. Y-U-V-A-L-B-E-L-H-N. Weißt du, was ich am Wochenende mache? Das ist wirklich gut. Probier auch mal hier. Hast du ein libanesisches Leibgericht? Und gibt es eigentlich so ein Ossi-Leibgericht? Was ist das Ossi-Leibgericht? Ossi-Leibgericht ist bei mir Quarkholzchen. Ah, kenn ich. Du kennst sie? Natürlich. Echt? Ja. Und als Wessi? Ja, natürlich. Es gibt einen Stand an dieser Heim-U-Bahn. Wie heißt die U-Bahn? Im Prenzelberg, wenn du den Berg runterfährst... Nee, Moment. Moment, nicht die Quarkholzchen aus dem Weihnachtsmarkt. Nein, aber Quarkholzchen? Nee. Dann bist du jetzt auf dem falschen Weg. Völlig falsch? Nee, es gibt ursprünglich sächsische Quarkholzchen. Du wirst das wissen, oder? Du kennst die doch, ne? Ja, guck, ganz betroffen. Bin ich jetzt komplett auf... Diese runden Ding? Nee, eben nicht. Das sind eben nicht... Nee, das ist doch nix Ossi. Das ist doch nur so ein Fastfood auf dem Weihnachtsmarkt. Nee, Quarkholzchen sind die besseren Pancakes. Pancakes, weil bestehen fast zu 90 Prozent nur aus Quark, Magerquark. Und der Rest ist ein bisschen Mehl, ein bisschen Milch, ein Ei oder sowas. Und die machst du, das röst, das ist so easy. Meine Mutter hat das früher ständig gemacht, so zum Frühstück oder so. Kannst du herzhaft essen, kannst du typischerweise mit Apfelmus, ne? Aus dem Spreewald, war bei uns immer. Oder Zimtzucker oder sowas. Und das machst du wie Pancakes. Nur ich finde die viel, viel besser, weil die einfach nicht aus Backpulver bestehen. Und nochmal, jetzt habe ich wieder so einen Tahini-Moment. Die runden Dinger, aber nie war ich davon. Die hier? Nee, die runden Quarkholzchen. Achso. Wie heißen die? Also, ich dachte, dass... Die, die du jetzt denkst, die heißen ja auch hier Quarkholzchen. Aber es sind jetzt nicht die, die ich meine. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Korrekte, korrekte, sächsische Quarkholzchen. Ja, genau. Ach, das habe ich auch schon gegessen und zwar in... Sachsen. Leipzig. Siehste? In Leipzig habe ich das gegessen. Diese Pfannkuchen. Die sind so platt. Das sind quasi, die sind tatsächlich... Wie Pancakes, nur sind einfach viel geiler. Ja, ich erinnere mich. Und die heißen Quarkholzchen, aber die runden heißen auch Quarkholzchen. Ja, aber einfach... Das sind so frittierte Runden und Klöpfen. Ja, aber das ist jetzt nicht das... Okay, Leute, schreibt uns... Aber ich habe echt schon sehr viele Freunde oder bekannte Familie, was auch immer, gerade auch im Westen, mache ich die immer zum Branschen oder so und dann seitdem können die auch nichts anderes mehr essen, so ungefähr. Ja, weil du, wenn du das einmal gegessen hast, dann schmecken die Pancakes, die schmecken ja nach nichts, ne? Das ist ja nur Backpulver und dann machst du halt einen Haufen Soße rauf. Ja. Sonst schmecken die nach nichts. Und da ist halt Quark drin. Das ist halt auch noch irgendwie ein bisschen nährreicher. Ja. Du kochst gerne, ne? Ich koche gerne, ja. 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 Also es ist auch Meditation tatsächlich. Gerade wenn du so... Ja, doch. Also wenn du viel mit dem Kopf machen musst, viel lesen musst und so und dann, wenn du dann anfängst zu schnippeln, das ist für mich irgendwie Meditation. Was ist dein Lieblingsgericht, was du selber kochst? Was ich selber koche? Also eigentlich alles mit Fisch ist immer... Ich liebe Fisch. Ich bin halt... Das liegt, glaube ich, auch mit dem Lieberneuen zusammen. Mein Vater sagt ja auch mal von sich selbst, er ist im Wasser geboren, weil das nur mal am Wasser liegt und Fisch oder Meeresfrüchte sind einfach was sehr Besonderes und damit ist jeder aufgewachsen. Mein Opa ist immer geangelt. Wir haben... Ich nehme mal diese Linsen. Ja. Wir haben... Also ich bin ganz oft mit meinem Vater angeln gewesen. Wir haben auch Seegel geangelt, wie man so schön sagt. Hast du schon mal Seegel gegessen? Ja, ja, ja. Ich habe die auch selber geerntet. Man erntet die ja mit so einem Messer, weil die sind ja so festge... Dann schneidet man die ab. Die sind so fest an den Steinen und dann musst du die so aushebeln, sonst kriegst du die nicht ab und dann kannst du das direkt so roh essen. Das ist so orangenes Fleisch. Ich habe das mal in Paris gesehen. Ist jetzt nichts, was man jeden Tag essen muss. Also es ist... Für meinen Vater ist das so Delikatesse. Und dann mit libanesischem Brot so und dann... Roher Seegel. Ja. Direkt aus dem Meer geschnitten. Das ist eine Delikatesse. Aber ich... Also ja. Und dann hat ein Onkel von mir, also der Cousin von meinem Vater, hat ein sehr gutes Fischrestaurant auch im Libanon. Das ist auch im ganzen Land bekannt. Aber so ein ganz kleines Teil sieht echt noch aus wie aus den 60er, 70er Jahren. Und trotzdem ist es noch so richtig authentisch. Aber der ist halt einfach mega bekannt trotzdem. Wie heißt das? Samik Armschid. Samik heißt Fisch auf Arabisch. Und Armschid ist der Ort, wo das ist. Und... Jetzt werden da in den nächsten Wochen und Monaten... Und noch mehr Leute. Alles gesagt. Grüß bitte alle meinen Onkel Pierre. Aha, Grüße. Auch französischer Vorname. Ja. Und das Restaurant läuft noch? Gibt es das noch? Du hast ja beschrieben, man stemmt sich quasi gegen den Wahnsinn und macht einfach weiter. Ja, man macht einfach weiter. Also das ist, glaube ich, also würde ich jetzt sagen, auch da sehr typisch. Egal wie furchtbar die Lage ist, irgendwie kommen die Leute, machen weiter und kommen klar. Oder kommen auch nicht klar. Es gibt ja häufig Leute, die nicht klar kommen. Also ich habe gestern auch eben gelesen, dass die Selbstmordrate enorm angestiegen ist, natürlich. Das will man jetzt gar nicht irgendwie alles kleinreden oder so. Weil einfach die Menschen nicht mehr wissen, wohin mit ihren Ängsten, weil sie kein Geld mehr haben, ihre Familie nicht ernähren können oder so. Also ich sage mal, so meiner Familie geht es eben, wie gesagt, im Vergleich zu anderen noch, glaube ich, sehr gut. Aber, also zum Beispiel momentan sammle ich auch immer Medikamente und die noch über meine Mutter praktischerweise. Die, äh... Pharmazeutische. Genau. Diplom-Ingenieur für Pharmazie. Ja, liebe Grüße. Und dann verschickt ihr das? Ja, weil, also manchmal haben die ja auch so Sachen, die sie nicht mehr, also die Leute nicht abgeholt haben oder die kurz vorm Ablaufen sind, sage ich mal, die man aber noch verwenden kann. Das ist ja alles nicht schlecht oder so. Und was wir dann da hinschicken können. Also ich versuche schon irgendwie immer an allen Enden irgendwie mitzumachen oder mitzuhelfen. Also das ist so das, wo ich, also auch damals, als ich, äh, als diese Explosion war danach und eben wusste, ich kann da jetzt nicht hinfahren, habe ich dann irgendwie die ganze Zeit Social Media Sachen gemacht, habe fürs ZDF so, sozusagen, ähm, auch so, ähm, Storys gemacht und einfach berichtet so ein bisschen oder Spendenaufrufe gemacht und so. Weil ich dann irgendwie dachte, ich muss irgendwas, irgendwas muss ich machen, also damit ich mich halbwegs gut fühle, sage ich jetzt mal, blöd. Man soll ja immer so ein bisschen vorsichtig sein mit dem Stichwort so Mentalität, ja, also weil du schon am Anfang auch gesagt hast, ist es so wichtig, nicht immer zu verallgemeinern, sondern sich genau einzelne Menschen anzuschauen. Also jetzt mit deiner Erfahrung, also einerseits die libanesische Familie und die Kämpfe und Auseinandersetzungen dort und dann die ostdeutsche Familie. Gibt es denn sowas wie eine ostdeutsche Mentalität? Frag ich als Westdeutscher. Ja, Mentalität, ist jetzt die Frage, das ist auch Identität. Naja, je nachdem, wo man so herkommt, aus Quarkkölchen-Country oder die Sachsen sind so. Ja, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie man sich so und auch wie man, was man jetzt unter Mentalität so versteht, also ich will da mal gar nicht das irgendwie so definieren müssen. Also ich finde das einfach, ich glaube, mir ist eigentlich nur wichtig, dass man akzeptiert, dass es eben verschiedene Kulturen gibt, verschiedene Menschen mit verschiedenen Biografien und dass alle diese Perspektiven mitbringen und alle wichtig sind. Also deswegen finde ich es auch wichtig, dass eben beispielsweise Redaktionen gemischt sind oder die Politik, der Bundestag gemischt sind oder wie auch immer. Ist ja ja auch jetzt mehr, finde ich, finde ich super, jünger und diverser. Weil einfach Deutschland, die Gesellschaft nun mal nicht aus nur einer Gruppe besteht. Und ich weiß, diese ganze mit Ostdeutsch, Migrationsbiografie und dann jüngste Tags in den Moderatoren und so, da wird ja schon sehr darauf rumgeritten und ich verstehe das auch und es ist auch okay. Aber ich nutze es vorwiegend jetzt nicht für mich selbst, sondern ich will damit eigentlich nur zeigen, dass es eben auch geht, dass man eben so sein kann, so ein Hybrid oder so eine Mischung aus was auch immer. Ist ja völlig egal, woher. Und vor allen Dingen, weil ich halt auch damit Menschen motivieren möchte. Also gerade junge Menschen, Kinder, Jugendliche und mir schreiben sehr viele und mittlerweile immer mehr, die mir sagen, ey Aline, ich bin auch halb was auch immer irgendwas anderes oder auch nicht. Halb was auch immer ist gut. Es muss jetzt nicht aus dem Libanon sein oder so. Aber mir hat letztens eine Deutsch-Libanesin geschrieben und sie meinte, ich sei die erste Person, mit der sie sich identifizieren kann im Fernsehen. Und das geht so richtig runter, so wie Öl. Aber das ist vielleicht auch das, worauf ich auch Kraft schöpfe, weil du mich vorhin gefragt hast vielleicht. Also es ist aber auch nicht so, dass ich daran jetzt denke, dann boah, ich bin total toll. Das nicht, sondern ich freue mich dann einfach, weil ich dann denke, okay, diese Person habe ich jetzt irgendwie motiviert oder motiviere sie durch meine Person mit dem, was ich mitbringe. Und wer weiß, wo die in zehn Jahren steht. Und weil ich kann mich noch an meine Anfänger erinnern, vor zehn, zwölf Jahren, als ich mit dem Journalismus angefangen habe, da war die Luft noch ein bisschen dünn, was das betrifft. Also ich kann mich noch eben an Dunja, ist ja ein Beispiel. Und das war Dunja Hayali. Dunja Hayali war damals auch ein großes Vorbild oder ist es immer noch. Und sie war so eine der, wo ich gesagt habe, ja, die ist so ein bisschen wie ich. Nicht, dass es jetzt notwendig war, dass ich das brauchte, weil der Witz ist ja, ich bin ja nie mit einem Migrationshintergrund aufgewachsen. Es war nie ein Thema. Es ist erst ein Thema, seitdem ich im Fernsehen bin vielleicht. Seitdem ich ja so im Arbeitsleben bin, sage ich jetzt mal. Aber vorher, also ich habe mich gestern auch mit zwei Freundinnen getroffen, die eine kennt mich seit dem Kindergarten. Die hat gesagt, das ist so ulkig manchmal, wie die Leute über dich reden oder was so überall in den Zeitungen steht und was so hervorgehoben wird. Und ich dachte doch immer, du bist doch, also dass du Migrationshintergrund hast, das habe ich doch gar nicht gewusst. Ich so, ich selber auch nicht. Also es ist total ulkig. Das wäre auch meine Frage in dem Zusammenhang. Also wird das irgendwie größer wieder? Also ich meine fast, es gäbe so Wellenbewegungen auch vor der Generation, je nachdem, wo man guckt, die irgendwo eingewandert sind und ihre Kinder jetzt haben. Und die Kinder haben schon wieder Kinder. Und man denkt ja dann, eigentlich ist jetzt alles, also so USA zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Jetzt ist es doch mal gut. Und dann geht es erst richtig los. Und die nächste Generation ist dann noch, der Partit ist noch stärker als die vorige. Naja, also ich denke, ich habe letzt, nee, dieses Jahr mit dem, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Aladin El-Mafalani, der ist so ein Bildungsforscher, Wissenschaftler, Soziologe, kann ich total empfehlen. Der hat ganz tolle Bücher geschrieben. Der hat das mal so erklärt auch, warum das jetzt auch sich für viele so ein bisschen nach Überforderung anfühlt, für manche so von wegen, oh Gott, jetzt alle wollen irgendwie ihre Gruppe irgendwie nach vorne bringen. Welche auch immer es jetzt ist, so dann die einen sind ja überfordert mit dem Gender und andere mit diesem Black Lives Matter oder was auch immer. Und das liegt, finde ich, also schon auch daran oder das sagt er ja auch, das fand ich eben richtig, dass sich immer mehr aus diesen Generationen, die jetzt eben also nachgekommen sind und auch hier groß geworden sind, aufgewachsen sind, geboren sind, sich an diesen großen Tisch setzen. Der eigentlich auch groß genug ist, aber trotzdem ist er irgendwann auch sehr eng oder wird es immer enger und dadurch knirscht es dann auch und das immer mehr aus diesen Generationen, ob es jetzt zum Beispiel die libanesische Community ist, also dass da so Menschen wie ich, jetzt blöd gesagt, ja, die irgendwie hier geboren sind, wo einfach der ein Elternteil eben von woanders kam, setze mich eben jetzt auch an den Tisch und möchte daran teilhaben an dieser Gesellschaft oder an diesem Deutschland. Oder warum auch nicht, weil ich fühle mich ja als Deutsche und das wird immer mehr und ich glaube, dass da kommen jetzt einfach immer mehr Menschen ran an diesen Tisch und verschiedene Gruppen und deswegen fühlt es sich, glaube ich, für viele auch so an, so was, also die dann vielleicht Panik bekommen könnten oder denken, hier das Abendland oder also Islamisierung oder wir sind alle nicht mehr deutsch genug oder was auch immer, ja. Also, weil die irgendwie das Gefühl haben, irgendwie jeder will irgendwie ein Stück vom Kuchen haben. Was auch immer Deutschland bedeutet. Genau, genau. Redest du mit deinen Eltern darüber, wie sehen die das? Ist das nochmal eine andere Generation? Also was meinst du jetzt, worüber wir reden? Über das Thema Repräsentanz, öffentliche Repräsentanz zum Beispiel. Naja, also nee, ehrlich gesagt nicht so viel, nicht jetzt, weil es nicht wichtig ist oder weil wir das nicht, man redet einfach, also ich muss gestehen, ich finde diese Diskussion manchmal auch sehr anstrengend. Also es gibt manchmal so, also manchmal will man ja auch einfach mal über ödes Zeug reden und normale Sachen so, ey, was gibt's zu essen oder, ne, oder Mutti, hast du Eier für mich eingekauft? Also, weiß ich nicht. Und, aber ich, also ich glaube, meinen Eltern fällt das jetzt nicht so auf. Also, ich glaube aber, ich weiß einfach noch, was ich immer ganz schön fand, ist, weil gerade dieser Aspekt so, der Osten ist immer rechts und so. Und meine Mutter hat immer gesagt, dass sie das irgendwie, also zumindest früher vor der Wende nicht so nachvollziehen konnte oder kann diese Aussage. Weil, ähm, für sie war das damals immer was ganz Tolles, wenn Menschen aus anderen Ländern kamen nach Leipzig, in dem Fall, also wo sie studiert hat oder sie da kennengelernt hat, wie eben auch mein Vater. Weil sie ja darüber, über diese Menschen, andere Länder kennenlernen durfte, was man ja in der DDR nicht so konnte, weil man nicht so weit raus konnte. Und das fand ich, finde ich, total schön. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass andere es anders sehen oder doch anders sehen, aber das ist das, was sie sozusagen mir aus ihrer Welt mitgegeben hat. Und deswegen, ja, habe ich da eben, also das ist auch das, was ich meine mit das, was man von seinen Eltern mitbekommt, ne. Und mein Vater ist auch immer ein sehr offener Mensch und wir, aber wir reden jetzt nicht jeden Tag darüber. Ob wir jetzt, äh, wie soll ich sagen, äh, zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund im Fernsehen haben oder aus Ost-West. Aber ich, ich glaube, ich habe es bestimmt, also es gibt bestimmt mal so Momente, wo ich das auch mal erzähle, weil ich irgendwie irgendwelche Studien gelesen habe, die ich dann mal so per E-Mail bekommen habe, wo ich das dann ganz interessant finde. Weil, was ja doch sehr erschreckend manchmal ist, wie, wie es prozentual dann einfach doch noch nicht so gut aussieht. Also gerade wenn es eben um Migrationshintergrund geht, also Menschen, die einfach irgendwie noch eine andere Biografie haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ob ihr jetzt so das Gefühl habt, ja, das läuft oder, oder da ist schon ganz schön viel im Tun. Aber wenn man so, ich glaube, prozentual sind wir noch nicht mal zweistellig oder so. Ich meine, es ist ja in der jetzigen Bundesregierung zum ersten Mal ein Bundesminister mit einem türkischen Familienhintergrund. Das könnte man sagen, 20, 21. Genau. Und zwei aus dem Osten. Ja, und ich muss die Frage stellen, weil da so ein Jana Hänselding auch ist, die hat mal, oder sie nicht, aber sie hat es aufgegriffen, es gab mal so eine Debatte, sind Ossis eigentlich auch, haben die auch einen Migrationshintergrund? Also werden die eigentlich ähnlich gesehen, ja, oder so behandelt oder haben die auch, du hast von Repräsentation gesprochen, so ähnliche Themen? Und dann haben sich einige sehr darüber aufgeregt, oder vielleicht andere haben gesagt, ja, genau, das trifft es eigentlich. Und jetzt, du bist sozusagen Expertin für beides ein bisschen, ja, du kannst zumindest mitreden. Und wie siehst du das? Gibt es da Parallelen, also die Identität als Ossi und Identität, ich habe eine Familie im Libanon. Gibt es geteilte Erlebnisse, wo man denkt, warum finden wir hier eigentlich nicht statt oder was, die sehen gar nicht, was die Geschichte ist oder so? Naja, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil das, ich weiß gar nicht, ob das Jana sogar gemacht hatte mit der, das war so eine Wissenschaftlerin. Genau. Naika Furtan. Exakt, hatten wir veröffentlicht, riesen Feedback, ja, damals. Und ich fand das ziemlich interessant, weil, also, ich würde mich nie aus diesem Fenster lehnen, da irgendwie jetzt zu sagen, ich wüsste jetzt, wie es läuft oder ob es jetzt so oder so ist, weil, wie gesagt, dazu gibt es, glaube ich, zu viele Meinungen und auch, was auch völlig berechtigt ist. Und ich kann jetzt nur von mir reden, aber, also, die haben das ja auch so verglichen, beispielsweise mit dieser, mit der Flüchtlingswelle 2015, glaube ich, also mit den syrischen Flüchtlingen, die ja auch sozusagen kamen und auch erstmal hier neu anfangen mussten oder auch sozusagen ihre Identität, die sie hatten, nicht wirklich jetzt entfalten durften konnten, wie auch immer. Also, es gibt, also, sicherlich Parallelen in Form dessen, weil, also, ich kann jetzt nur sagen, dass ich weiß von vielen, die aus dem Osten kommen, gerade jetzt zum Beispiel, als ich noch in Mainz war, hatte ich einige Kollegen. Beim ZDF. Ja, beim ZDF, genau. Auf dem berühmten Lärchenberg. Genau, wenn ich da auf den Berg steigen musste. Wenn der Sender sitzt. Dann habe ich da auch ein paar KollegInnen gehabt aus dem Osten und die haben mir dann gesagt, dass sie damals nach der Wende, sind sie in den Westen gegangen und haben dann, immer irgendwie versucht, bloß nicht aufzufallen als Ossi und das habe ich sehr oft gehört, so eine Geschichte, wo ich dann gesagt habe, wie kann das sein, warum, wieso, du kannst doch, also, was sei stolz drauf sein, aber du kannst doch, warum sollst du dich dann jetzt irgendwie selbst in deiner Identität abschreiben oder warum musst du die denn klein machen, so, aber. Was war deren Antwort? Naja, weil sie einerseits, wenn man so will, diskriminiert wurden, wurde mir gesagt, ob es jetzt am Dialekt lag. Die eine hat versucht, ihren Dialekt, die kam aus Magdeburg, ihren Dialekt abzutrainieren, hat es ja auch geschafft, aber das hat sie dann deswegen gemacht, was ich auch schlimm finde, weil ich finde, das gehört auch zur Identität dazu. Und dann natürlich auch einfach auch so Sachen, naja, das Bild vom Osten oder Ossi war ja dann auch immer eher so ein bisschen, ja, das, also das ist zumindest das, was die mir gesagt haben, so der Hinterwäldler aus Sachsen, aus Erzgebirge, aus sonst wo, der dann irgendwie nicht weiß, wo vorne und hinten ist und keine richtige, keine, kein politisches System kennt, kein ordentliches. Also auch so immer so als Mensch zweiter Klasse, die auch ja, bei denen war ja alles schlimm, die hatten ja kein Essen, keine Bananen, keine richtigen Autos, also immer so dieses, die hatten ja nichts so. Von oben herab. Genau, von oben herab, wenig Wertschätzung. Also das ist jetzt das, was mir Leute gesagt haben, also das ist jetzt nicht das, was ich jetzt erlebt oder was meine Familie jetzt erlebt hat und ich glaube, das ähnelt schon so ein bisschen auch, wenn jetzt eben jemand hier nach Deutschland kommt oder kam und auch erstmal mit einer, mit einer oder in eine Schublade gesteckt wurde. Also, und ich glaube, da sind wir auch immer ganz schnell, also das hatte ich auch mal von einer Wissenschaftlerin gehört, die hat auch gesagt, oder das wissen wir ja auch, dass wir sind ja nie ohne Vorurteile oder Schubladen denken. Und ich glaube, das war damals eben auch ein großer Fehler und dass man das eben, das, ja, ich weiß nicht, woran es lag, ob es jetzt nur an der Kommunikation lag oder ob es einfach nur an, also was hätte man eigentlich besser machen müssen können? Das ist jetzt auch so ein bisschen, was ich mich manchmal frage, was hätte, blöd gesagt, der Westen, wie hätte er anders an die Menschen rantreten müssen? Na, eigentlich finde ich ja, wir haben mit Thomas de Maizière, der ja ein Westdeutscher ist, aber damals im Wende-Vereinigungsprozess ja eine relativ große Rolle gespielt hat. Ganz tolle Folge. Ja, über alles gesagt mal gesprochen, der auf der Seite der, der ostdeutschen Länder, sag ich jetzt mal, verhandelt hat und darüber haben wir mit ihm auch gesprochen, weil im Grunde genommen ist er die, der Fall der Mauer ist ja eigentlich ein Triumph der Ostdeutschen, was interessant ist. Also sozusagen, genau, also eigentlich auch praktisch. So haben sie sich ja damals auch gefühlt. Genau. Und was ist eigentlich passiert damit, dass das verloren gegangen ist und das heute eben, wie du sagst, ganz vereinfacht gesprochen oder so, dass viele sich als Menschen zweiter Klasse gefühlt haben oder nicht so wertgeschätzt wurden. Weil eigentlich mit der historischen Leistung hatten ja 99,99999 Prozent aller Westdeutschen gar nichts zu tun. Naja, also ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein banales Beispiel ist, aber am Beispiel Palast der Republik zum Beispiel, der wurde ja... Abgerissen. Abgerissen. Ich habe den noch als Ruine kennengelernt. Da war damals so eine Ausstellung drin, kann ich mich noch erinnern. Der Lampenladen. Ja, genau, genau, genau. Also wirklich ein schönes Gebäude. Total, total modern auch gewesen. Und dann mit der Begründung, da gäbe es ja Asbest und so weiter, wurde das Ding abgerissen. Jetzt steht da ja das Humboldt-Forum. Und ich weiß noch, dass das damals, als das abgerissen wurde, dass das auch so einen Riesenaufschrei gab, beziehungsweise gerade unter Ossis, weil eben sie nicht verstanden haben, warum muss man jetzt das abreißen. Also sie haben es eher nicht verstanden, selbst wenn man da gesagt hätte, da gibt es Asbest und dies und das Jahr im ICC gibt es auch Asbest. Steht auch noch. Steht auch noch. Und ist furchtbar hässlich, sorry. Aber es ist einfach grottenhässlich. Das Kongresszentrum. Ja, genau, für die Nicht-Berliner, genau, das muss man ja sagen. In Berlin. In Berlin. Und weil, ja, und ich glaube, dass viele das dann so verstanden haben als, okay, jetzt haben wir die Einheit und jetzt wird alles, was aus der DDR kam, einfach abgerissen. So und nicht wertgeschätzt oder nicht. Warum, ne? Also ich glaube, da ist einfach, man hätte das, glaube ich, einfach, man hätte, ja, weiß ich auch nicht, ich bin ja keine, ich habe ja jetzt auch keine Ahnung von sowas. Oder Politikerinnen, die da dabei waren. Das ist, ich glaube, man hätte einfach das vermeiden müssen, dass die Menschen irgendwie, also man hätte sich anders willkommen heißen müssen. Eben einfach als, da bist du, es gibt nicht nur Geld, Willkommensgeld und dann mach, was du willst. Und dann komm klar in deinem Leben hier in Westdeutschland, sondern wir sind jetzt eins. Und weil, wir reden immer über die Einheit, aber sind wir dann eben auch wirklich dann eins geworden? Und das ist ja eben, ich meine, wir hören doch ständig diese Debatten. Überall wird das rauf und runter erzählt. Und auch nach über 30 Jahren. Und ich meine, selbst in meiner Generation, die so dazwischen hängen irgendwie, die so beides mitbekommen haben. Ich meine, auch auf meiner Schule war das auch immer ein Thema. Ich meine, wir haben viel über die DDR damals gesprochen, also im Geschichtsunterricht oder Politikwissenschaft. Wir waren auch in diesen Gefängnissen, Niederschenhausen und so weiter. Und ich weiß zum Beispiel, dass... Stasi-Gefängnis. Ja, genau, Stasi-Gefängnis. Also ist auch wirklich mal spannend, sowas mal gesehen zu haben auch. Und ich weiß, dass in West-Berlin jetzt beispielsweise das gar nicht im Pflichtprogramm war zum Beispiel. Und ich weiß auch noch, dass wir in meiner Schule damals, also da gab es auch mal eine Phase der Ostalgie. Da liefen wir dann mal mit so DDR-T-Shirts rum oder mit den alten FDJ-Shirts. Alles Fäsen. Genau, oder einer hatte seinen Wartburg, hatte einen Wartburg oder sowas. Und wie heißt der Mixer, den du da... Komet RG5. Danke. Habe ich natürlich klar gelesen, alles immerhin. Ja, der läuft mir. Damit habe ich übrigens die Kekse gemacht, ja, das möchte ich betonen. Das ist uns eine große Ehre. Weil viele haben mir danach angeschrieben, so, ja, nee, das Ding funktioniert doch bestimmt nicht mehr. Und du tust dann nur so, weil das Ding ist wirklich über 40 Jahre alt. Also, nee, diese Kekse sind bei Komet RG5 produziert. Ist das ironisch oder, also es wäre so wie, ich habe auch ein paar Kochgegenstände von meiner Mutter, muss ich sagen. Ich glaube sogar, ich hatte so einen Mixer, der ist unheimlich laut und stinkt, aber er geht noch und er ist, glaube ich, auch aus der Zeit. Ist das eher so, ha, meine Eltern hatten das schon oder ist es tatsächlich das gute Ostprodukt, was sich daran fasst? Ja, also ich muss jetzt sagen, das Ding habe ich von meiner Tante aus Leipzig bekommen, als, genau, und. Astalgisch. Ja, also ich glaube, da hängt so beides dran. Also natürlich freut man sich irgendwie, dass das Sachen sind aus der Familie. Ich habe sehr viele, auch so alte Sideboards oder so Erbstücke, auch so einen Schrank noch von meiner Mutter aus dem Studentenwohnheim aus der DDR. Ja, der sieht also fast genauso wie der hier aus, so Teakholz-mäßig, genau, ist aber sehr hügel. Das ist ein bisschen schmaler, aber. Das sieht so hipsterartig aus. Ja, aber jetzt zahlen die Leute dafür viel Geld und meine Mutter meinte, sie fand den damals furchtbar hässlich und ich fand den jetzt toll und, naja, und natürlich ist das vor allen Dingen, weil es von meiner, von meinen Eltern ist, von meiner Familie und da einfach auch Geschichte dran hängt. Aber, klar, irgendwie so ein bisschen ironisch ist das natürlich auch gemeint so, also ich meine, aber es ist schon auch, in meiner Familie auch, wird das auch gepflegt, so dieses, ja, das gute Zeug aus dem Osten, naja, hält halt lange, ne? Also ich meine, mal gucken, wie lange hier der Computer hält, ne? Naja, es gab auch, ich habe zum Beispiel lange Jahre so DDR-Kameras gesammelt, weil die unheimlich toll waren schon, also Mittelformat-Kameras aus dem Osten, das war das Einzige, was ich mir als Schüler und Student leisten konnte. Und die waren jetzt, also musste man schon gut pflegen, damit die nicht auseinander fielen irgendwann. Vielleicht ist es auch nur dieser eine Handmixer, der einfach nett zu mir ist. Nein, nein, das ist eine sehr unterschiedliche Produktionsqualität. Aber ich habe wirklich etliche Sachen noch, so Eier, Eier. Und ist es nicht eigentlich, also ein guter Freund von mir, dem ich auch studiert habe, der über die Grenze gegangen ist, kurz bevor die Mauer fiel, was so ein bisschen ironisch war damals, hat dann sozusagen eher so eine Entwicklung gemacht, war dann so global unterwegs. Und irgendwann fing der aber an, Schwalbe zu fahren. Und das kam dann alles so wieder. Und er war dann wirklich jemand, der das System geflohen hat. Und ich glaube, in dem Moment, wo es vorbei war, wurde es sehr wichtig für ihn. Ohne dass ich jetzt, Grüße raus, für ihn da sprechen kann. Wir haben da lange nicht mehr drüber geschaut. Aber ich habe das so beobachtet, wie es eher dann nach Jahrzehnten noch in ihm bestimmte Sachen ausgelöst hat. Aber ich glaube, das, was du gerade sagst, ist genau das, was jetzt auch stattfindet. Warum jetzt zum Beispiel auch im Ost oder in Sachsen oder Sachsen oder Brandenburg, keine Ahnung. Warum wollen die Leute denn teilweise die Zeit zurück oder sagen schon was wie Mauer zurück. Das hängt ja nicht daran jetzt, weil die alle Angst vor Ausländer haben oder sowas. Sondern ich glaube, das hängt eben genau an diesem Punkt, dass man, dass sie sozusagen die Zeit zurück wollen, wo sie noch jemand waren. Also oder zumindest, ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch zu groß, aber weil manche, also ich habe heute auch einen Kumpel, dessen Eltern sind nach der Wende wirklich in sich zusammengebrochen, wenn man so will. Also er meint, seitdem sind die depressiv, weil sie einfach plötzlich ihre Jobs verloren haben, weil sie eben nicht wertgeschätzt wurden als das, was sie mitbringen. Aber klar, es hat auch dann immer noch was mit einem selber zu tun, ob man da irgendwie rauskommt, was man dann danach macht, wie viel Unterstützung man bekommt und so weiter. Aber ich meine, mein Vater zum Beispiel, der ist, wie gesagt, Fotograf und hat nach der Wende im Schloss Köpenick, glaube ich, mit einem Gehalt von einer westdeutschen Putzfrau angefangen. Wo du dann natürlich dann, naja, denkst, was soll das? Und ich meine, das hat sich dann natürlich auch alles angeglichen und gar keine Frage, aber trotzdem, das sind dann so, finde ich, so Beispiele, die ich jetzt ja einfach nur mitkriege und höre. Also ich will niemanden, ich möchte ja, das ist ganz klar, also ich möchte ja niemanden irgendwie jetzt beschuldigen oder so. Das klingt vielleicht jetzt so, aber das sind so Sachen, die kriegt man dann halt mit und dann macht man sich da ein Bild draus. Naja, vielleicht könnte man ja so bei dem Versuch, allgemein darüber nachzudenken, sagen, dass ja jede und jeder so den Platz im Leben sucht, den man gerne einnehmen würde. Und diesen Platz zu finden, ist ja überhaupt erstmal ein Kampf. Also das ist ja nicht so, dass das von vornherein definiert ist. Und wenn jetzt, stelle ich mir vor, bestimmte Dinge, die dafür sorgen könnten, dass du deinen eigenen Platz findest, nicht anerkannt werden, wie deine Herkunft oder Teile deiner Herkunft oder eben in dem Fall eben das Land, in dem du aufgewachsen bist, dann wird dir natürlich schon, das ist sehr schwer gemacht, dir deinen eigenen Ort zu finden, also deinen Platz im Leben, in der Gesellschaft, den du für dich finden kannst. Ja, aber ist es nicht erst, also ich versuche es nochmal anders zu formulieren, ich komme aus Baden, das war mir ehrlich gesagt, bin ich da geflohen. Seid mir nicht böse Leute, aber ich war schon ganz happy, nicht mehr in Bretten zu sein. Das erste Mal, dass du so offen darüber sprichst. Als ich weg war, habe ich festgestellt, verdammt, dieses Essen in diesem, alles was nördlich von Bretten ist, ist in Norddeutschland, ja. In Norddeutschland gibt es einfach kein gutes Essen, das ist eine komplett Katastrophe, wenn du in, geh mal in, was auch immer, Hannover, ja, aber das ist ja nicht traditionell. Du meinst jetzt deutsches. Und es ist ja noch nicht so lange so, dass Berlin so ein Hipster-Country ist, wo es jetzt immer an jeder Ecke fantastisch ist. Früher gab es ja nichts. Nee, es gibt, es gab halt gar nichts und das, zum Beispiel, nur als kleines Beispiel oder auch, wie man redet oder wie man genießt oder so, das ist halt in der Region echt toll. Und das sind alles Sachen, die mir aber erst wichtig wurden, nachdem ich nicht mehr da war und plötzlich war, in der Differenz war ich dann plötzlich Badener, was nicht mal meine erste Muttersprache ist, sozusagen, wir haben Hochdeutsch gesprochen, aber ich kann natürlich super Bad, konnte super Badisch, weil das wichtig war, weil man sonst nicht akzeptiert wurde. In der Schule damals bei mir, in der Grundschule, wo die Lehrer haben auf Badisch unterrichtet zum Teil, weil die das gar nicht anders konnten. Und es wurde erst wichtig, nachdem ich weg war. Ja, aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Ja, aber jetzt stell dir vor, um den Gedanken nochmal weiter zu spinnen, jetzt stell dir vor, man hätte dann gesagt, ja, das Baden, das gibt es nicht mehr, weil wie die damals gelebt haben, das ist unglaublich und das würde dir genommen werden. Also rein kulturell, das ist ja jetzt nicht politisch oder nicht urpolitisch zumindest. Und es wird so negiert oder… Genau, und du könntest nicht mehr dazu stehen, weil es politisch belastet ist, weil alle sagen, ja. Ich sag mal lieber nicht, dass ich aus Baden komme, wo ist noch, wo pritzeln, Erfugnur oder so, ja. Warum, Aline, das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wolltest du eigentlich Journalistin werden? Nein, aber ich lasse dich erst mal kauen. Entschuldigung. Weil das Essen ist wirklich… Ja, ich kann gar nicht aufhören, das ist fröhlich. Wirklich lecker, Leute. Aber wartet bitte, nee, der Podcast wird erst nach dem Wochenende gedroppt, ne. Ich werde am Wochenende es nochmal bestellen, das ist ganz, ganz, ganz toll. Vor allem sehr. Warum wollte ich Journalistin werden? Der Witz ist, dass ich das jetzt nicht von vornherein vorhatte, also es war jetzt nicht mein erstes Ziel. Die Sache mit der Gerichtsmedizinerin ist jetzt auch nicht… Was war mit der Gerichtsmedizinerin? Ja, das ist erst so eigentlich später entstanden, beziehungsweise ich fand Medizin, das lag auch ein bisschen in meiner Familie, ob jetzt meine Mutter oder meine Großeltern sind auch Ärzte gewesen, dass mich Medizin schon immer sehr fasziniert hat. Und gerade auch diese, ja, dieser Bereich, ne. Also ich war auch sehr oft gerne bei Körperwelten, falls ihr das kennt, das ist dieses… Ja, ich weiß, manche finden das ganz furchtbar, ich finde das mega spannend, wo man eben tote Menschen… Na ja, ein finsteres Kapitel, oder? Ich fand es schon immer schlimm und das fand es ganz, ganz schrecklich. Ja, aber man muss es ansprechen. Wieso, die haben das doch freiwillig? Ich wollte nur mal sagen… Hatte der nicht aus China, kam da nicht im Nachhinein? Nein, aber die haben nur freiwillig… Ach, ich finde… Ah, da gab es so einen Skandal. Okay, klar. Boah, da könnten wir eine Stunde abbiegen, Leute. Ich finde es trotzdem spannend. Ja, ist okay. Nein, es sei nicht. Also ich… Es ist nur so aus dem Gedächtnis gegoogelt, wie Jochen immer sagt. Ich weiß, da gab es viel Diskussion drüber, ich weiß. Aber, also mich hat immer der Körper fasziniert, Anatomie oder einfach Medizin, also bis heute. Also ich lese für mein Leben gerne Medizinbücher oder irgendwelche medizinischen Werke oder auch die Apotheken Umschau. Kannst du da auch… Du liest die Apotheken Umschau? Ja, total gerne. Na, als Apotheker ist doch da auch… Das sowieso, ja. Aber da stehen wirklich gute Sachen drin. Nein, die Apotheken Umschau ist exzellent. Grüße gehen raus an die Redaktion der Apotheken Umschau. Ganz tolle Kollegen. Aber es ist natürlich das Ding, was man in der Apotheke so kriegt. Ja, ich freue mich aber immer, wenn die… Ich muss gestehen, ist in der Apotheke Umschau immer noch der Vater und Sohn-Comic von E.O. Plauen. Nee. Christoph, du hast wieder so Popwissen aus den 80ern. Nee, das… In meiner Kindheit… Ich bin ja Stammleserin. Vater und Sohn. Vater und Sohn. Ich bin ja Stammleserin. Also das kann ich nicht. Also kriegst du es nach Hause geschickt? Nein. Meine Mutter bringt… Naja, meine Mutter schickt es mir nach Hause. Sie bringt meine Mutter. Also wenn du so willst. Bring das mit, ja? Ja, ja, ja. So, nee. Aber Gott. Wo sind wir jetzt gewesen? Hast du ein medizinisches Buch, was du besonders gerne liest und was du jetzt mal so einem Laien oder einem Laien empfehlen würdest? Oh Gott. Ich habe es noch nicht… Also ich habe es gerade erst angefangen. Bücher lesen ist echt kompliziert in den letzten Jahren geworden, weil wenn man so viel Computerarbeit hat und dann… Ich schaffe es manchmal gar nicht mehr. Platon in Bagdad. Da geht es nämlich über… Das kann ich aus verschiedenen Gründen einfach aus der medizinischen Sicht, dann aber auch aus der Arabistik nahöstlichen Sicht, weil es darum geht, was der Nahosten eigentlich für uns hier getan hat. Wenn ihr den Medikus kennt, das ist ja auch so der Klassiker. Weil es geht ja natürlich darum, dass die arabische Welt hatte ja auch mal Hochphasen und ihre Hochkultur. Also das war nicht immer so, wie es jetzt ist. Eine der wiegenden Wissen der modernen Wissenschaft. Also Alchemie, Algebra, Astronomie und da kann ich auch sagen, Al, A, L ist ja der arabische Artikel. Deswegen, diese Wörter stammen ja aus dem Arabischen, Alchemie, Algebra, Astronomie und so weiter. Und da wird einfach… Das ist so ein Wälzer. Hast du irgendwie für einen Bildungspodcast, oder? Astronomie? Das wusste ich nicht. Bei Astronomie bin ich mir nicht sicher, aber bei Algebra bin ich mir sicher. Algebra und was hast du? Ja, Alkohol ist zum Beispiel auch ein arabisches Wort. Alkohol. Und deswegen trinkst du… Nein, ich trinke… Hast du schon keinen Weißwein? Ich habe jetzt auch mal diese Limonade hier probiert. Ja, über das habe ich nicht geschafft. Aber der libanesische Wein ist auch ganz hervorragend. Oh, die Limo ist ja echt gut. Die Limo ist gut. Rote Beete. Genau, dieses Buch finde ich, also ich weiß ja ungefähr, was drinsteht, aber ich habe es halt noch nicht ganz durchgelesen, aber da geht es im Grunde darum, was eigentlich die Menschen, die dann in den Orient damals so 8. bis 12. Jahrhundert gekommen sind, was die dann alles mitgebracht haben, eben zurück nach Europa, wo wir dann danach die Aufklärungszeit hatten, daraufhin, aus diesen Gründen, weil wir das zum Beispiel auch die Sachen Penicillin, beziehungsweise nicht Penicillin, aber Desinfizien von Wunden und so weiter. Also das kann ich sehr empfehlen, solche Sachen. Also ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst, wie viel wir heute an Medizin oder Wissen aus dieser Region haben eigentlich, warum wir jetzt so kultiviert sind. Und warum wolltest du jetzt nochmal Journalistin werden? Warum wollte ich das werden? Also eigentlich, ich kann mich noch an einen Schlüsselmoment unter anderem erinnern, das war eben 2006, jetzt kommen wir schon wieder, aber so ein ernstes Thema, aber das war eben dieser Moment, wo ich damals im Libanon war und dieser Krieg zwischen Israel und der Hezbollah ausbrach, wenn man so will. Und wir da eben auch im Land waren und dann flüchten mussten tatsächlich. Was heißt flüchten? Also ich bin nicht übers Mittelmeer geschwommen oder durchs Mittelmeer, aber wir sind mit so einem Konvoi damals selbst organisiert. Deutsche Botschaft hat nichts gemacht, es war wirklich, es war ein Talschaos. Wir waren da wie 30 Leute mit Babys und zig Gepäck und weiß ich was, in so einem klapprigen alten Bus ohne Flagge obendrauf, also wir hätten jederzeit beschossen werden können, gehen Syrien, damals ging das ja noch, also Syrien war ja, das war ja 2006 und dann sind wir da quasi Richtung Europa, wenn man so will. Also durch Syrien, dann wer die syrisch-libanesische oder syrisch-türkischen Grenzen kennt, es dauert sehr lange, mehrere Stunden in der Sonne und dann mit vielen Menschen und vor allen Dingen in so einer Situation, die die natürlich jetzt nicht so verstehen oder nicht verstehen wollen und dann vielleicht am besten Fall noch Geld haben wollen, weil man in einer Notlage ist, also ja, es war schon interessant. Also ich muss auch sagen, ich war damals 16, dass mich die ganze Geschichte, also danach, als ich dann irgendwann, also ich glaube wir haben so eine Woche gebraucht oder so, bis wir dann wirklich dann mal in Deutschland waren, weil wir sind dann über die Türkei, dann haben wir in der Türkei noch übernachtet, also mussten wir ja, weil, ne, und dann irgendwie auf dem, nach Istanbul geflogen, im Flughafen in Istanbul geschlafen, weil die Flüge erst nächsten Tag gingen und so weiter und dann irgendwann waren wir mal wieder in Deutschland und danach, also ist mir das auch erstmal so klar geworden, was da eigentlich alles passiert ist, weil man in dem Moment, man checkst so einfach nichts, also auch in dem Alter, ich weiß auch noch, als wir dann noch im Libanon waren und beispielsweise in dem Ort, wo meine Familie lebt, zwei Bomben einschlugen, das war auch so surreal, also es ist glaube ich bis heute noch so, dass ich das... Warst du zu dem Zeitpunkt in dem Ort? Ja, ja, also ich habe währenddessen eine Mail geschrieben an meinen besten Kumpel damals und geschrieben, ja, alles ist gut, weil natürlich viele gefragt haben und geschrieben haben und dann flogen da zwei Bomben so einen Kilometer entfernt in so eine Satellitenschüssel, die schon kaputt war, also das war eher so ein Zeichen, so Hallo, wir sind hier übrigens auch, also das waren die Israelis, ist ja einfach so gewesen und in dem Moment wussten wir es aber natürlich noch nicht, also man hat das nur gespürt, es war ja ziemlich doll und dann sind wir auf den, aufs Dach und haben geguckt, was los ist, was ja eigentlich auch so widersprüchlich ist, weil man ja eigentlich theoretisch sich verstecken sollte, was wir aber irgendwie auch nicht gemacht haben, ich weiß nur, dass eine Cousine wirklich in ihrer Panik unter das Sofa, lachend unter das Sofa gekrochen ist, weil die so, also durcheinander war, wir waren alle so ein bisschen durcheinander und ich glaube, nur die ältere Generation, sage ich mal, so mein Vater oder auch, also ich weiß gar nicht mehr, ob mein Vater da in der Nähe war, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass mein Onkel, meine Tante total ruhig geblieben sind, trotz allem, also... Und die Erfahrung der Reise danach, also der, ich sage jetzt mal Flucht, weil das, wie du das jetzt beschreibst, klingt der, also das ist natürlich keine Flucht gewesen, aber man durchlebt, ich vermute mal, dass du schon solche Erfahrungen durchlebst, plötzlich an der Grenze zu stehen und nicht zu wissen, kommen wir da jetzt durch oder nicht. Naja, am schlimmsten war es ja wirklich dann noch im Land, als wir eben wussten, wir könnten jetzt bis, also wir müssen jetzt bis an die Grenze fahren und das sind ein paar Stunden und währenddessen kann vieles passieren, weil wir hatten ja keine Flagge sozusagen auf dem Bus, genau, war nicht geschützt. Wir wussten, es gab wohl an dem Tag so eine Art Waffenstillstand, aber who cares, so weißt du, also weiß man ja nicht. Naja, und dann, als wir dann über die Grenze gekommen sind, dann war es auch schon ein bisschen anders, aber dann war es halt grundsätzlich einfach anstrengend, weil man einfach, ja, ausgenutzt wurde, also die Lage. Also es war wirklich, wir waren dann in so einem Hotel an der Grenze in der Türkei irgendwo und der hat dann für jede Person irgendwie, weiß ich, wollte der 150 Dollar haben, auch für Babys und so, einfach, weil er die Situation ausnutzen wollte und das war schon übel. Also, und auch, ich glaube, der Busfahrer auch und so, also das sind dann so Sachen, die dann so wieder jetzt so hochkommen. Im Nachhinein denke ich so, ach ja, was soll's, also es ist jetzt auch nicht, also ich mache das jetzt auch wieder kleiner, als es ist wahrscheinlich, aber ich weiß, dass die ganze Sache mich trotzdem ziemlich geprägt hat und auch traumatisiert hat, aber am schlimmsten war eigentlich für mich meine Familie da zu lassen, weil ich konnte gehen. Weil du einen deutschen Pass hast. Genau, by the way, zum Thema Privileg, ich konnte einfach gehen, wenn man so will, die nicht und das war eigentlich das Schlimmste und das war eben auch meine erste oder eine der ersten Erfahrungen mit Privileg und dass ich scheinbar etwas anderes bin als sie, obwohl wir eine Familie sind und das war, das war, also da war ich, wie gesagt, 16, das war für mich was brutal Schlimmes. Und die Geschichte hast du ja vorhin kurz angefangen zu erzählen, als ich dich gefragt habe, warum du Journalistin werden wolltest. Oh Gott, wir gucken mal nicht auf, genau, warum ich Journalistin geworden bin, war einfach über diesen Raum zu berichten, das war eigentlich so mein Grundgedanke, ich wollte einfach über diesen Raum berichten, ich wollte da hingehen, berichten, genau, als Reporterin, was auch immer, Korrespondentin, das war so meine Anfangsmotivation. Und du bist ja dann auch hin, also warst du für Reuters, glaube ich, dann auch mal unterwegs? Das war dann schon in meinem Volontariat sogar, als ich noch im Bundestag war, da habe ich dort für Reuters gearbeitet, in Israel und Palästina, war ich auch in Gaza und und genau, also das war auch eine wahnsinnig spannende Zeit, voller Kontraste. Also ein Beispiel, zum Beispiel, da war ich mit einem palästinensischen Kameramann in der Negev-Wüste, glaube ich war das, in Israel, in der Nähe Eilat, glaube ich da, genau, und haben mit einer palästinensischen beduinischen Frau gedreht, die aus Kamelmilch Kosmetik macht. Wahnsinnig spannende Frau gewesen, weil erstens, so ein Business als beduinische Frau aufzubauen, ist quasi schon G-Null, also eigentlich, weil die hat auch gesagt, ihre ganze Familie hat ihr immer gesagt, du schaffst das doch nicht, das wird nichts und so und die hat in Großbritannien studiert und so ein Kram gemacht, also wahnsinnig tolle Frau, total spannend und dann mitten in dieser Wüste, dann hat die extra für diesen Dreh noch so ein Kamel besorgt mit ihrem Baby-Kamel, das war wirklich sehr schön und dann hat sie uns halt gezeigt, wie sie da so Seife herstellt und also Kamelmilch ist wirklich was ganz Besonderes, also kann ich nur empfehlen. Wie schmeckt Kamelmilch? Ich habe noch Kamelmilch getrunken. Sehr fettig, also ich habe sie ja direkt von der Mutter sozusagen durfte ich kosten, sehr fettig und sehr warm war sie natürlich, aber war jetzt lecker, also ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz in den Geschwaden. Man badet also in Kamelmilch am besten. Das hat doch Geopatra. Ich dachte, das war Eselsmilch, aber ich kenne mich nicht so aus mit Geopatra. Nee, die hat auch in irgendeiner Milch gebadet, aber ja und dann waren wir fertig mit dem Dreh, dann bin ich zurück nach Jerusalem, wo unser Büro war und dann hat mich plötzlich der israelische Kameramann gefragt, Mensch Alin, hast du nicht Bock Bibi zu sehen? Bibi. Bibi, genau, Netanyahu. Netanyahu, also der damalige, also der damalige, genau. So von einem Kontrast zum anderen und dann sind wir plötzlich in dieses Premier Office Center oder Press Press, keine Ahnung, die hatten da so ein extra Gebäude für, weil er da irgendeine Rede halten wollte oder irgendeine Pressekonferenz, keine Ahnung. Und das war dann auch so, ich war völlig verschwitzt von diesem Vormittag. Ach, direkt vom Kamel jetzt oder wie? Ja, ja, ja. Von Elad? Naja, das ist ja ein kleines Land, also wir sind da zurückgefahren. Ich weiß, aber man fährt ja schon. Ja, aber das war dann irgendwann abends diese Presse. Also, aber wir mussten dann trotzdem irgendwie zwei Stunden auf Bibi warten. Also, der hat uns dann echt warten lassen. Der wusste nicht, wo ihr herkommt. Nee, wir waren ja nicht die Einzigen. Genau, also es war rappelvoll natürlich. Aber genau, ich hätte da vielleicht ein bisschen Rabatz machen sollen, dass ich gerade aus... Ich bin hier extra früh aus der Wieste gekommen. Ich habe gerade noch Kamelmild mitgebracht, ja. Nee, und das war zum Beispiel auch insofern lustig, wenn man so will, wenn man es lustig nennen kann, weil eine palästinensische Kollegin, eine Redakteurin, die hat dann gesagt, ach Lien, du kommst doch bestimmt nicht rein in dieses Gebäude, weil du bist ja halb Libanesin. Dann hat ja der israelische Kameramann gesagt, nee, schauen wir mal. So, ich bin natürlich reingekommen, aber das lag dann an meiner deutschen Hälfte. So, an meinem deutschen Pass. Mein deutscher Pass ist doch super. Weil sie durfte nicht oder ist nie reingekommen und eben, weil sie Palästinenserin ist und so und gut. Sag mal, weil du dich so perfekt mit diesen ganzen regionalen Themen da auskennst. Ich war jetzt lange nicht mehr in Israel, aber ich war früher sehr oft in Israel und ich habe irgendwann aufgehört und es ist völlig anders tatsächlich, wenn man da ist. Also ich habe mich zum Beispiel, jetzt sage ich jetzt nicht mit wem, aber mit meinem Sohn doch mal gelegentlich über das Thema gestritten. Es ist wirklich anders, wenn man da ist, klingt trivial, ist es aber nicht. Man kann so auskennerisch über vieles reden und kluge politische Einschätzungen, wenn du da stehst, denkst du, das wird nie besser werden. Ich verstehe nicht, wie das lösbar ist. Du bist komplett verzweifelt. Also in Jerusalem, dann da und da, das ist der tollste Ort, an dem ich je war, aber ich bin total verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, wie das jemals besser werden sollte. Das ist total verfahren, der ganze Mist. Das ging mir auch so. Also vor allen Dingen in Jerusalem fand ich, da war noch so eine Spannung in der Luft die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ganz. Also ich war lange nicht da, aber damals auch so. Ja. Aber das war auch der Grund, warum ich hin wollte unbedingt, weil eigentlich war damals geplant ein Praktikum irgendwie bei einer deutschen Zeitung irgendwas in Deutschland. Und ich dachte, ich will jetzt ins Ausland. Ich muss irgendwo noch was sehen und so. Und dann habe ich mir das auch selbst finanziert alles und so. Und meine Chefin damals im Bundestag hat mir das aber alles ermöglicht. Also das war echt ganz toll. Und dann bin ich total dankbar, dass ich das machen durfte. Und weil genau aus dem Grund, alle reden drüber, aber man muss das mal gespürt haben. Diese, diese, wirklich diese Spannung in der Luft. Also in Jerusalem war das so. Und Tel Aviv, komplett anders. Hatte auch sowas ähnliches wie in Beirut, wo ja auch so diese Laissez-faire, so alles ist toll, der Strand und Sommer, Sonne, Party all night long. Aber dann auch, ich sag mal, gefühlt 17, 18-jährige Frauen mit einer MG im Partykleidchen, die du dann im Aufzug triffst, die irgendwo hinsieht. Und man muss ja, glaube ich, während man beim Militär ist, hat man immer die Waffe. Du triffst dann halt irgendwelche Frauen, die gerade tanzen gehen, aber dann eine Waffe haben. Und lauter solche bizarren Dinge. Oder dass der israelische Kriegsheld, der sich im falschen Viertel in Jerusalem aus Trotz ein Haus kauft. Und dann ist da so ein Imgenes drin, weil das sonst ständig halt zu Stress führt. Und so, war das Verfahren? Oder es ist wahrscheinlich noch verfahrener inzwischen? Also, gerade in Jerusalem wird das ja auch so deutlich, weil da eben die drei Weltreligionen auch so aufeinandertreffen. Also, das ist einfach Wahnsinn. Also, jetzt gab es ja auch wieder diese Unruhen, weil, glaube ich, irgendwas haben die doch zerstört. Muslimische Gedenkstätte und so. Und dann gab es ja wieder Unruhen und so. Also, das ist auch so. Man hat so das Gefühl, keiner will irgendwie mal zurückstecken oder sagen, ich mache jetzt mal nichts. Also, alle wollen halt ihre Interessen irgendwie auch weiterbringen, natürlich. Also, man kann das irgendwie auch verstehen, dass man einfach leben will, seine Religion ausleben will und so weiter. Aber es ist schon echt heftig. Also, ja. Also, ich fand es auch, als ich dann in Palästina unterwegs war oder in Gaza und dann dort auch, also, das lag ja auch daran, das war auch ganz natürlich der Vorteil, dass ich Arabisch kann, kam ich dann natürlich auch nochmal schneller, so ein bisschen in. ins Gespräch. Aber da war ich eben auch bei Reuters sozusagen dann auch immer und habe dann da auch ein bisschen was gemacht. Und da haben auch die Menschen mir alle gesagt, Herr Lien, wir wollen einfach nur leben. Wir wollen einfach nur Frieden. Alles, also, Siedlungen, dies, das, ist ihnen schon fast egal, so ungefähr. Also, ob da jetzt noch die tausendste der Siedlungen kommt oder so. Wir wollen einfach jetzt nochmal unsere Ruhe haben. und das ist, glaube ich, so, dass, ja, das hofft man irgendwie, dass da einfach Ruhe ist und das, ach, das ist ja auch so ein schweres Thema. Christoph, Jochen? Wir müssen mal über was Positives reden. Nein, aber wir haben, es gibt eine heilige Pflicht in diesem Podcast. Das wollte ich gerade ansprechen. Wir haben gerade erst angefangen, die muss schon 20 Minuten, 30 Minuten, dann schon. 45 Minuten. War das Essen gut? Sag mal, wir haben hier so ein Spiel in diesem Podcast. Spiele finde ich immer toll. Ja, falls du unseren Podcast wirklich schon mal gehört haben solltest, im Faszien-Podcast spielen wir das Spiel. Wenn Sven Regner nicht zu früh geht, Grüße gehen raus. Wollte der nicht? Ne, doch, doch, der bekam nicht dazu. Ist dann früher fertig geworden. Also, pass auf, das Spiel heißt A oder B oder weiter. Ja, das ist ganz einfach. Ich sage so Wortkombis, Hund oder Katze und dann sagst du, du musst ja dann eins. Genau, obviously sagst du dann Hund. Wo ist er nicht? Hier, die hat sich hier, entspannt sich. Brav jetzt. Brav jetzt. Brav jetzt. Das wäre vielleicht eine Idee. Stimmt. Ich bin echt eine gute Hundemutter. Danke. Wie unaufmerksam, wir hätten doch einen Hundetee. Ich habe auch noch einen Leckerli. Leckerli ist auch gut. Komm, wir machen erstmal eine Hundepause. Auf jeden Fall können wir uns mal nehmen. Er liegt ja hinter mir, deswegen. Ich sehe es nicht. Ja, weil das ist ja doch schon mal ein gutes Zeichen. Wie brav kann ein Tier sein? Sehr gut dazu. Was ist das? Das ist ein Hundeleckerli in einer alten Socke. In einer alten Socke, das heißt? Sie hat ein bisschen was zu kauen. Macht die Socke jetzt erstmal weg und dann? Genau, das ist einfach auch so. Trick, alter Trick. Ja, also es macht ja total Spaß, Pakete und Geschenke zu packen für so einen Hund. Also ich nehme auch immer so alte Eierpackungen. Ah so. Und dann machst du da irgendwas rein und klebt die dann so fest. Und dann basteln die da einen halben Tag an der Eierpackung? Naja, das reißt sie dann auf und das riecht ja dann auch so. Und dann einfach nur diese Beschäftigung macht halt Spaß, weil sie inhaliert den Kram halt sonst einfach. Das ist halt das Problem mit Straßenhut. Die inhalieren ihr Essen. Ah, Maria hat Wasser mitgebracht. Mach es vielleicht eher an die Wand nicht, falls wir... Nicht auf den guten Schubat-Teppich. Danke. Jochen, erklär doch nochmal kurz. Also das Spiel ist so, ne? Also im Grunde waren das die Regeln. Und es gibt eine Bitte, du musst so schnell wie möglich antworten. Ja, das ist klar. Nicht lange nachdenken. Und es gibt noch eine kleine Regel, ich habe 89 Fragen, das ist viel weniger als du glaubst. Wir sind in drei Minuten fertig, weil es geht ja so schnell. Du darfst aber auch weitersagen, also wenn ich zum Beispiel ein Wortpaar nehme, wo du überhaupt nicht kapierst, was es ist oder du hast keine Lust, kannst du schon weitersagen, aber nur in zehn Prozent der Fälle abgerundet. Und das wären in diesem Fall achtmal weiter bei 89 Fragen. Nicht wahr? Cool. Und Grüße gehen raus an alle, die uns Millionen von A oder B neuen Wortpaaren geschickt haben. Bitte schickt uns weiterhin an Allesgesagt, er zeigt die neue A-B-Paarung. Danke. Einige sind schon eingeflossen. Es waren so viele, dass ich nicht alle auf einmal verwenden konnte, sonst hätte ich 800 Fragen müssen. So, jetzt geht's los. Schnell antworten, Konzentration. Jetzt geht's los. Ganz schnell antworten. Snooze oder aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Ja. Mit oder ohne? Äh, mit. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Chaos. Teilen oder haben? Was war das erste? Teilen oder haben? Achso, teilen. Besitzen oder mieten? Mieten. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Räucherstäbchen. Putzen oder putzen lassen? Putzen. Helm oder keinen Helm? Helm. Monogam oder mir doch egal? Weiter. Tinder oder analog? Tinder oder analog? Äh, analog. Alt oder neu? Alt oder neu? Alt oder neu? Alt oder neu? Mann oder Frau? Mann. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. To do or not to do? To do. Kapitalismus oder Sozialismus? Weiter. Zwei. Impfpflicht oder nicht? Oh Gott. Ich bin DDR-Kind, da gab es nur Impfpflicht. Impfpflicht. Wissen oder nicht wissen? Wissen oder nicht wissen? Wissen. Wissen oder googeln? Wissen. Frühmorgens oder nachts? Äh, morgens, also frühmorgens, ja. Links oder rechts? Links. Liberal oder konservativ? Liberal. Samstag oder Sonntag? Äh, Sonntag. Anfang oder aufhören? Anfang. Ankommen oder aufbrechen? Äh, ich finde, aufbrechen. Ideal oder real? Real. Schöne oder Biest? Schöne oder Biest? Biest. Generisches Maskulinum oder Femininum? Generisches Maskulinum oder Femininum? Boah, ist mir egal. Generisches Maskulinum oder Femininum? Weiter. Drei. Mit Doppelpunkt oder mit Stern? Äh, ich mache immer mit Stern. Pool oder See? Pool oder See? See. Gärtnern oder Gärtner? Gärtnern. E-Auto oder kein Auto? Kein Auto. Supermarkt oder Kaufhalle? Kaufhalle. Händchen oder Boiler? Boiler. An oder aus? An. IOS oder Android? Äh, IOS. Twitter oder Facebook? Äh, Twitter. Twitter oder Instagram? Instagram. Instagram oder Facebook? Instagram. Gmail oder Posteo? Äh, ich habe beides. Ähm, E-Mail. Gmail oder Posteo? Ach, Gmail meinst du das. Gmail oder Posteo? Ach so, Posteo. WhatsApp oder SMS? Ähm, SMS. SMS oder Anruf? Anruf. Zum Mitnehmen oder für hier? Zum Mitnehmen. To go oder zum Mitnehmen? To go. Vegetarisch oder vegan? Äh. Vegetarisch oder vegan? Ich bin vegetarisch. Bio oder regional? Regional. Bio. Eingeschweißte Bio-Gurke oder plastikfreie normale Gurke? Plastifreie normale Gurke. Plastifreie. Das werden wir ändern. Das habe ich extra für dich gemacht. Danke. Vegane Wurst oder keine Wurst? Äh, keine Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Libanesische Pommes oder Berliner Pommes? Äh, Libanesische Pommes. Knusperflocken oder Hallorinkugeln? Knusperflocken. Heißt das Hallorinkugeln? Haloren, glaube ich. Haloren. Entschuldigung, das habe ich noch nie ausgesprochen in meinem ganzen Leben. Halogen? Und Halloren. Halloren. Halloren Kugeln? Ja, Maria Niklas. Ich entschuldige mich wirklich, Leute. Ich habe das Wort noch nie benutzt. Du wirst ganz viel Post kriegen. Ja. Alles gut. Ein Shitstorm. Der sogenannte Hallorien Shitstorm. Jochen, wir stehen dir bei. Wir wissen, wie es war. Was heißt Hallorien? Jägerschnitzel mit Nudeln und Tomatensauce oder? Ich sage jetzt schon ja. Nee, sagst du nicht. Nein, sagst du nicht, weil jetzt kommt noch was. Jägerschnitzel mit Nudeln und Tomatensauce oder Lubia Biseit oder so ähnlich. Was? Nee. Jägerschnitzel mit Tomatensauce. Das ist, ich habe es geliebt in der Schule. Das gab es in meiner Schule auch immer. Nutella oder Nudossi? Da muss ich leider Nutella sagen. Ach. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Waffel oder Becher? Waffel oder Becher? Äh, Waffel. RG5 Komet oder RFT Variant? Erstes Komet. Aufschneiden oder wegschmeißen? Was war das erste? Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. Netflix oder YouTube? Netflix. Anneville oder Markus Lanz? Oh, das wäre gemein. Anneville oder Harder Buffet oder Maischberger? Maischberger. Messi oder Kondo? Messi oder Kondo? Messi oder Kondo? Was ist denn Kondo? Messi oder Marie Kondo? Ach so. Eher Messi. Messi oder Ronaldo? Ach so. Welcher Ronaldo? Ja, sorry, ich kenne auch noch den anderen. Okay, du meinst wahrscheinlich den Portugiesen. Ich kenne nur den einen, also. Der Portugiese ist gemein. Du meinst den, ach nee, der andere ist ja auch. Nee, der ist Brasilianer. Ich wollte schon sagen, der ist ja auch fast Portugies. Ihr seid solche Nerds. Der portugiesische Ronaldo. Danke. Max oder Engels? Einmal Kicker-Profi. Max. Berlin oder Mainz? Berlin. Berlin oder Bayt? Berlin. Berlin oder Leipzig? Berlin. Lesen oder schreiben? Lesen. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Gender-neutrale Toilette oder keine Toilette? Gender-neutrale Toilette. Luke oder Han? Weiter. Vier. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Rot. Gelb oder Grün? Gelb. Gelb oder Schwarz? Schwarz. Habik oder Baerbock? Weiter. Fünf. Söder oder Seehofer? Weiter. Sechs. Esken oder Walter-Borjans? Äh. Boah. Äh. Esken. Kühnert oder Klingbeil? Das ist doch gemein. Kühnert oder Klingbeil? Ich bin doch neutralisch in der Geschichte. Ja, ich weiß. Kühnert oder Klingbeil? Äh, Kühnert. Kannst du ja weitersagen, aber nicht allzu oft mehr. Ja, ich hab ja nicht mehr so viel. Wir sind bei sechs. Mist. Hast du Kühnert? Danke. Merz oder Röttgen? Äh. Röttgen. Röttgen oder Braun? Röttgen. Merkel oder Schulz? Och, Merkel. Trump oder Putin? Mit der hab ich ne Geschichte. Trump oder Putin? Äh. Äh. Weiter. Sieben. Ach, sie hat's gerade geschafft. Wie ärgerlich das war. Ah. Trump oder Putin ist immer die Abschlussreihe. Nein, ich muss jetzt sagen, Merkel, ich hatte. Was war die Geschichte mit Merkel? Ich hab, hatte ich ja mal erzählt, im Unichor gesungen in Leipzig. Mit Merkel? Naja, vor ihr. Ach so. Nicht mit. Das wär nochmal. Das war so drei Jahre dazwischen. Das, äh, ja gut, ähm, genau. Nee, und sie hat, sie hat, sie hat in Leipzig ihre Ehrendoktorwürde 2008 bekommen und da haben wir als Unichor für ihr das Mozart-Requilm getrillert. Das war sehr schön. Ja. Und hat sie es würdig entgegengelernt? Ja. Also, sie saß vor uns und guckte uns an und, ähm, ich glaube, es hat ihr gefallen. Aber hat sie sonst Angela Merkel nicht getroffen? Nee, sonst nicht. Also, nur im Bundestag halt so vom Weiten, ne? Aber jetzt nicht so persönlich. Was würdest du gerne von ihr wissen wollen? Was sie jetzt macht? Das wollen wir alle wissen. Ja, wahrscheinlich. Was wäre eure Theorie? Ich glaube, sie ruht sich mal aus. Geht wandern. Sie mag doch wandern. Gut, also sie geht eine Woche wandern. Ich glaube nicht, dass sie so jemand ist, der jetzt so wie Sigmar Gabriel, so, äh, hier Berater mäßig und ich schreibe tausend Bücher und ich, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Was sagst du, Christoph? Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt ja Leute bei uns, die das wirklich, die da näher dran sind und ich habe so viele Theorien gehört, einige fiel mir gut. Christoph, was sagst du? Die Theorie, die ich mal gehört habe, ist, dass sie sich um das Thema Klima engagieren wird. Ach so, ja gut. Also, dass sie praktisch, weil sie das als ihre große Niederlage empfindet, in ihrer sehr langen, 16 Jahre langen Regierungszeit, dass sie da zu wenig gemacht hat. Und dass sie jetzt das Bedürfnis hat. Ja, und weil sie natürlich auch eine internationale Figur ist, von denen es wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele gibt, die so viel international respektiert werden und dass sie da was machen will. Und ich glaube, sie schreibt ihre Autobiografie, das wird auch noch ein bisschen dauern. Wobei ich sie aber nie so als Frau wahrgenommen habe, die jetzt sich so nach, jetzt, also, da sie jetzt nicht mehr so wichtig ist, sag ich jetzt mal, sich jetzt wieder so nach vorne prescht. Ich fand sie immer so unprätentiös, so, 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 nicht so, so, egoman. Das fand ich immer sehr angenehm. Ist das aber auch eine Rolle? Also, wir wissen, da wir sie alle jetzt nicht mehr... Ich denke manchmal, also, keine Ahnung, was weiß man schon, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus ihrem, tatsächlich ihrem Charakter, ihrer Persönlichkeit und, was man ja heute vergessen hat, dass sie ja die Nachfolgerin von Gerhard Schröder war. Und dass Gerhard Schröder das komplette Gegenteil war. Also, der war natürlich, also, wörtlich bis zu seinem letzten, letzten großen Atem, als aktiver Politiker, als Bundeskanzler, ja, von seinem Ego doch sehr überzeugt war oder auch getrieben war davon. Und ich glaube, dass sie damals, so meine ich mich zu erinnern, dass sie auch vorgenommen hat, dass sie das Gegenteil machen wird. Dass sie nicht so wie Schröder sich verhalten wird. Ich glaube, damit hat es auch viel zu tun. Aber jetzt so nach der langen Zeit, also, ich meine jetzt vielleicht die ersten Jahre, oder? Aber dann später? Du kannst ja, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dann so leicht ist, jetzt sozusagen in dieser Rolle zu bleiben, sondern irgendwann kommt ja immer so dein Charakter hervor, oder? Also, gerade nach den langen Jahren. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche ihr einfach mal ein bisschen Ruhe. Also, ich wünsche es einfach so, weil, also, ich weiß nicht, aber vielleicht liegt es daran, weil ich mal im Bundestag war und gesehen habe, was die alles machen und wie viel Stress das ist. Also, und gerade sie hat ja dann vielleicht noch mehr Stress gehabt mit mehreren Positionen, die sie da so eingenommen hat und auch einfach mal sich trotzdem mal mit sich zu beschäftigen. Was glaubst du denn, weil du, eben, du hast im Bundestag gearbeitet, du sprichst viel mit wichtigen Politikerinnen und Politikern. Wie hält man sowas eigentlich aus? Mit denen zu sprechen? Nee. Sondern wie hält man dieses Leben in einem Amt eigentlich aus, auf Dauer? Ja, ich glaube da, also, ich glaube, du brauchst schon ein gewisses, also, erst mal so eine gewisse, wie sagt man, Motivation, Menschen zu helfen oder einer Gesellschaft zu helfen. Weil, ich meine, wenn du Politiker, Politikerin werden willst, musst du ja irgendwie einen Drang haben, ich will jetzt was für die Menschen, für die deutsche Gesellschaft tun, für die Menschen. Und dann glaube ich aber auch, und das sagen, glaube ich, also, das habe ich letztens auch mal in irgendeinem Interview, aber ich weiß nicht mehr, wer das war, von einem Politiker gehört, man muss auch ein bisschen, ja, nicht jetzt Narzisst hat er jetzt nicht gesagt, aber sozusagen auch kein Problem haben, sich auch mal in den Vordergrund zu spielen oder auch eben auf, sag ich mal, vor der Kamera aufzutreten oder einfach auch, ja, auch ein bisschen machtgeil sein tatsächlich, weil ich meine, sonst kommst du da ja auch nicht weit. Also, ich glaube, du brauchst schon gewisse Züge dafür, um auch dahin zu kommen, wo dann die Leute alle hinkommen, wenn sie da, also, ne. Weil das ist ja schon bei Angela Merkel eine interessante Frage. Das Image ist ja, dass sie eben, wie du das jetzt auch beschrieben hast, wenn sie eigentlich sich nicht nach vorne drängen wollte, eigentlich, aber andererseits war sie 16 Jahre lang Misskanzlerin. Ich glaube, da ist ein logischer Bruch. Die hatte also auch Leichen im Keller, sagt ihr. Naja, und vielleicht ist die auch gar nicht so, dass sie bei Rewe, ne, wo geht sie einkaufen, ich weiß nicht, da drüben immer im Supermarkt für abends einkauft, um Quarkäulchen zu machen oder so, diese, diese Bodenständigkeit ist natürlich auch ein, vielleicht produziert, womöglich. Eine Tante von mir hat sie aber mal vor Jahren in Joachimsthal ein Fischrestaurant beim Fischessen gesehen. Das ist Joachimsthal, das ist irgendwo außerhalb. Ja, da war sie aber allein, also, ich glaube, nur mit ihrem Mann oder so und, weiß nicht, ich finde sowas jetzt als, da war sie ja noch Bundeskanzlerin, finde ich dann schon besonders. Aber gut, ja, ich glaube, das stimmt schon, dass man irgendwie immer eine Art Rolle hat oder einen nimmt, weil ich glaube, du musst ja auch was ausstrahlen und was es dann auch immer ist, aber du musst ja irgendwie auch Ruhe ausstrahlen oder Stabilität, ne, oder damit die Menschen da draußen auch beruhigt bleiben und was sie dann hinter ihre Wohnungstür macht, das muss uns ja eigentlich auch nicht interessieren. Wie hält man das aus von, ich habe jetzt vergessen, wie viele Komma 5 Millionen genau waren es, wie viele gucken das immer, was sie da macht? Was wir hier so machen? Die Einschaltquote. Eine Million. 2,5, 3,5? Ja, so 3,4, 3,4. Das kommt immer drauf an. Wie, kriegt man das nicht morgens so mit dem Kaffee überreicht? Ja, 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 ich gucke da nur jetzt auch nicht hinterher. Also ich weiß aber, dass wenn Florian Silbereisen vor uns ist, ist die Quote sehr gut. Sehr gut? Weil das hatte ich jetzt zweimal und dann war die Quote sehr gut. Und wenn danach noch Roland Kaiser kommt, dann ist sie noch besser. Ah, verstehe, also das ist der Trick. Man ist gar nicht, was man selber macht, sondern was die anderen machen. Oder auch in Halbzeitpausen von wichtigen Fußballländerspielen. Das stimmt. Das tut der Quote auch gut. Der Sendezeit nicht, aber der Quote. Also einige Millionen, mehrere Millionen Menschen gucken jeden Abend auf deinen mittelgut gepflegten Dreitagebart, Christoph. Würde dich das nicht irgendwie nerven, frage ich mich. Also mich würde es total nerven. Wie hält man das eigentlich aus? Ist das eine dumme Frage? Nee, mich fragen ja, also du bist jetzt nicht der Erste, der mich fragt. Wirklich nicht? Dachte ich fast. So, wie ist denn das da so im Studio? Bist du dann aufgeregt? Und also natürlich ist man angespannt. Aufgeregt finde ich, bin ich nicht mehr. Außer vielleicht von einem Interview, wenn ich es live mache oder so. Aber wir zeichnen die ja häufig auch auf, weil die Sendung dann so spät ist. Aber also direkt vor der Sendung ist es auch so, dass man da eigentlich relativ entspannt ist, weil die Sendung steht. Im besten Fall. Und man probt ja dann nochmal so alles schnell durch. Und gerade wenn so Übergaben sind, irgendwie mit Sport oder Tagesschau, dann macht man das eben nochmal schnell. Oder wenn irgendwie die da ihre Bilder einrichten müssen, so Licht und so ein Kram. Man muss dazu auch sagen, also ich habe einmal vor vielen Jahren Anne Will porträtiert, als sie gerade wechselte von den Tagesthemen zum ersten Mal zu ihrer Sonntags-Talkshow. und habe sie damals auch begleitet bei den Tagesthemen und war da in diesem, das ist etwas despektierlich formuliert, aber diesen Baracken. Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Genau, das war ja. Jetzt ist das sehr schick. Jetzt ist es schick, aber sozusagen damals war ja so, also man hatte ja so das Gefühl, naja, also das Zentrum der Welt ist es hier jetzt nicht. Was du als Fernsehzuschauerin und Zuschauer ja aber hast, also du hast ja das Gefühl, ihr seid mitten im Weltgeschehen, ihr schaltet hier nach Washington und da nach Moskau und so. Während ja, man ist ja eigentlich in einem Studio, in einer Redaktion, in Büros. Ja. Also schickeren Büros, aber. Ja, es ist also weniger Glanz und Glamour, als viele glauben. Also auch dieses Leben einer Moderatorin oder eines Moderators ist ja nicht Glanz und Glamour, wie viele dann immer gerne denken. Ständig in Top-Podcasts auftreten. Ja, so das natürlich. Genau, ja, also dass man jetzt irgendwie hier auch, weiß ich nicht, sonst was macht jeden Tag und eingeladen wird überall und so weiter. Also gerade als ich beim ZDF noch war und dann immer diese Frühschichten oder sowas hatte oder jetzt auch diese Schichten bei den Tagesthemen sind ja auch lang. Also wir fangen vormittags an, die Sendung ist spätabends und am Wochenende ist sie noch später und das schlaucht schon. Also ich, gerade so Ingo und Karin, also meine Kolleginnen, die sich ja immer abwechseln und wenn du dann so eine ganze Woche machen musst, das hatte ich auch jetzt im Oktober schon mal, da habe ich eine ganze Woche moderiert von Montag bis Sonntag. Boah, Alter, bist du dann so in der Mitte der Woche auch echt durch. Ich meinte übrigens gar nicht, ob du aufgeregt bist, sondern die Vorstellung, dass Millionen Leute mir dabei zugucken, wie mein Bart schlecht gepflegt ist oder sowas und dann auch sich dazu freuen, ich weiß nicht, oder sich dann äußern über mich oder du gehst über, also Günther Jauch war neulich mal hier und der konnte natürlich nicht mal an der Tür klingeln, ohne dass nicht jemand ihn angesprochen hat und gesagt, Günther Jauch. Ja, das habe ich Gott sei Dank nicht. Nee? Nee. Gar nicht? Nee, ich bin froh drüber. Also mich fragen auch Leute, ja wirst du jetzt schon erkannt, also außer jetzt beim PCR-Test oder beim Test, eine junge Frage. Ach, das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Also wir haben alle einen PCR-Test gemacht. Völlig richtig. Ach, sehr gut. Und sind 80 Mal geimpft. Genau. Und da bin ich eigentlich ganz froh. Ich weiß immer, dass die Leute dann immer sagen, oh, sie sind ja gar nicht so groß wie im Fernsehen. Das ist immer so der Klassiker. Aber da ist es echt in Ordnung, weil wenn ich dann Ingo sehe, der, der fast zwei Meter groß ist, der fällt halt immer auf. Der kann sich gar nicht verstecken. Und ich bin da eigentlich sehr froh drüber, weil ich möchte ja nicht erkannt werden. Das ist nichts Schönes. Es wird Menschen geben im Supermarkt. Oder du gehst ja wahrscheinlich auch noch selbst einkaufen wie die Kanzlerin. Die sagen, hm. Ich geh auch noch, ich fahr auch noch U-Bahn. Sie sind doch die Frau aus dieser Vorabendserie. Genau. Bestimmt gibt es doch solche Beziehungen. Nee, nee. Da hilft jetzt auch die Maske ein wenig, muss man dazu sagen. Ja, man verändert sich total. Ja, man erkennt den Menschen ja nicht unbedingt. Und ich bin jetzt auch nicht jeden Tag geschminkt oder laufe in Bläsern rum. Die Corona-Maske. Genau, die Corona-Maske. Ach, diese Maske. Ich dachte, ich habe gemerkt, das war schon gerade bei der Fernsehmaske. Ich als Fernsehprofi kenne natürlich das Wort Maske. Nee, aber auch in anderen Zusammenhängen. Ja, nee. Ich meinte natürlich die hübsche Corona-Maske, die, glaube ich, prominenten Menschen jetzt gerade sehr viel helfen, nicht erkannt zu werden. Okay, und ist das eigentlich toll, nicht erkannt zu werden? Ich brauche es nicht. Aber, also, weil das jetzt ja nicht immer bedeutet, dass sich alle freuen, dass du da bist. Gerade wenn du im Öffentlich-Rechtlichen arbeitest oder gerade als, also ich meine, ich bin ja auch ein Feindbild für gewisse Leute, die halt in mir eine Frau sehen, die Halbmigrantin ist. Und, ähm, Systempresse. Genau, Systempresse, Lügenpresse. Also, deswegen, und ich brauche gar nichts machen. Ich bin da schon falsch, sozusagen. Und sowas kriege ich ja auch zugespielt. Also, deswegen passe ich da schon auch ordentlich auf mit Privatsphäre etc. pp. Du denkst schon darüber nach, wenn du auf die Straße trittst, wie du jetzt, falls dich jemand erkennt, wirken könntest? Nee. Also, ich bin schon, ich, also, das wäre ja schlimm, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, die ganze Zeit mir Gedanken mache, Gott, wie bin ich, oder wie möchte ich sein für die anderen? Also, ich lebe, ich bin, ich werde mich, also, ich verstelle mich nicht. Und, ähm, und wenn dann mal jemand fragt, ähm, und, keine Ahnung, wenn da jemand jetzt ein Autogramm wollen würde, hätte ich da auch nichts dagegen oder ein Selfie oder so. Also, das ist auch schon vorgekommen, ähm, lustigerweise mal nach einer MoMA-Sendung, wo ich echt richtig scheiße drauf war, weil ich natürlich mega müde war, im Rewe damals in Mainz. Ja, nach dem Morgenmagazin, so, wirklich fertig. Also, für denjenigen war es dann kurz nach neun, so ungefähr, und bei mir war es quasi Feierabend, und ich war einfach fertig, und dann, äh, quatschte der, es war so ein junger Typ, und der quatschte mich dann mitten bei Rewe an. Ja, die sind ja die ZDF-Moderatoren. Das ist immer bei Rewe. Ja, ja. Aber in Mainz natürlich immer. Da gab es aber auch noch nicht die Masken, ne, und das war ja noch vor Corona, und dann hat er gemeint. Da ist ja jeder zweite ZDF-Mitarbeiter, der ist wahrscheinlich. Achso, ich kenne die worden, ZDF-Mitarbeiter. Ja, stimmt. Wir sind doch Kollegen. Und dann meinte er, ja, ein Kumpel von mir ist ein großer Fan von Ihnen. Ich dachte, ah ja, alles klar, ja, ich frage für einen Freund. Ich fotografiere für einen Freund. Genau, genau. Ja, ähm. Aber ist ja auch nett. Ich wollte, also, ich frage jetzt nur deshalb, weil das ist ja eigentlich, also, wenn Leute so nett einen wiedererkennen, ist doch eigentlich auch schön. Nee, also, voll, deswegen, also, gerade, ich kriege ja viel Feedback, über Instagram zum Beispiel oder, oder im Social Media und dadurch, und da ist es natürlich dann immer auch sehr schön, wenn die Leute dann, wie ich schon gesagt habe, so eine Deutsch-Lebanese sind, die dann einem schreibt, ich bin jetzt hier ihr Vorbild oder sowas, aber, aber, ähm, jetzt so auf der Straße, nee, ist mir noch nicht, also, ich glaube, das wird sich sicherlich in den Jahren jetzt auch ändern, natürlich, aber wenn ich jetzt länger Tagesthemen mache, denke ich mal. Und ein interessanter Punkt vorhin bei dem A- oder B-Spiel war, als wir so Politikerpaare gefragt haben oder überhaupt so politische, das ist schwierig, ne? Ich versuche einfach, naja, weil, das ist natürlich jetzt, wen soll man, für wen soll man sich da jetzt entscheiden? Das Schlabbern im Hintergrund ist übrigens unser bezaubernder Studium. Das ist, das ist nicht Christoph. Ich habe heute geschickt an den Radius. Christoph, der wieder am Weißwein libt, normalerweise, normalerweise hört man doch einen Schmerz. Das ist normalerweise, bin ich das, aber in dem Fall ist der Hund. Die schmeckt, sie schmeckt ihr. Also, wir haben Essen hier, wir haben Schlammergeräusche hier, alles mögliche. Echtes Leben. Genau. Neutralität. Neutralität, genau. Das ist mir schon wichtig. Also, ich, naja, ich bin Journalistin in einem, arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich möchte auch mich nicht angreifbar machen. Das ist auch ein Punkt und das gehört für mich dazu. Und ich, also natürlich habe ich eine Haltung und auch eine Meinung, aber ich muss gestehen, jetzt auch bei diesen Paarungen, wonach entscheidet man sich da auch so, ne? Du hattest auch so einen Kommentar gemacht und dann fiel mir ein, ich wollte dich das eh mal fragen. Also, aber da geht ja auch, glaube ich, jeder anders. Wie vorsichtig muss man da sein, wird man da eigentlich, bevor man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder Rundfunk, was auch immer arbeitet, ist das ein Thema? Also sagen dann Leute, ja, sagen Sie mal, wie halten Sie es denn mit der Politik oder ist das, macht man das eigentlich nicht und es ist selbstverständlich oder keine Ahnung? Also, also ich wurde jetzt nicht gefragt, ob ich jetzt irgendeiner Partei nahe bin oder sowas, sondern es ist eher so eine Selbstverständlichkeit, würde ich sagen, aber auch, also zum Beispiel, ich mache ja auch nebenbei andere Sachen, dass ich so freie, also Sachen moderiere oder so Events und ich muss da schon auch gucken, dass das jetzt nicht parteipolitisch ist oder so, Wahlkampfveranstaltungen logischerweise. Aber erstens, weil es eben mit meinem Job dann auch ein bisschen nicht ganz konform geht, das heißt nicht, dass ich es nicht machen kann, aber ich möchte es auch nicht, also ich möchte einfach da auch eine reine Weste behalten, wenn man so will und mich auch da nicht angreifbar machen und ich, also ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum ich überhaupt Partei ergreifen müsste, weil es ist gar nicht notwendig, also und ich arbeite ja auch noch für Funk, also für das Funk-Format, die da oben und da, das kommt ja auch aus dem Öffentlich-Rechtlichen und da ist es genauso wichtig, vor allen Dingen da ist es vielleicht noch umso wichtiger, weil wir ja auch ein bisschen ironischer, mit ein bisschen mehr anderen, also jugendlicherer Sprache und ein bisschen lockerer über Politik reden, wo uns ja auch gerne dann immer gesagt wird, ja, links-grün-versifft oder irgend sowas, dabei stimmt das nicht, weil wir da extrem drauf achten, aber es wirkt vielleicht ein bisschen parteiausgerichteter, könnte man sagen, weil wir so locker fluffig da moderieren vielleicht oder mal so einen netten Spruch machen oder weil wir mal die Partei ein bisschen doller beleuchten, aber wir beleuchten eben auch die anderen Parteien, also nur, manche wollen dann eben nicht alles sehen, sondern nur eins. Wie erlebst du denn die Wahrnehmung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Wie erlebe ich den? Also ich habe da jetzt, also ich habe, also ich meine, ich persönlich erlebe ihn als was Gutes, was Positives, einfach auch nicht jetzt nur, weil es mein Arbeitgeber ist, sondern auch als etwas, wo sehr viel Wissen und Potenzial drin steckt und vor allen Dingen auch ganz viele tolle Formate und, ob es jetzt Serien, Dokus etc., was auch immer, Magazine, die, finde ich, manchmal viel zu kurz kommen und die gar nicht so viele kennen, weil sie irgendwie nachts um drei laufen oder so. Also ich entdecke ja selber, also gerade so die Mediatheken jetzt mal wieder für mich, also ich glaube, das geht vielen so, gerade während der Corona-Zeit. Und was man da so einfach auch spannende Sachen findet, also ich hatte, habe jetzt auch letztens, das habe ich leider noch nicht angefangen, aber gibt es auch eine Doku über die Generation Merkel zum Beispiel, wollte ich mir mal angucken, aber auch so über, oder diese Doku jetzt über Kevin Kühnert beispielsweise. Kevin Kühnert-Doku, sechs Teile, ist noch in der Mediathek, Werbeeinblendung, unbedingt gucken. Also erst Christophs neuen Wochenende-Podcast, dann die Kevin Kühnert. Ja, die ist echt super, also da sieht man ja auch, also ganz allgemein nicht jetzt nur über, geht es jetzt nur um Kevin Kühnert, aber es geht auch so um die Arbeit eines Abgeordneten. Es geht überhaupt nicht um Kevin Kühnert, es geht um dieses Leben als Politiker und die Mechanik der SPD, es ist fantastisch, ein fantastischer Film. Aber das wäre halt auch spannend für eben auch noch in anderen Parteien mal zu sehen, auch wie Starloff, fände ich, also ich glaube, das läuft schon auch nochmal vielleicht in der CDU oder, weiß nicht, bei der FDP vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Was ist das gemein mit deiner Frage, Christoph? Nein, aber ich habe nur, ich wollte nur Ali ausreden lassen, weil ich meine natürlich was anderes, ich meine natürlich die politische Debatte über die Finanzierung. Ja, naja, ich weiß nicht, ich habe da ehrlich gesagt jetzt nicht so, kann jetzt gar nicht sagen, so finde ich das jetzt oder so, also du meinst jetzt die politische Debatte, ob der einfach noch relevant ist oder ob man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch braucht oder was ja, oder warum viele auch sagen, braucht man alles nicht mehr. Na, zum Beispiel gab es ja einen Konflikt, der vor allem im Osten aufgebrochen ist, über die Finanzierung des öffentlichen. Ja, ja. Das sind ja Themen, in denen man selbst, wenn man nur kursorisch sich damit beschäftigt sieht, okay, es gibt da Streit und natürlich, was du vorhin schon gesagt hast, es gibt ein gerüttelt Maß an Leuten, die sagen, dieser Staatstod ist unfassbar, Mainstream, der da bedient wird und so weiter. Also es gibt ja aus verschiedenen Richtungen einfach Fragezeichen. Ja, und das ist ja nicht nur bei uns so, also ich, zum Beispiel BBC, die ich jetzt ja auch sehr verehre, ja. Steht extrem unter Druck. Wahnsinn. Noch viel stärker als eigentlich. Eigentlich war an die BBC immer, da dachte ich immer, das ist doch mal ein tolles Beispiel für so ein System, Leute, guckt euch doch dort mal was ab, aber denen gibt es ja eigentlich, die sind ja noch viel stärker in der Kritik, wo ich immer dachte, das wäre mal ein Vorbild für Deutschland, sich dort noch so ein paar Dinge abzugucken. Und was ist das eigentlich, also was treibt die Leute da um? Fragte ich mich, oder dich eigentlich. Was treibt mich da um? Ich meine, ja, also ich finde es natürlich problematisch, wenn daran gezweifelt wird, dass wir sozusagen irgendwen manipulieren wollen oder beeinflussen wollen. Das ist, wie gesagt, auch bei Funk der Fall, dass eben gesagt wird, das ist ja alles so einseitig und so. Also im Endeffekt, weiß ich nicht, also deswegen merkt man vielleicht auch, dass ich da so rum schwadroniere, so rumdrucks, weil ich glaube, einfach denke, wir können das nur besser machen mit guten Programmen oder mit dem, was wir machen, einfach so weitermachen. Also, weil ich jetzt nicht sagen kann, da läuft alles falsch oder so, sondern das ist auch einfach die Wahrnehmung oder das, was verbreitet wird über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich, also, ich sage jetzt auch nicht, dass dort nicht Fehler passieren und ich meine, es fängt auch damit an, das hatten wir ja auch, glaube ich, schon in unserem Gespräch jetzt gesprochen hatten, zum Beispiel, dass Redaktionen vielleicht diverser, noch diverser werden müssen, weil es würde ja auch alles nochmal ein bisschen verändern in Bezug auf Gesellschaft besser abbilden, vielleicht andere Formate entwickeln, weil der eine hat, bringt noch eine andere Perspektive mit. Oder auch in den Nachrichten, der eine würde die Formulierung wählen, der andere die und Ja, was ja so interessant ist, was, glaube ich, in meiner Erinnerung zumindest in der Entwicklung der letzten Jahre ist, diese extreme Polarisierung um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und zwar von beiden Seiten. Er wird ja kritisiert von, einerseits wird er kritisiert, weil er nicht divers genug ist, weil es ein Talkshow gibt zum Thema Diversität, aber da sind plötzlich nur weiße Menschen besetzt, um mal so ein Beispiel zu nennen. Aber andererseits eben natürlich auch von rechts kritisiert wird, was du schon gesagt hast, dass er eben so Staatsfernsehen sei und so. Naja, am liebsten würde ich auch mal, ich glaube, Donja macht das ja auch viel, mal mit diesen Leuten reden, was eigentlich das Problem ist, also was sie daran jetzt wirklich stört, weil bei uns ruft ja eben nicht Merkel oder jetzt Herr Scholz an und fragt morgens so, ey, was steht auf eurem Plan, ja? Ja, und was kann ich noch dazu fügen? Also, es gibt noch eine dritte Tangente, die jetzt bei dieser Finanzierungsdebatte eine Rolle spielt. Ich sage jetzt mal meine Meinung, ja, die vielleicht speziell ist, als jemand, der ein bisschen Verantwortung hat in den Medien und auch Medien managen muss oder darf. Ich sehe ja, mit welchen Budgets wir so arbeiten und dann sehe ich die Etats, die die öffentlich-rechtlichen Sender haben. Und ich finde die Frage, immer mal zu stellen, ist das eigentlich noch zeitgemäß, so viel Geld für X auszugeben und so viel Geld für Y oder können wir das nicht intelligenter allozieren? Ja, das ist eine, finde ich, total berechtigte Frage. Deswegen tat ich mich wahnsinnig schwer damals zu sagen, das ist jetzt aber eine polarisierte Debatte, die hier geführt wird über die Finanzierung der öffentlichen Rechnung. Ich fand, da gibt es wirklich Punkte. Also können wir da nicht mal über eine Reform reden und wie könnte die denn aussehen? Und dann wirst du schon, ich bin ein Riesenfan dessen, was an Inhalten da produziert wird. Ich glaube nur, ich finde die Produktionsweise zum Teil vielleicht nicht mehr zwingend zeitgemäß im Online-Zeitalter. Und da bewegt sich sehr viel jetzt, bin gleichfertig mit der Ansprache, da bewegt sich wirklich viel. Es gibt aber doch noch, spürbar jedenfalls nach den Etats, eine Welt mit Etats, die mir nicht verständlich ist, als jemand, der sich minimal auskennt, zumindest mit Finanzen in diesem Bereich. Also es ist für mich schwer vorstellbar, was wir da eigentlich alles finanzieren. Und diese Debatte finde ich total in Ordnung. Und du kannst sie kaum führen in einer Art moderaten Tun, weil halt sofort viele andere Stimmungslagen da mit reinspielen. Das ist zum Beispiel ein Problem. Ja gut, das verstehe ich total, was du meinst. Also ich glaube, da muss auch was passieren, schon allein, wenn es darum geht, auch wie erreiche ich auch Menschen, die jünger sind. Das ist ja auch immer eine Riesendebatte, aber auch eben Menschen. Also das finde ich immer wichtig, dass wir eben nicht nur die Menschen erreichen, so wie wir, die jetzt, ich sag mal, gebildet sind, die irgendwie einen Abschluss haben, sondern eben wirklich alle. Also das war zum Beispiel im Bundestag damals auch schon immer so. Weil wir haben ja im Grunde gearbeitet für alle Menschen in Deutschland. Was natürlich nicht faktisch so ist, logischerweise. Also aber im Grunde mussten wir alles auch so schreiben oder alles so erklären können, dass eben wirklich jeder das versteht. Und die Homepage war auch so aufgebaut, gab es auch in leichter Sprache zum Beispiel. Und das ist ein hoher Anspruch und das haben wir im Öffentlich-Rechtlichen ja im Grunde auch. Ich finde, da würde ich auch sagen, manchmal wird da zu wenig gemacht, dass wir eben zu sehr in unserer Blase denken und zu wenig auch mal andere erreichen wollen. Und dann ist natürlich die Frage, wie macht man das am besten? Also brauchen wir überhaupt noch das Fernsehen dafür oder haben wir in zehn Jahren nicht andere Plattformen, wo wir die Leute besser erreichen? Wo du gerade von der Sprache redest, ja. Ich meine, die Tagesthemen müssen ja auch von allen verstanden werden. Du musst ja auch von allen verstanden werden. Wie machst du das eigentlich? Worauf achtest du bei deiner Sprache? Also ich versuche eigentlich wirklich so zu schreiben oder möglichst so zu schreiben, also dass ich wenig Fremdwörter benutze. Also dass es einfach wirklich jetzt nicht irgendwie geschwollene Sprache ist oder zu viele Wörter, die man nicht auf Anhieb versteht, sondern einfach so im Grunde auch wenn, so wie wir reden miteinander. Also weil ich sehe jetzt nicht ein, warum ich da plötzlich abgehoben sein muss oder das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man Fremdwörter benutzt, abgehoben sein muss. Aber ich finde, ich möchte ja, wie gesagt, möglichst alle erreichen und die sollen das auch sofort verstehen und nicht an einem Wort hängen bleiben und dann erst mal die ganze Nachricht schon wieder vergessen haben. Also die sollen sich ja auch damit identifizieren können, mit den Nachrichten, mit der Sendung und ich finde, das geht über Sprache sehr gut und auch über die Person natürlich, aber eben auch, wenn es verständlich ist. Und deswegen ist ja auch wichtig, dass wir in Interviews auch, finde ich, genauso wie du jetzt sagst, du fragst jetzt die Kinderfragen, das ist für mich so ähnlich. Also die naiven Fragen, wenn man so will oder einfach nur um wirklich auch so ein Sprachrohr oder so ein Mittelsmann, Frau zwischen Zuschauer, Zuschauerin und der zu interviewenden Person ist zum Beispiel, weil das sind wir ja. Wobei natürlich die Interviews in den Tagesthemen oder im vergleichbaren Format heute Journal ja natürlich eine gewisse andere Voraussetzung haben, weil die Politikerin und der Politiker, der interviewt wird, die interviewt wird, ja genau weiß, es gibt hier eine bestimmte Minutenzahl, die ist maximal. Das heißt, wenn ich jetzt hier am Anfang schon mal irgendwie eine Minute oder 40 Sekunden durchrede, dann komme ich schon auf eine gewisse Anzahl und es gibt eine Endlichkeit an Nachfragen, oder? Wie ist das eigentlich im Alltag? Also kannst du da mal ein Beispiel erzählen, wo du gemerkt hast, hoppla, also hier will jemand einfach nur die Botschaften loswerden und weiß aber sozusagen, die Zeit läuft eh runter. Also ich hatte eher den gegenteiligen Fall mit Karl Lauterbach, da war er noch nicht Gesundheitsminister. Ja, nein. Genau, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen oder so und da hat er nach meiner ersten Frage, so ein Einstiegsfrage, glaube ich, in einem Satz geantwortet und dann war ich selber noch nicht so darauf vorbereitet, dass er schon so, also dass er nur so kurz antwortet und dann, ja, der war da recht kurz und knackig, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, weil man natürlich da mehr fragen kann, aber das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht damit gerechnet und ich hatte jetzt, ich glaube so, ja, ich glaube so mit Christian Lindner hatte ich, der kann das ja gut, der ist ja auch so ein notorisches Ast so, der kann halt einfach reden, reden, reden und einfach weiter reden und findet gefühlt zu jeder Frage eine Antwort. Das finde ich auch sehr faszinierend. Also ich finde das auch irgendwie spannend, wenn Menschen sowas können und ja, klar, da ist dann natürlich unsere Aufgabe dann auch entweder mal zwischenzugrätschen oder eine Nachfrage zu stellen, also, also genau, mit Lauterbach hatte ich eigentlich das andersrum und er dann, Herr Lindner, ich glaube, das war jetzt so, wenn dann so jemand... Und die Extremfannen. Ja. Ich habe aber gehört, der Lauterbach, der redet auch gern, also es ist jetzt nicht immer so. Nee, deswegen, das war ja das Problem. Paradoxe Intervention. Da musst du bestimmt reingrätschen oder so, aber nee, der war da sehr kurz angeboten, aber das war auch der erste Tag mit dieser Omikron-Variante und der war, glaube ich, der war eh so auf Zack die ganze Zeit in dem Interview und ich glaube, der hatte einfach wenig Zeit. Wenn wir schon an dieser Stelle sind und in diesem Podcast, eine Frage, die uns immer mal wieder beschäftigt, einfach aus Eigeninteresse, uns macht es wahnsinnige Freude, diesen Podcast. Man kann nicht für mich sagen, ich glaube auch für Maria weiß ich nicht die Arme. Sie hört nur zu. Nein, nicht immer, manchmal sagt sie auch was. Und zwar, wir haben auch schon mal reflektiert, warum uns das eigentlich so viel Freude macht und einer der Gründe ist natürlich, dass wir echt Zeit haben, nachzufragen und auch ernsthaft Interesse haben, was die Leute wirklich denken und nicht, was sie jetzt in 1,30 sich packen lässt. Und um das jetzt umzudrehen, ist das nicht fürchterlich, so feste Zeitfenster zu haben, wo dann der, also wir waren schon mal bei den 20 Sekunden, ja, wo du bist die Meisterin der 20 Sekunden nach gewesen. Das ist doch fürchterlich, weil es ist nicht eigentlich gelungene Kommunikation, wenn man so lange nachfragen kann, bis man, ach jetzt habe ich es verstanden, lauter war, ach so meinst du das, ah. Und ist das nicht sehr menschlich einfach, dann verplappert man sich, jetzt bin ich überrascht, sie sind schon fertig, Moment, was will ich jetzt sagen. Das ist doch super normal. Vor allen Dingen, ein Gespräch kommt ja, finde ich, erst auch nach einer Weile zustande. Also gerade am Anfang muss man sich ja auch erst mal ein bisschen auffärmen. Aber ist es nicht, also um das Format Fernsehen oder diese Sendung zu wenden oder zu fangen, ist das nicht auch etwas, was zu einer ganz seltsamen künstlichen Atmosphäre führen muss? Klar. Also ja, es ist, also als ich jetzt damit angefangen habe, war es natürlich schön, dass ich jetzt grundsätzlich mehr Zeit habe, weil habe ich ja, also von dem einen. Für dich ist das Luxus, ne? Für mich ist das Luxus, genau, weil ich jetzt auch mehr schreiben darf. Wir sind ein kalbender Gletscher, dieser Podcast ist im Grunde eine Zeitlupe, ja. Genau, und Interviews sind auch plötzlich länger, also wir haben ja jetzt so fünf bis sechs Minuten, je nachdem. Fünf bis sechs Minuten, da habe ich nicht mal den Wein auf, fünf bis sechs Minuten. Genau, aber ich sage mal, das ist ja auch nochmal so ein ganz anderes Gespräch natürlich, aber ja, nee, natürlich ist das eigentlich viel zu kurz, aber manchmal, aber ich finde eigentlich auch, dass es eine Kunst ist, gerade in dieser Kürze der Zeit, was Gutes hinzubekommen. Und das, finde ich, macht es ja auch aus, das macht auch genauso aus, wenn du 20 Sekunden echt schaffst, eine Nachricht irgendwie zu vermitteln. Aber natürlich muss man auch da ehrlicherweise sagen, das ist auch oft an der Oberfläche gekratzt, aber ich finde es immer wieder faszinierend oder fand es immer faszinierend, wie wir es dann wirklich auch geschafft haben, in 20 Sekunden Sachen runterzubrechen, die man wirklich dann eigentlich versteht. Also zumindest jetzt, um sich dann weiterzulesen, kannst du ja dann irgendwas dann auch angucken oder so oder. Ja, aber bei Interviews, klar, gerade wenn du eigentlich merkst, dass so jetzt so ein Schwenk kommt, so, ah, jetzt hast du den vielleicht gleich, sind dann die sechs Minuten um. Ja, ja, das ist so. Weil du kannst ja dann auch nicht weiterreden, also darfst dann auch nicht, also das ist schon. Also Tagesthemen-Moderatorinnen und Moderatoren in Deutschland werden ja bekannt. Und also man kann sich kaum dagegen wehren, bekannt zu werden, weil man ist jeden Abend zu sehen und es sehen einen viele und es sehen natürlich auch einen viele, die selbst viele Entscheidungen treffen. Das heißt, es ist auch ein sehr gebildetes Publikum, was ihr da erreicht. Aber man wird ja dann bei dem breiteren Fernsehpublikum eigentlich erst so richtig bekannt, wenn mal was schief geht. Ja. Oder wenn mal was passiert, was niemand vorhergesagt hat. Also das berühmte Plaudergeschichte. Weil die Ärzte sind bei den Tagesthemen. Die Ärzte. Da bin ich ja total neidisch auf Ingo. Muss ich gestehen. Genau. Also das heißt eigentlich sozusagen, es ist ja etwas Paradoxes. Also man wartet ja nicht darauf, dass was schief geht. Aber wenn was schief geht, das ist ja eigentlich dann das Fernsehen richtig interessant. Ja, hatte ich ja. Also jetzt nicht bei den Tagesthemen, aber beim ZDF hatte ich, da kam einmal die Maske, also in dem Fall die richtige Maske. Für Jochen erklärt. ins Bild, da war ich gerade im Morgenmagazin und war schon auf Sendung und sie kam, sie meinte, sie müsste nochmal an meinen Haaren zuppeln und ist dann wieder zurückgekommen. Und das war aber irgendwie, also natürlich war es in dem Moment für alle ein Schreckmoment, aber es war auch irgendwie lustig im Nachhinein und das ging auch, glaube ich, ordentlich viral so. Also ist das nicht ganz normal, dass die ganze Zeit irgendwie so, es passieren ja auch Dinge, die weiß nur, aber ist das jetzt, ist das jetzt doch kein Weltuntergang, oder? Nö. Oder dass der Hund reinkommt und den Podcast voll, ja. Guck mal, ich gucke mal auf den Schoß. Guck mal, ich gucke mal auf den Schoß. Guck mal was. Wo ist die Socke eigentlich? Die ist schon ausgesockt. Aber es gibt noch Wasser? Nee, Zweitsocke. Wie viele Socken hast du denn dabei? Ja, da merkt man, wie viele kaputte Socken sind. Was ist denn da eigentlich? Das wollen wir nicht wissen. Was sind da drin dann, so diese hartleibigen? Nee, so ein Hühnerfilet, also so ein getrocknetes Hühnerfilet. Getrocknetes Hühnerfilet? In der Socke. Vielleicht sollten wir das auch mal catern. Nein. So Crunch. Also eigentlich, und das ist ja, was Jochen schon sagt, ist ja so interessant, weil da hat man immer so das Gefühl, das ist das echte Leben. Ja, ich finde sowas, ich habe mich, also blöd gesagt, nach dieser Sache damals, ich habe mich so gefreut, weil es einfach so menschlich ist und so völlig normal. Ich habe ja damit überhaupt keine Probleme und danach haben ja auch ganz viele gesagt, boah, das war jetzt der neue Susanne Daubner-Move oder, weil da gab es ja diese Sache, dass bei Susanne Daubner in der Tagesschau mal jemand hinten gewischt hat. Das ist richtig toll. Genau. Und da haben mir dann alle gesagt, das wäre jetzt die zweite, das zweite danach, das neue sozusagen. Also ich finde sowas ja eigentlich immer ganz nett. Also das, ja, je nachdem. Ja, aber es ist so interessant, weil das immer, wenn man mal bei öffentlich-rechtlichen, ich finde es vor allem bei öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil die machen halt auch, läuft auch viel mehr live, muss man ja auch sagen, also bei anderen Sendern, dass man so miterlebt, diese unglaubliche Routine und Perfektion, in der so ein ganzer Apparat abläuft. Ich finde in jeder Sendung, wo man mal war oder hinter den Kulissen dabei war, finde ich das jedes Mal wieder so beeindruckend und dann kommen dann die Kameramänner, die seit 40 Jahren… Wir haben ja noch nicht mal welche. Ach genau, ihr habt ja eigentlich noch nicht mal. Im Studio gibt es keine Kameramänner mehr. Genau, aber was ich gerade sagen wollte, weil du es erwähnt hast, zum Beispiel, wir hatten ja letztens den Moment, wann waren das, vor zwei Wochen oder drei, als die Tagesschau nicht um 20 Uhr begann. Sondern um ein paar Sekunden später. Sondern 35 Sekunden später. War da was los im Internet? Ich war dann nämlich da und Judith hatte Sendung. Judith Rakers. Judith Rakers, genau. Und keiner wusste, was da jetzt los war. Also es war irgendein technischer Fehler oder sowas. Und der Witz war aber auch noch, nicht nur, dass sie 30 Sekunden später begann, sondern dass auch die Anfangsmelodie erstmal die von den Tagesthemen war, aus Versehen. Und dann erst die Tagesthemen. Und sie selber hat es ja nicht aufgeklärt. Nee, weil das zukommt, das war irgendwie so ein komischer technischer Fehler, den keiner so richtig gecheckt hat. Verstanden hat zu dem Zeitpunkt, ja. Diese Animationssoftware war doch irgendwie abgestürzt oder hing irgendwie. Aber was ich eigentlich sage, erinnert ihr euch noch an Professor Kelly? Ich habe das, glaube ich, schon mal kennengelernt. Professor Kelly ist berühmt geworden, weil er eine Aufsage hatte als Asien-Experte. Ich glaube, er ist in Südkorea. Und in der BBC. Und sein Baby. Berühmt. Und dann kam hinten das kleine, ich glaube, Mädchen rein und ist so rumgetanzt. Und er hat immer versucht. Ach, seine Tochter? Ja, ja, genau. Oder ist das mit der, ach so. Und dann kam seine Frau rein und dann kam noch das Baby rein. Und du denkst, und du dachtest, mein Gott. Aber das war so schön. Hat das so versucht, wegzulächeln und seriös weiter mit der BBC zu sprengen. So, dann kam die Pandemie. Leute haben Tagesthemenkommentare aus ihrem Wohnzimmer gesprochen, sage ich jetzt mal. Plötzlich gab es Remote-Schnubbi. Und ich fand das ganz toll, weil plötzlich waren alle entspannt. Und das ist auch nie wieder ganz weggegangen. Also du weißt einfach, wenn ein Baby in einer Videokonfinance durchs Bild läuft, das ist das Normalste, was es überhaupt gibt. Am schönsten fand ich mal dieses Video von einem Pfarrer, ich weiß nicht, ob das Italien oder so war, der auch so eine virtuelle Stunde gemacht hat, Gebetsstunde und dann diese Katzenfilter und so auf Sendung. Nee, das war kein Pfarrer, das war ein Anwalt. Das war eine Gerichtsverhandlung. Es gab aber auch einen Pfarrer, das weiß ich. Echt? Ja, war nicht in Deutschland oder ich weiß nicht mehr. Der hatte dann aus Versehen das irgendwie nicht ausgemacht. Es gibt eine US-Gerichtsverhandlung. Ein Anwalt mit einem Katzenfilter. Das habe ich auch gesehen. Der über den Laptop seiner Kollegin kam ich da drin. Und der wusste dann nicht mehr, wie er da rauskommt. Ich habe das nicht, ich mache das nicht, mit Absicht sehe ich, sie sehen aus wie eine Katze. Aber ist das nicht ganz menschlich? Ich finde das total toll. Aber kann man nicht mal, was weiß ich, das Weißweinglas auf dem Tisch stehen haben? Oder nur, irgendwie kann es nicht einfach menschlich sein? Muss das immer so Raumschiff-Enterprise-artig daherkommen? Naja, nee, also zum Beispiel, ich sage ja immer, ich möchte total gerne oder viel mehr so mit dem Studio machen. Also das bedeutet gerne mehr Gänge oder... Was ist denn ein Gang? Also so beim Essen? Nee, also Gang jetzt im Studio, wo man dann auf einer einen Seite anfängt und dann läuft man und währenddessen läuft die Kamera mit dir und du redest dabei irgendwas, keine Ahnung. Wie so ein echter Mensch, also man geht wie ein echter Mensch. Man geht einfach, mit hohen Schuhen natürlich nochmal ein bisschen anders, aber das Problem war lustigerweise, dass bis, ich glaube letzte Woche gab es meine Gang noch nicht, weil ich ja so klein bin und es musste erstmal alles eingestellt werden. Aber so klein bist du jetzt gar nicht? Nein, aber ich bin die Kleinste jetzt, ich bin nicht nur die Jüngste, sondern ich bin auch die Kleinste. Da muss die Roboter-Kamera eingesichtet werden? Ja, das ganze Studio oder was, keine Ahnung, da gibt es so Einstellungen, so Templates. Ach, du musst so einen hohen Gang und wirst dann praktisch... Die richten das dann irgendwie ein, dass das dann automatisiert ist. Aber warum hat man eigentlich Kameraleute abgeschafft? Ja, beim ZDF gibt es die ja noch, das war ja Greenscreen, es ist ganz anders, hat alles Vor- und Nachteile. Naja, und jetzt kann ich aber endlich Gänge machen, wenn man sie denn dann... Das Studio muss ja erst angemessen werden. Ja, also es musste erstmal eingestellt werden, so Templates, weil ich weiß zum Beispiel auch, dass... Mach es noch kleiner. Kleiner, nee, noch kleiner. Genau, ich bin jetzt XS größer. Du darfst aber da nicht wachsen. XS darfst auch... Nee, also bei den Schuhen muss ich auch immer aufpassen, aber die sind einfach hoch, so Punkt, und da müssen die dann mit klacken, weil umso größer, desto besser, sagen wir es mal so. Aber umso kleiner ich werde, das ist halt schwierig. Und wir haben aber einen Kollegen, ich glaube, das ist der, ich weiß nicht, ob das der Ralf Baudach ist oder so, der ist über zwei Meter groß, der muss, hat mir mal jemand erzählt, ich habe es noch nicht gesehen, der geht ohne Schuhe da rein. Nee. Weil der sonst mit den Schuhen, das sind ja so nochmal, hat ja auch ein Abseits. Ausbringtes Template. Ja, genau. Aber das ist doch, ist das nicht grauenhaft? Ich meine, warum ist das? Also ich bin lieber zu klein. Ich habe durch meine Größe eher Vorteile immer gehabt als neben nachdem. Aber das ist, was Jochen schon meinte mit dem Raumschiff Enterprise, das finde ich eigentlich eine gute Metapher. Das ist so. Wir hatten mal ein Raumschiff Enterprise da übrigens drin, als Augmented Reality. Weil man fragt sich ja schon, man kann sich zumindest die Frage stellen, im Jahre 2021, 2021, warum hängt die Seriosität einer Nachrichtensendung davon ab, dass sie aussieht wie Raumschiff Enterprise? Also, weil ihr jetzt einfach dieses Studio an sich als Raumschiff Enterprise… Nee, wir nennen das jetzt so, ja. Ah, okay, dieses Studio… Es ist so wahr, es sieht, man sieht teuer aus. Es sieht so, wow. Das war es, glaube ich, auch. Ja, aber jetzt nicht nur bei den Tagesthemen, beim Heute-Journal gibt es dann diesen langen Holztisch, der sich ja genauso teuer war. Also warum muss das eigentlich so sein? Also ich bin da, also für mich muss es da gar nichts sein. Also ich bin ja jetzt auch quasi neu und also jetzt bei den Tagesthemen und passe mich da jetzt zwar erstmal an, aber trotzdem versuche ich ja auch meine Note, persönliche Note da irgendwie mit reinzubringen und das wird sich auch, glaube ich, mit der Zeit zeigen. Aber ich kann jetzt natürlich jetzt nicht die ganze Sendung verändern. Das sind natürlich so Sachen, die sich wahrscheinlich entwickelt haben und ich glaube, so gewisse… Ich glaube, so eine Statik oder so dieses Raumschiffartige, wie ihr es nennt, ich glaube, das brauchen auch die Zuschauer, Zuschauerinnen damit, dass so eine Seriösität vielleicht bekommt. Ich weiß nicht, wie bei der Tagesschau… Aber das wäre ja die Frage, die Christoph-Abend-Frage ist, wirkt es nur seriös, wenn es aussieht, wie es darstellt. Ist jetzt egal, wie für ein Wort für dieses… Naja, es ist ja genauso bei der Tagesschau, könnte man auch sagen, warum müssen die jetzt da so steif sitzen und warum bewegen die sich nicht mehr? Kann der ja mal lachen. So, ne? Genau. Könnte ja mal lachen, oder? Aber es ist halt auch so ein Flaggschiff und ich glaube, wenn sich das plötzlich ändern würde, würden da ganz viele aufschreien. Also, gerade die Tagesschau ist ja so ein… Ja, das… Also, mich befremdet das leicht. Und du hast… Was würdest du denn anders machen? Ich versuche mal einen Vergleich zu ziehen. Dieser Kühnert-Film, den jetzt keiner gesehen hat hier. Leute, guckt diesen Kühnert-Film. Den liebe ich auch deswegen. Es ist eine Langzeitbeobachtung mit Kevin Kühnert und wie er die SPD in der SPD agiert und alles mögliche. Und das Tolle an diesem Film ist, der kommt fast komplett. Es gibt einen rosa Filter oder Rotfilter, den sie benutzen. Sonst kommt der komplett ohne Stilmittel aus. Das sind einfach die Filmen. Das wird geschnitten. Die sagen nicht mal was. Und du siehst sechs Folgen lang, ah, ich weiß nicht, 45 Minuten siehst du dem Mann einfach bei der Arbeit zu. Das ist so toll. Das Gegenteil ist Dokumentarfilme von früher oder die es auch immer noch gibt. Super Computergrafiken und dann vier Bild… Selbst, wie heißt er noch, dieser vielfach preisgekrönte Politik-Reporter, fällt mir jetzt gleich wieder ein, hatte jetzt über die Bundestagswahl auch… Stefan Lambi. Danke. Bitte. Selbst Lambi, der wirklich toll ist, braucht dann vier Bildschirme, die gleichzeitig zu sehen sind, damit man die gleich, alle Politiker gleichzeitig und so, so super inszeniert. Und es geht noch viel schlimmer. Ich habe schon, man sitzt ja auch in so Juries, da galoppieren Pferde, animierte Pferde über Brücken und eigentlich machst du einen Dokumentarfilm aus Silicon Valley und da muss aber unheimlich viel animiert sein. Mich stößt das total ab und ich finde es viel angenehmer, wenn es einfach menschlich ist. Du hast eine Kamera, da ist ein Mensch, da passiert irgendwas. Was, ich zeige dir das jetzt so. Was weiß ich, Günter Gauss, oft zitiert hier, was war das, 80er, 70er, 80er Jahre, die sitzen zwei Stunden im Studio, Helmut Schmidt raucht und sonst passiert eigentlich nichts und die reden so ein bisschen. Da ist nichts animiert, außer der Zigarette. Aber das sind ja dann keine Nachrichten, ne? Ne. Also das ist ja das Problem. Die Ästhetik, die da, wow, was fliegt denn da wieder durchs, das ist ja der Hammer und die Roboter-Kamera und muss das eigentlich sein? Also oder ist es nicht eigentlich schon, vielleicht war das mal so, als man dachte, man will sowas zeigen, was man so kann, aber ich finde es ganz seltsam. Naja, ich finde es bei der Tagesschau und meine Tagesthemen sind eine Weiterentwicklung der Tagesschau, davon abgeleitet ja quasi, ja schon interessant, weil dieses Format scheint mehr doch ein deutsches Format zu sein, also dass es eine Nachrichtensendung gibt mit einem Sprecher oder einer Sprecherin, in der die Nachrichten verkündet werden, als ob es eine objektive Weltdarstellung gäbe in 15 Minuten jeden Tag, also das ist ja Fiktion natürlich, ja. Und diese Strenge und dass da eigentlich nichts passieren darf und da darf sich über Jahrzehnte darf sich die Struktur der Sendung nicht verändern, also alle Veränderungen müssen eigentlich so gemacht sein, dass die meisten Zuschauer sie nicht merken oder so. Hat die vielleicht auch damit zu tun, also die Genese des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und damit auch einer Sendung wie der Tagesschau, dass sie natürlich aus einer Zeit kommt, in der sozusagen das Land einfach nicht demokratisch war und man versucht hat, Dinge zu definieren, wie die Tagesschau und viele andere Dinge, Institutionen zu schaffen, die Demokratie vermitteln. Denn lockere Nachrichtensendungen gibt es ja auch in Deutschland, aber so richtig durchgesetzt in dem Sinne haben sie sich auch nicht. Ja, man könnte ja klar schon sagen, ob jetzt die Tagesschau so wie sie jetzt da ist, ob sie nicht einfach gar nicht mehr in die Zeit passt von heute, aber also ich glaube, da würde schon, also oder anders gesagt, ich weiß auch, dass wir da im ZDF hatten wir auch oft so Diskussionen in Bezug auf, für wen machen wir eigentlich diese Nachrichten, ist ja jetzt erstmal egal bei welchem Sender, also einfach die Sendung 19 Uhr oder 20 Uhr oder Tagesthemen, für wen macht man eigentlich diese Sendung und im Endeffekt muss man ja auch immer überlegen, beispielsweise, wenn du dir jetzt überlegst, 20 Uhr, es gibt Menschen da draußen, die sich so wie wir ständig Eilmeldungen bekommen oder schon bei Social Media informieren oder einfach automatisch von morgens bis 20 Uhr schon eigentlich alles wissen, wenn man so will. Was ist, wir wissen schon, dass Herr Merz gewählt wurde zum Beispiel und dann kommt das aber nachher bestimmt in der Tagesschau wetten, so und es gibt aber auch immer noch Menschen, die auf dem Bau arbeiten, die Bäcker sind, Bäckerinnen oder was auch immer und den ganzen Tag keine Nachrichten konsumieren. Apothekerinnen, sag ich es mal, also die kommen dann. Also die einfach keine Zeit haben, schlicht und einfach oder auch Ärzte oder Ärztinnen, die irgendwie keine Zeit haben und die haben dann eben nur die 20 Uhr oder erst als erste Nachrichtensendung des Tages die Möglichkeit mal was zu gucken, beispielsweise. Zumindest war es auch früher ja so, als wir auch noch kein Internet hatten, das war die Tagesschau oder diese Nachrichtensendung am Abend, nur mal das erste Medium oder die erste Sendung, wo du einfach irgendwie überhaupt Informationen bekommen hast und heutzutage ist das einfach anders. Deswegen gibt es ja auch, glaube ich, diese oder gibt es ja auch diese Diskussion überhaupt, brauchen wir das alles noch, ist das alles noch zeitgemäß? Ich gucke keinen Fernseher mehr, also ganz viele, die man so, also die ich kenne, haben gar keinen Fernseher mehr. Also ich hatte lange auch keinen mehr, auch zu ZDF-Zeiten nicht und jetzt habe ich einen, weil ich einfach gerne Netflix gucke, wie ich ja schon betont habe. Der klassische Impuls, um einen Fernseher wieder zu kaufen. Genau. Aber ja, also deswegen muss man, glaube ich, überlegen, für wen macht man das alles noch und für wen nicht und wie bespielt man die ganzen Produkte? Also auch in Form von, was zeigst du in der Tagesschau? Zeige ich jetzt etwas, was alle eh schon wissen, weil sie den ganzen Tag Social Media konsumiert haben? Oder zeige ich das dem, der eben noch gar nichts weiß? Also das sind auch zum Beispiel Sachen, die, weiß ich auch, auch beim ZDF und auch bei der ARD immer beschäftigt haben oder beschäftigen werden, weil man einfach überlegen muss, was weiß der Mensch da draußen jetzt schon alles und wie viel muss ich jetzt noch mitgeben und wie vermittle ich das jetzt auch am besten? Also ich muss auch einfach sagen, ich bin auch ja noch neu in diesem ganzen Spektrum da beziehungsweise in diesem Sender und deswegen lerne ich ja auch jetzt erstmal so die ganzen Redaktionen kennen und auch was dahinter so passiert und es ist schon spannend auch, wie viel Aufmerksamkeit trotzdem auf der Tagesschau liegt, also sowohl intern, also im Sender, aber auch von außen. Also wirklich dieses Beispiel mit diesen 30 Sekunden, wo du denkst, ey, 30 Sekunden, Leute, entspannt euch mal. Aber das ging ja rauf und runter, das war überall in den Medien und wo sich alle drüber, echauffiert haben, wie kann das denn sein, dass die 30 Sekunden später anfängt und dann noch nicht mehr mit der richtigen Melodie. Dafür zahle ich all dieses viele Geld. Genau, dafür zahle ich so viel Geld. Ja, also und da merkt man dann erstmal so wieder, wie viele Leute doch die Tagesschau gucken. Ja, 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 sehr viele Einschaltkunden, der hohe Einschaltkunden ist ja höher denn je. Ja, ja, ja. Aber das war auch, das weiß ich auch, auch während Corona, also als das anfing letztes Jahr, das war auch insofern lustig, weil ich musste ja trotzdem nach Mainz, also trotz Corona und Lockdown und so, weil man hat ja kein Homeoffice oder so, ich muss ja ins Studio und bin dann da hingefahren und dann habe ich lustigerweise im ersten Lockdown enorm viele Mails und Nachrichten bekommen von Freunden und Menschen, die mir geschrieben haben, Alin, du bist ja im Fernsehen. Und ich so, ja, ich bin seit vier Jahren im Fernsehen. Hä? Ach so. Weil die alle plötzlich zu Hause waren und mal im Fernsehen geguckt haben. Nee, die hatten dich noch nie gesehen vorher. Ja, scheinbar, also oder es ist nur so dreiläufig oder die haben es nicht geglaubt oder so. Ich weiß nicht, es war total lustig, es war wirklich lustig, weil wenn man dann tagsüber Schicht hat, dann bist du natürlich tagsüber und die, normalerweise sind die Leute dann arbeiten, ne? Sehen die das natürlich nicht, ja. Das war sehr lustig, ja. Bist du eigentlich noch nervös, wenn du live on air gehst? Nee. Nee, also angespannt, also man ist, man hat so eine Grundanspannung, also das war auch die Frage, die ich glaube ich immer noch nicht beantwortet habe von Jochen vorhin, wie das so ist da vor so einer Kamera. Also nein, ich fühle nicht, dass da zehn Millionen natürlich mir zuschauen, was ich aber auch ganz gut finde. Es ist was an, also ich habe mich im Studio schon immer gut gefühlt oder wohl gefühlt. Also es ist für mich jetzt nicht, dass ich da so ein emotionales Verrack bin und dann gleich umfalle. Aber so Interviewsituationen, die sind schon spannend, weil da weißt du ja eben nicht, was kommt, ne? Bei so einer Sendung ist, du weißt halt, wie das Studio läuft, du hast deinen Knopf im Ohr, dir spricht der Regisseur auf dein Ohr und du weißt, wo du dich hinstellen musst, du hast deine Karten, du hast deinen Teleprompter, also ohne den wäre man dann auch aufgeschmissen natürlich. Aber so, ich habe da kein Problem mit, mir macht das Spaß. Was ist nochmal ein Teleprompter? Also Teleprompter ist im Grunde die Kamera, wo du reinguckst, aber da läuft dann sozusagen dein Text. Und dann hast du so eine nette Dame. Warum läuft da Text? Ja, ach so, wir lernen das natürlich alles auswendig. Was? Nein. Ja, das wurde mir auch schon mal gesagt. Lernen wir das alles auswendig? Also wurde ich gefragt, ja, um wir das alles auswendig lernen. Das heißt, du liest den Text in der Kamera ab, in die du guckst. Ja, genau. Aber das ist ja Betrug. Fake News. Nein, aber es ist so, ich dachte, du liest das von diesen Karten ab, die du so. Ja, dann würde ich ja die ganze Zeit runtergucken. Wie soll ich sagen, so demonstrativ ordnest. Aber ich klappe sie doch mal ein. Jetzt habe ich es auswendig. Genau. Ah, nee, doch nicht. In Wahrheit, warum hat man diese Karten überhaupt? Ja, die sind zur Sicherheit, falls mal der Teleprompter ausfällt, aber auch einfach Optik, weil es gibt so Menschen, wie ich zum Beispiel, die sehr viel mit gestikulieren. Und dafür helfen Moderationskarten ganz gut. Das ist so ein klassisches Trick. Dass du nicht guter Typ liest. Ja. Also, dass man nur dosiert gestikuliert, ja. Aber man darf als Nachrichtenmoderatorin nicht so viel gestikulieren. Naja, also bei der Tagesschau machen sie es ja gar nicht. Also, aber bei den Tagesthemen, ich finde das schon wichtig. Also, ich nutze Mimik und Gestik sehr gerne. Und man merkt gar nicht, also, wie viel so ein Studio eigentlich schluckt. Also, das ist sowohl bei der Maske so, wo man manchmal denkt, oh Gott, ich habe ja schon so viele Schichten auf mir drauf. Und dann kommst du in so ein Studio und denkst so, oh, da fehlt ja irgendwie noch was. Und, ähm, oder genauso, wenn du eine Mimik machst oder eine Gestik im Studio, ist die dann viel kleiner, als du sie fühlst. Also, deswegen muss man da immer ein bisschen mehr eigentlich geben, damit das besser rüberkommt. Und das ist, ähm, das muss man erst mal alles lernen. Haben dir deine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt die Tagesthemen schon länger moderieren, eigentlich einen Tipp gegeben? Also, auch aus ihrer eigenen Erfahrung, worauf du achten solltest? Ja, also, also unterschiedliche Tipps jetzt einfach grundsätzlich auch, ähm, zur Arbeitsplanung, sag ich jetzt mal, auch, wann wir Konferenzen haben und so. Also, das war jetzt so eine allgemeine Sache, das kriege ich natürlich auch durch die Redaktion mit, aber das vergisst man auch am Anfang gerne mal. Ach, oh Gott, da muss ich, ja, da ist ja die Grafik-Sitzung, da muss ich ja da noch anrufen. Und, also, die Abläufe sind ja auch schon noch ein bisschen vielfältiger und komplexer, als jetzt bei, bei der Sendung, die ich vorher gemacht habe. Ich meine jetzt eher so beim Moderieren. Du möchtest jetzt gerne, ach so, du möchtest jetzt gerne nochmal was. Mir fiel nur gerade ein, Ingo Zamperoni hat ja mal, war ja mal in der Öffentlichkeit, als er bei einem Länderspiel Deutschland-Italien, mal eine Bemerkung gemacht hat. War das nicht sogar das damals 2006? Das weiß ich nicht mehr, welches es war, aber es war ein wichtiges Spiel zwischen Deutschland und Italien und seine Solidarität war nicht so ganz eindeutig formuliert. Also, ja, also gut, aus der Erfahrung, also das hat er mir jetzt nicht gesagt, Arlin, vermeide das, aber ich wurde von anderen Menschen viel, also gefragt, was für einen Abschlusssatz ich denn mir da überlegen wurde, habe ich gesagt, gar keinen, weil, also Karin macht ja auch keinen und Ingo eigentlich auch nicht, das wusste ich aber gar nicht. Ich habe gedacht, er hat auch immer diesen Abschlusssatz, bleiben Sie zuversichtlich, aber ich habe gehört, das hat ja erst in der Corona-Pandemie angefangen, einfach aus dieser Situation bedingt. Ja, aus dieser Stimmung heraus. Genau, und ich habe aber gesagt, nee, ich möchte das auch nicht, weil ich möchte jetzt nicht den Menschen, also ich möchte nicht den Menschen sagen oder wie sie sich zu fühlen haben, also das ist, nee, da würde ich mich auch unwohl fühlen. Ja, Ulrich Wickert hat damals mal gesagt, eine geruhsame Nacht, ja, da gab es, ich glaube, jeder hatte irgendwie so einen Abschlusssatz, glaube ich, aber ich kenne die jetzt nicht alle, also. So, und dass du jetzt keinen hast, hat es keiner? Ich sage tschüss. Tschüss? Ja, tschüss. Und lächel dann. Ich finde sowas viel wichtiger als jetzt so einen Abschlusssatz, oder? Ich finde so ein freundliches Lächeln am Ende. Wie informierst du dich eigentlich selbst? Viel über Social Media. Was? Ach, ja. Wieso? Sollte jetzt irgendwas anderes kommen? Naja, also morgens um 6.15 Uhr mit dem ersten Tee lese ich www.zeit.de, hätten wir jetzt natürlich erwartet. Ach, oh Gott, ja, natürlich. Also jetzt fällt es mir wieder ein. Ich höre dann die Podcast von mir so weit. Ja genau, dann Bildungspodcasts rauf und runter. Ach, stimmt. Ich lebe der Tag erstmal los. Twitter? Ich bin ungern bei Twitter. Nee, Twitter ist nur so eine Notgeschichte, weil man ja in dieser Blase arbeitet im Journalismus. Was gibt es noch für Social Media? YouTube? Also ich bin schon sehr gerne bei Instagram. Das ist so. Ich bin halt so ein visueller Mensch. Und da kann man sich informieren. Ja, also viel, also ich meine, die da oben beispielsweise, das ist ja ein Politikformat und wir haben innerhalb, ich glaube, eines Jahres 200.000 Follower jetzt zusammengesammelt, alle echt. Und ich, also hätte ich auch im Leben nicht gedacht, weil wir sind ja kein Beauty-Blogger-Blog oder so oder Mode oder so ein Kram, sondern wirklich Politik, was ja jetzt schon auch nicht immer so spannend oder auch ein bisschen trocken ist. Und ich finde das schon faszinierend, wie viele Leute sich darüber auch informieren. Wenn ich zum Beispiel auch alles über Libanon, über Instagram kriege ich ganz viele Sachen mit, auch über die Organisation, die ich jetzt zum Beispiel, mit denen ich zusammenarbeiten werde oder so, die dann einfach Sachen posten. Also ich finde, da kann man, finde ich, noch viel mehr als jetzt Twitter, wo man nur so, also wo man jetzt nur, ich sage mal, nur schreiben kann. Und bei Instagram ist es für mich so mehr. Also schreiben sowohl als auch Videos, Stories. Also ich kann, ich habe davon mehr, sagen wir es mal so, als das jetzt nur so ein geschriebenes Wort zu bringen. Es gibt mir nicht so viele Emotionen wie ein Bild oder wie eine Story. Und ich, also ich kommuniziere da auch sehr viel mit fremden Menschen. Also fremden heißt jetzt zum Beispiel jetzt Leuten, die mir schreiben, dass sie das toll finden oder das finden sie doof oder wie gibt es das oder jenes. Die erreichen einen auch direkt. Ja, also ich muss gestehen, die Nachrichten werden wirklich echt mehr und ich schaffe, also ich kann nicht und ich schaffe es nicht und ich möchte auch nicht jedem zurückschreiben. Aber ich versuche es auch zu lesen. Aber ja, aber ich finde Instagram schon echt gut. Also wenn man weiß, wie man es nutzt und für gute Zwecke nutzt, finde ich sowieso jede Plattform gut eigentlich. Ich habe noch eine Geschichte gefunden, da wollte ich dich mal fragen, ob das stimmt. Dass du im Alter von neun Jahren im Lokalsender hier in Berlin, Berlin TV, mal ins Mikrofon und vor die Kamera gesprochen hast, zitiere wörtlich, guten Abend, ich heiße Aline Abut und möchte Nachrichtensprecherin werden. Ja, das ist nicht ganz falsch. Ich weiß nicht, wie alt ich da genau war, ob es acht oder sieben oder neun, aber das war, ich glaube, genau, TV Berlin hatte so einen Tag der auf eine Tür gemacht und da bin ich mit meiner Mutter hingegangen und da war so ein aufgebautes Studio und dann konnte jeder mal sich ausprobieren und dann haben die gesagt, ja, sag doch mal was. Dann habe ich das gesagt. Aber in dem Moment hat es mir Spaß gemacht und ich habe gedacht so, ach ja, macht Spaß, aber ich muss gestehen, dass ich danach jetzt nicht das nochmal verfolgt habe oder gesagt habe, so jetzt ab da, ab dem Moment wusste ich, ich werde jetzt Nachrichtenmoderatorin. Ich meine es auch, genau, nur so, weil wir erzählen. Vielleicht habe ich es dann schon gewusst. Es ist ja, weil wir ja doch irgendwie hier so 20, 30 Minuten immer Zeit haben für unsere Gespräche. Merken wir oft, wir reden ja über die Biografien unserer Gästinnen und Gäste und dass man sich sozusagen das eigene Leben ja als eine scheinbar logische Abfolge von Ereignissen erzählt. Ich habe das gemacht und daraus wurde das und habe ich das gemacht und deshalb bin ich das geworden. Ja, bei mir ist das so gar nicht so, also ich habe jetzt, würde ich jetzt sagen, nicht so den straighten Weg genommen, also genauso mit Journalismus. Ich meine, ich habe Arabistik studiert, weil ich in den Journalismus gehen wollte, um eben eine Expertise oder was heißt Expertise, aber einfach so was mit Substanz zu studieren. Da habe ich, sage ich immer, also irgendwas, was mir ein bisschen mehr bringt als jetzt nur Theorie und gerade, weil ich auch in dem Raum eigentlich gerne berichten wollte und so weiter und habe dann tausende Praktika gemacht und dies, das und darüber ist man dann den weiteren Weg gegangen und jetzt bin ich halt da, wo ich bin. Also manchmal ist es schon verrückt, was so, welche Wege oder welche Entschlüsse oder welche Türen sich geöffnet oder geschlossen haben und man dann woanders gelandet ist oder da, wo man eben jetzt auch ist. Kannst du mal für eine junge Zuhörerin oder einen jungen Zuhörer sagen, worauf, weil du jetzt gesagt hast, Türen gehen auf, Türen gehen zu, das klingt ja immer, stelle ich mir vor, so ein bisschen nebulös. Also worauf muss ich achten oder gibt es einen Ratschlag, den du hast? Ja. Also abgesehen, dass du immer sagst, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Ja, 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 klar. Das bringt einem selber nur nichts. Danke. Ja, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber also was mir einfach am meisten gebracht hat und woraus ich auch am meisten gelernt und gezehrt und ja und auch wahrscheinlich jetzt auch da bin, wo ich bin, war ein gesundes Netzwerk. Was heißt das? Also das bedeutet, du im Laufe deiner Arbeitsjahre oder auch vorher schon lernst du ja immer wieder Leute kennen und mit denen du dich connectest, verbindest. Und ich habe einfach, ich bin jemand, der sich nur mit Menschen verbindet, wenn ich mit denen menschlich klarkomme, wenn, also nicht, weil sie mir was bringen oder weil sie jetzt in irgendeiner Hierarchie irgendwo ganz weit oben stehen, sondern weil ich mit ihnen menschlich klarkomme, weil ich sie als Mensch mag und gut finde, was sie tun. Und deswegen sage ich immer gesundes Netzwerk. Und das, also mich fragen ja viele junge Leute, so wie kommt man dahin, wo du jetzt bist? Und dann sage ich immer Netzwerken, Netzwerk und eben gesund. Also einfach sich auch nicht verstellen oder verstellen wollen und eine Rolle einnehmen, sondern auch seinen Prinzipien zu folgen. Ich meine, das klingt jetzt auch immer so groß und so einfach und ja, aber also ganz ehrlich, mein Weg war auch übel steinig. Ich hatte auch Phasen, gerade nach dem Studium, wo ich mal in der PR unterwegs war. Das war für mich die furchtbarste Zeit, wo man angeschrien wurde und zu wenig Geld verdient hat, Überstunden gemacht hat. Aber die Zeit hat mich insofern weitergebracht, weil ich damit abgeschlossen habe. Ich habe das, glaube ich, ein halbes Jahr gemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und bin dann wieder zurück in die Journalismuslaufbahn sozusagen. Habe gesagt, nee, ich wollte doch eigentlich dahin. Und dann habe ich mich für Volontariate beworben und bumms, war ich im Bundestag. Und ich sage immer, die negativen Beispiele oder die negativen Erfahrungen haben mich manchmal weitergebracht, weil ich dann ja auch wusste, das will ich nicht machen. Oder aus den Erfahrungen habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt einen cholerischen Chef oder Chefin habe, dann gehe ich vielleicht so oder so mit der oder jenigen um. Also man lernt viel über Menschen. Man lernt eben auch viel über Branchen und auch, was man selber aushält. Und wie weit man gehen möchte, wie weit man gehen sollte. Und was, wo man einfach jetzt auch sagt, nee, jetzt, Leute, es reicht, ich mache jetzt was anderes. Also ich habe auch während des Studiums ja so viele Praktika gemacht, auch unterschiedlichste Praktika. Also wie gesagt, ich war, gut, Reuters war jetzt während des Volontariats, aber ich war auch, keine Ahnung, bei der Berliner Zeitung, da war ich bei der Morgenpost, dann war ich beim RBB, dann Neue Deutsche Welle, lustig, äh, Deutsche Welle. Und ich war aber auch zum Beispiel mal bei der L in München, ja, und das war total, das war eine ganz tolle Zeit. Das war, ich habe da, natürlich kann man sagen, was ist das, was macht man da? Aber es war, erstens habe ich ganz tolle Kolleginnen kennengelernt, die ich teilweise heute noch kenne und habe da auch was über diese Branche kennengelernt. Ich finde, ich wollte mir halt auch so eine, ich wollte mir halt einfach durch die Praktika und durch diese Arbeit auch einfach so alles mal anschauen. Und ich finde, das ist total wichtig, also auch zu wissen, was will ich da nicht machen. Also ich war auch im Hörfunk und so weiter, das war total spannend. Und also das sind eigentlich so Sachen, also eigentlich dieses gesunde Netzwerk, das ist das, was ich immer, meistens immer sage, weil mir das, also ich darüber sehr viele Leute kennengelernt habe, beziehungsweise mit denen ich jetzt immer noch in Kontakt bin und weil man sich ja dann auch jetzt, wenn ich jetzt in meiner Position jetzt bin, die ich jetzt habe, wo ich ja vielleicht ein bisschen mehr Privilegien habe, noch mehr Zugänge zu Sachen, dass ich jetzt die Chance habe, Leute, die vielleicht nicht so den Zugang haben zu Tagesthemen oder zu Nachrichten oder zu Redaktionen oder Bildung wissen, dass ich den jetzt schaffen kann darüber. Und das finde ich toll und das will ich nutzen. Also im Grunde den Tisch, den ich jetzt habe oder an dem ich sitze, für noch andere zugänglich machen. Also das ist eigentlich so das, was ich an dem Job auch toll finde und an diesem, also wirklich Privileg, also das ich jetzt habe mit dieser Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so. Also was ich übrigens ganz erstaunlich finde und was jetzt auch deshalb erstaunlich ist, weil es nicht, gar nicht so immer so der Fall ist, du musst dich ja irgendwann mal entschlossen haben, dein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also zumindest dein privates Privatleben. Ja, ich, also ich. Sie handeln einen Hund. Ich sage nicht, wie groß er ist. Er ist riesig. Ja, er ist mein Wachhund, genau. Das ist mein kleiner, süßer Wachhund. Naja, ich, also erstens möchte ich das nicht, also ich möchte, also klar weiß ich, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht, interessieren sich die Leute für einen und was man so macht, was man so isst, was man so, weiß ich nicht, ja, was man so den ganzen Tag macht, keine Ahnung, aber also über gewisse Dinge rede ich auch, ist kein Problem, aber ich, also gerade so meine Familie möchte ich sehr schützen und eigentlich auch mein Privatleben, also das bedeutet, wo ich wohne, wo ich, mit wem ich zusammen bin oder ja, solche Dinge, also ich finde, das muss nicht jeden interessieren. Also es gibt Dinge, die muss ich einfach nicht allen auf die Nase binden. Ich finde das auch in meinem Job jetzt auch nicht wirklich wichtig, ehrlich gesagt, meine Meinung. Und genau, und ich möchte auch selbst entscheiden, wann ich das sage. Also, weil mir hat auch mal ja jemand gesagt, der auch in der Öffentlichkeit steht, Marleen, wenn du einmal die Tür geöffnet hast, dann lässt es sich auch nicht wieder schließen. Und mir ist das bewusst und weil das Privatleben ist ja dann auch am Ende das Einzige, was ich noch habe, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, weil es reicht ja schon, dass ich mein Gesicht irgendwo hinhalte und auch irgendwo eingeladen werde und dann da irgendwo stehe, rumstehe und einfach, sage ich mal, vielleicht doch irgendwann mal erkannt werde. Oder so, aber ich, das ist ja nichts, worauf man so hinarbeitet. Also es gibt Leute, die möchten gerne bekannt werden und möchten erkannt werden. Das ist sicherlich auch, ist ja auch mal ganz lustig. Aber das war jetzt nicht mein Ziel. Also ich mache den Job nicht, oder ich bin nicht Journalistin geworden, um bekannt zu werden, sondern um den Job zu machen. Und das, was damit einhergeht, also, weil es ist einerseits Fluch und Segen zugleich. Eben Segen, weil, ja, man wird zu tollen Sachen eingeladen, man ist bekannt, man kriegt Autogrammkarten, Leute interessieren sich für Autogrammkarten. Hast du jetzt zum ersten Mal Autogrammkarten für die Tagesordnung? Ich habe ja, ich habe sogar welche mit. Wirklich? Ja. Wollen wir natürlich sehen. Das wollen wir sehen. Habe ich extra vor euch mitgenommen. Wusstet ihr eigentlich, dass wir auch eine Autogrammkarte haben? Wir haben neulich Autogrammkarten verschickt, wir hatten aber keine. Und dann haben wir, glaube ich, auch einen Farbdrucker, weil wir tatsächlich auch Anfragen zum ersten Mal bekommen haben. Ja, richtig. Dann haben wir irgendein Insta-Bild von uns ausgedruckt. Und alle unterschrieben, Maria auch? Nein, es gibt keine Autogrammkarten von uns. Nicht wirklich, nur drei Stück. Du darfst ja einer aussuchen. Ui. Die sind ja schon unterschrieben. Ja, na sicher. Ich musste letztens so viele unterschreiben. Aber weiß ich sie nicht. Nein, Gottes Willen. Nein, auf keinen Fall. Ich habe die jetzt echt für euch mitgebracht. Das ist aber nett. Ich gehe mal weiter. Genau. Die bekommt man von der ARD, da meldet sich irgendwann mal jemand und sagt. Ey, du glaubst nicht, wie groß der Sack ist mit den ganzen Zuschriften, die meine Autogrammkarten haben. Also ich finde das, ehrlich gesagt, auch schön. Ich sammle auch noch welche. Es gibt einen Sack mit Zuschriften. Wäschekörbe. Genau. Das heißt doch beim Fernsehen. Es kam Wäschekörbe. Fanpost, genau. Als Kind habe ich immer gesagt, Wäschekörbe. Sie sehen diese Wäschekörbe aus. Ja. Nee, aber es sind wirklich erstaunliche, oder was heißt erstaunlicherweise? Ich finde sowas ja auch ganz nett, weil das ist ja irgendwie das so analoge Selfie. Oder nicht Selfie? Naja, doch so. Aber das finde ich manchmal noch viel lustiger, als jetzt wirklich einfach nur ein öles Foto mit jemandem zu machen. Aber weil du den Menschen ja nicht immer antriffst. Warum sammeln Menschen Autogrammkarten? Und ich glaube, weil sie so einen Teil von dir dann zu Hause haben, so sich damit wohlfühlen. Aber es gibt auch ganz viele, muss ich dazu sagen, die dann schreiben, ich möchte gerne fünf Karten unterschrieben. Ähm, äh, äh, und dann irgendwie. Gibt's da auf Ebay? Genau. Oder, nee. Oder gibt's da einen, es gibt einen Markt. Doch, wirklich. Ich hab meine, meine alte Autogrammkarte vom ZDF auch schon bei Ebay gefunden. Wirklich, weil ein Sammlerstück gibt's nicht mehr. Und jetzt steigt wieder. Stimmt. Und bereits in fünfzig Jahren. Ich hab noch ganz viele, vielleicht sollte ich die selber verhökern. Ist tatsächlich eine Postkarte, die man auch verschickt. Ja, ich hab die jetzt lustigerweise, weil meine Freunde verstehen sowas, einfach immer jede Weihnachtsgeschenke jetzt immer so reingeben und dann immer so frohe Weihnachten und so. Liebe Grüße. Ja, liebe. Genau, er kennt mich. Falls ich euch fragt, was ich beruflich mache. Ja, genau. Falls ihr im Lockdown noch nicht den ganzen Tag fernseht. Hast du eigentlich eine andere Unterschrift? Ja. Also damit kann man nicht meine Verträge fälschen. Das ist nicht deine Kreditkarten. Nee, nee, nee. Ich hab auch erst überlegt, weil, ob ich das jetzt so ausladend machen muss oder ob ich da eigentlich nicht irgendwas Kleineres so machen kann. Weil ich kann mich noch erinnern, ich war 2003, als der dritte Herr der Ringe-Film rauskam, stand ich mit zwei Freundinnen vom Sony Center und wir haben auf die ganzen krassen Schauspieler gewartet und so. Und dann kommt Liv Tyler oder wie sie hieß und macht einfach nur so ein L, wo ich dachte, danke. Dafür habe ich jetzt hier fünf Stunden minus zehn Grad gewartet oder was. Ja, ja. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben. Das war auch das einzige Mal und das letzte Mal. Doch, ich glaube, das Vorbereit habe ich mal getroffen. Ja. Ich habe aber ein Autogramm von Michael Groß auf dem Pappteller am Baggersee. Wer ist denn das? Du musst Michael Groß, er musste viel jüngere Zuhörer eigentlich. Albatross. Da war ich noch klein. Das war so ein ganz berühmter deutscher Schwimmer. Ja, in den 80er Jahren. Wirklich viele Rekorde. Oh, Jens Weißflug, weiß ich auch noch. Da war ich sogar in seinem Oberwiesenthal im Hotel. Und Michael Groß war am Badesee irgendwo in der Nähe von Bruchsal. Oh, in Harz. Ist doch Harz, oder, Bruchsal? Nein. Nein, nein, das ist in Baden. Nee, Bruchsal. Oh, nee, das verwechsel ich gerade, sorry. Bruchsal ist... Goslar. Ja, nee, da hieß auch irgendwas wenig. Nee, nee, und dann war da Michael Groß. Und große Aufmerksamkeit, ich habe natürlich nicht gefragt, aber der Freund mit dem da hat, hat gesagt, ey, geh, 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 geh. Und jetzt habe ich auf so einem Grillteller... Hast du es eingelaufen? Das stimmt, also... Nö, aber ich habe das noch. Aber du freust dich doch jetzt darüber, oder? Ja, ja, ich fand es aber damals schon seltsam. Dass jetzt alle da hinrennen und... Ja. Ja, ja, interessant. Aber ich finde, das ist eine gesunde... Wie soll ich sagen? Also wenn man so an seinen Teil der Person rankommt, finde ich das okay. Sobald jemand anfängt, mich zu stalken, das ist natürlich dann nicht so schön. Also da gibt es ja auch Geschichten. Also jetzt nicht bei mir, aber bei Kolleginnen. Wie blickst du eigentlich auf die deutsche Politik, du als politische Journalistin? Oh Gott, ich glaube, ich sage jetzt mein Abschlusswort. Nein, nein, aber das... Ja, ja, nein, Quatsch. Doch, kurz über... Das sind so schwere Themen. Ich hatte gehofft, dass wir uns mal so... Über Autogrammkarten... Ja, genau. Ja, das können wir auch noch machen. Das Essen ist auch sehr gut. Das Essen wirklich gut, ehrlich. Es sieht auch immer noch gut aus. Einfach nur, weil es so dasteht. Das stimmt. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt, das ganze Lamm, ist das Lamm gewesen? Ich traue mich... Geschmortes, stundenlang geschmortes Lamm. Ich wollte danach dann noch mal was essen, weil ich, weil das schon ein bisschen, man braucht ein bisschen zum Kauen und ich will nicht die ganze Zeit mit vollem Mund... Ja, aber man kann das auch kalt essen. Ja, ja, genau, deswegen. Aber ich würde mich jetzt schon interessieren... Deutsche Politik. Naja, wie das jetzt ist, wie du auf... Also heute ist der Tag, an dem Friedrich Merz zum Vorsitzenden der CDU gewählt wurde, was ich total spannend finde. Im Grunde einer der letzten Nachwehen dieser ganzen politischen Veränderungen, die wir jetzt erfahren haben. Es gibt einen Koalitionsvertrag, es gab Koalitionsverhandlungen, die ganz anders abgelaufen sind, als man das von früher kannte. Wir hatten ja mal Christian Linder hier, natürlich noch nach der ersten Koalitionsverhandlung. Hattet ihr den auch schon hier? Ja. Ah, ja, ja. Also ausgestiegen. Toller Podcast. Ach so. Sehr, sehr viel. Sehr gute Folge. Ich erinnere mich dunkel, ihn nicht beschimpft zu haben, aber doch. Also damals war er relativ deutlich, oder? Ich fand das nicht gut. Er wusste auch, er ist nicht okay. Er wusste auch, das war... Wenn er nicht in die Regierung gehen würde, später würde das immer seine Geschichte bleiben. Und wie blickst du jetzt auf, na, diese neue Regierung und wie das jetzt gelaufen ist und was in der CDU passiert? So fünf Fragen auf einmal. Also ich blicke jetzt erst mal sehr, wie soll ich sagen, sehr aufmerksam und sehr, ja, euphorisch, sag ich jetzt mal, auf diese neue Legislaturperiode. Euphorisch sogar? Naja, also, weil ich mich freue, dass, also was ich vorhin schon gesagt habe, der Bundestag jetzt jünger geworden ist, diverser geworden ist und ich jetzt einfach auch als Bürgerin, also jetzt gar nicht als Journalistin, sondern einfach als Bürgerin, einfach gespannt bin, darauf, was da jetzt rauskommt. Also ob das jetzt auch, also wie viel Einfluss das haben wird auf unsere Politik, auf die Gesetze, auf das, was sich ändern wird, weil jetzt einfach nur vom Koalitionsvertrag natürlich hat sich ja, oder also nur allein zum Beispiel, dass jetzt der, dass jetzt Schwangerschaftsabbrüche von Ärztinnen jetzt beworben, also die dürfen jetzt Werbung dafür machen und so, also so und der Paragraph gestrichen wird und so weiter. Also, also so ein paar Sachen, die vorher so ewig lange in der Diskussion waren, dass die jetzt auch gemacht werden und ich bin einfach, ich bin einfach gespannt, ich bin einfach gespannt, wie dieser buntere, jüngere Bundestag jetzt das Land verändern wird, weil man ja schon das Gefühl hat, dass jetzt so langsam auch die Generationen eben rangekommen sind oder reingekommen sind, die eben, wo ich meinte vorhin, jetzt auch an diesem Tisch sitzen, weil sie eben aus Generationen oder ja, aus Familien kommen, die vielleicht nicht von hier kommen, also nicht aus Deutschland und sie sind aber jetzt hier geboren und jetzt kommt die in den Bundestag so nach 16 Jahren, ich sag mal, ähnliche Verhältnisse und also ich glaube, das tut irgendwie mal ganz gut, dass jetzt so ein frischer Wind drin ist, das ist jetzt so meine bürgerliche Perspektive auch. Du hast in diesem Die-Da-Oben-Format, hast du glaube, da gibt es diese eine Folge, wo du auch quasi den Übergang kommentierst und sagst, dass Merkel und die CDU das Land in einem isolaten Zustand zurücklassen würden und das würde ich sehr an deine Fünfer-WG erinnern, das habe ich mir irgendwie gemerkt. Kannst du dir das mal erklären? Welche Fünfer-WG? Wer war da noch dabei? Das war meine im Studentenwohnheim in Leipzig, weil die auch sehr chaotisch war beziehungsweise sehr, sehr divers. Also ich hatte da auch sehr lustige Leute dabei. Es war auch, muss ich dazu sagen, ein Studentenwohnheim in einem, so einer alten Villa in Leipzig und man konnte sich die Leute nicht aussuchen, die da mit reinkommen. Also ich bin reingekommen über Beziehungen und man konnte auch Leute theoretisch, aber es war selten. Also es war schon so, wenn ein Zimmer frei wurde, kam irgendwer rein, der gerade eins suchte und dann war das halt, du kanntest die Leute alle nicht und in so einer Fünfer-WG, dann gibt es natürlich auch immer mal ein bisschen Beef und ein bisschen Stress, aber irgendwie war es trotzdem auch lustig. Ich weiß noch, eine war aus Taiwan und die hatte gefühlt, jeden Tag hat die für zehn Leute gekocht und die waren dann aber auch immer da, also zehn Leute jeden Abend. So, jetzt war ich bei meinem Studentenwohnheim. Das ist doch gemütlich. Ja, war... Aber was hat das jetzt, also jetzt einmal die Märkere Zeit und die Fünfer-WG? Naja, also ich muss dazu sagen, diese Fünfer-WG, also diesen Satz, den hatte damals ein Redakteur geschrieben, aber das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, aber, naja, im Grunde schon so ein bisschen wie, das war ja das mit der Fünfer-WG, weil wenn jemand rausgeht, dann hinterlässt, also war es jedenfalls bei uns so, hinterließ man dann die Zimmer jetzt nicht im besten Zustand, wenn man einfach raus wollte und einfach die Kaution wieder einstreichen wollte und dann sich einfach zu Ruhe, also einfach woanders, naja, zur Ruhe setzen, ist jetzt in dem Fall, macht dieser Vergleich keinen Sinn, aber vielleicht jetzt in der Politik dann, dass man dann einfach sagt, ja, nach mir diesen Flut. Und hast du den Eindruck, dass das so regiert wurde, also dass man so ein bisschen ohne Blick auf morgen das Land zurücklässt? Naja, also weiß ich, also ich würde das jetzt nicht so extrem sagen, aber ich weiß nicht, ob das dieses Beispiel jetzt mit Lauterbach, der jetzt Inventur gemacht hat und das fand ich schon interessant, also einerseits finde ich es so ein bisschen schräg, weil ich denke so, naja, der war ja, also wir hatten ja eine große Koalition vorher, wollte gerade sagen, war ja vorher auch dabei und jetzt plötzlich hoch, wir haben nicht genug Impfstoff und dann frage ich mich so, was hat denn den Spahn vorher dann die ganze Zeit gemacht? Es gibt auch andere Quellen dazu, die anderes sagen. Ja, also ich kann jetzt nur das, was ich jetzt so weiß und da frage ich mich dann auch so ein bisschen, was hinterlässt dann jemand da, wenn er da rausgeht? Also es ist vielleicht auch jetzt extrem, wenn man sagt, die solare Lage, aber ich meine, wir sprechen ja da auch immer ein bisschen extremer, muss man dazu sagen, ein bisschen deutlicher, aber im Endeffekt, wenn wir jetzt einfach nur auf das Thema Klima schauen, dann finde ich schon, dass wir da hätten viel mehr, viel schneller agieren müssen, also was auch immer das jetzt sein mag, aber ich, also wir wissen, dass wir nicht jetzt noch bis 2050 warten können, sondern einfach viel, also einfach ab sofort anfangen müssen, also das liegt vielleicht auch daran, weil ich im letzten Jahr auch so eine Art-Doku gedreht habe, wo ich auch viel mit so AktivistInnen gesprochen habe und die einem das dann irgendwie auch nochmal vielleicht bewusster machen oder klarer machen, man selber dann manchmal gar nicht merkt, so oh ja doch, wir sind echt so kurz vor zwölf und oder Wissenschaftler, also ich weiß, wir hatten auch jetzt mal so ein Briefing mit so KlimaforscherInnen von der Uni Potsdam, glaube ich, und die haben auch gesagt, Leute, es geht, also wir müssen jetzt sofort anfangen und nicht erst in zehn Jahren oder so, also ich habe immer so das Gefühl, schleppt sich so alles so dahin und ich hatte schon auch persönlich jetzt das Gefühl, also da spreche ich jetzt wirklich einfach nur aus persönlicher Sicht, dass das einfach, naja, so ein bisschen nach, so immer weitergeschoben wurde und ich glaube, es geht aber nicht nur mir so, also eine Frage, die sich diesen Podcast seit vielen Folgen immer wieder mal zieht, ist ja, ist die Menschheit eigentlich in der Lage, dieses Klimaproblem zu lösen, also die Regierung in Deutschland alleine kann zwar politische Zeichen setzen, aber letztlich das Problem wird dadurch ja bekanntermaßen nicht gelöst. Also finde ich genau richtig, also es ist ein globales Problem und ich finde, wir müssten da insgesamt auf alle, also alle, die irgendwie Einfluss haben, können Druck machen, also natürlich kann ich jetzt hier Plaste vermeiden, Plaste und Elaste oder keine To-Go-Becher mehr kaufen und was auch immer oder vegan leben manche oder ne, das sind, also ich finde, jeder soll das machen oder das schaffen mit den Möglichkeiten, die er hat, das finde ich schon richtig, aber klar, wir wissen alle, dass die großen Industrieländer einfach den Einfluss haben beziehungsweise wenn jetzt in China trotzdem weiter coole Kraftwerke betrieben werden und wir das halt nicht mehr machen, dann ändert das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so viel, also es ist schon eine globale Problematik und die müssen wir auch so angehen, haben nicht die Niederlande gerade beschlossen neue Kraftwerke zu bauen sogar ja in Frankreich sieht man das ja auch alles noch also nicht nur, man muss nicht nur nach China schauen Entschuldigung, das ist ein spannender Punkt also wir können jetzt in zwei Richtungen abbiegen das eine ist tatsächlich es ist ja relativ Wumpe, was Deutschland alleine macht das kann natürlich ein Vorbild sein das kann international diskutieren was auch wichtig ist was sehr wichtig ist auf der anderen Seite wenn ich jetzt die Binnenperspektive wähle von der wir ja kamen hat diese Merkel-Zeit nicht zu einem riesigen rasenden Stillstand sozusagen in vielen dieser Themen geführt jetzt kommen ja die Grünen ja und eine der also interessanten Entwicklungen des letzten Jahres war für mich zu sehen, wie die sehr hoch stiegen und dann doch wieder ein bisschen runter gesegelt sind und in diesem Koalitionsvertrag viele Punkte, die sehr sehr wichtig waren jetzt nicht Niederschlag gefunden haben was auch daran liegt, dass sie natürlich viel weniger Quorum haben als man mal dachte was auch daran liegt, dass auch eine junge Generation gar nicht in Scharen jetzt die Grünen gewählt hätte wie man sich das mal dachte sondern dass es sehr ausgewogen war viele eben eher liberal oder sonst wie gewählt haben das fand ich alles interessant und das alles so überblickend denkt man, naja, vielleicht ist genau das passiert was dieses demokratische Volk nun mal will es will halt nicht nur die Ökologie voranbringen sondern es will auch ein gutes Leben jetzt und auch die nachfolgenden Generationen denen man das ja immer so über also fast so überprojiziert hat weil halt Luisa Neubauer prominenter ist als irgendein Schüler der halt FDP wählt oder so ist da nicht auch eine Spannung dass halt im Grunde diese ganzen Ideale selbst in der Regierung die das hätte viel stärker durchsetzen können es nicht passiert ist also ist das nicht auch eine interessante Erfahrung des letzten Jahres das waren ja wirklich also man muss sagen das war glaube ich das fast überraschendste bei der Wähleranalyse oder dass bei den Erstwählern Grüne und FDP praktisch gleich auf waren also wir haben das früher schon geschrieben eine vor allem eine Kollegin von mir hat eine sehr junge Kollegin hat darauf hingewiesen das ist eine komplette Projektion Leute das stimmt einfach nicht es gibt nicht nur diese woke grüne Junge das ist naja aber das Bild und wir haben daran fleißig mitgemalt muss ich auch sagen aber wer Jasmin Bareks Kommentare zum Beispiel gelesen hätte hätte ahnen können okay die hat ja auch nur auf die Zahlen geguckt gesagt das stimmt doch alles das wird nicht so sein lese ich auch immer gern aber was sagst du also ist das interessant oder ist das jetzt erwartbar dass sind halt diese Kompromisse die da gemacht werden müssen und naja also ich also ich finde das jetzt auch nicht irgendwie so überraschend also genau was du gesagt hast also dass jetzt alle nur Grün wählen fände ich jetzt auch zu einfach weil wie gesagt was eben immer auch die anderen also die andere Seite und ich meine man könnte ja auch also ich weiß das irgendwer mal glaube ich Kommentar da ich weiß nicht welches Video auch mal geschrieben hat naja wie wäre es denn oder wir stellen uns ja immer nicht so vor wie es wäre in 30 Jahren wenn plötzlich die Grünen und die FDP die Volksparteien wären also es könnte sich ja jetzt auch komplett drehen weil jetzt einfach die Zeit für diese zwei Parteien jetzt zum Beispiel begonnen hat so ungefähr also wir denken ja immer nur so in SPD CDU sind Volksparteien und der Rest ist irgendwas Kleines so und die Grünen die schummern da so vor sich hin und die FDP ist ja auch nur so kleiner Mist so wenn man so will also ich meine dass die jungen Leute jetzt auch FDP gewählt haben ich denke das liegt auch ein bisschen an der ganzen also einfach an der ganzen Darstellung also wie sie sich auch darstellen das ist natürlich alles ein bisschen moderner dann haben sie natürlich ihren Fokus immer auf Digitalisierung und ich glaube das spielt einfach eine wichtige Rolle bei jungen Menschen oder eigentlich bei allen Menschen also wenn man sich überlegt dass wir glaube ich im Vergleich ich habe irgendwie letztens irgendwas gehört von wir wir stehen auf dem ich glaube sogar hinter Rumänien oder sowas in Form von also wenn es um Digitalisierung geht das glaube ich sofort also irgendwas habe ich da letztes Mal Radio gehört und also auf jeden Fall sind wir da nicht besonders gut drin und ich glaube damit kriegst du halt auch sag ich mal blöd gut junge Leute dann natürlich auch mit dem ganzen Mindset auch dieses man schafft oder wir können alles schaffen weil ich glaube was zum Beispiel vielleicht bei den Linken nicht so gut gezogen hat ist weil die sagen natürlich ja wir wollen euer Studium bezahlen wir wollen euch mehr BAföG bezahlen ja aber sie setzen nicht so auf die Leistung also sozusagen also sie also man kann natürlich immer irgendwas mehr bezahlen aber es geht ja eher darum dass glaube ich die jungen Leute einfach wertgeschätzt werden wollen in ihrer Leistung die sie bringen und das kann glaube ich also hat glaube ich die FDP kriegt das besser rüber weil sie eben so so eine so eine Partei ist die so auf Leistung ja pocht sag ich mal oder mit Leistung schaffst du alles so das hat auch glaube ich auch der Lindner in seiner Rede da auf dem Parteitag glaube ich auch so dieses also kann ich mir jedenfalls gut vorstellen also ich kenne also nicht nur das dann ich glaube es ist auch manchmal mal also dieses 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 Poppige auch also so einfache Sachen glaube ich auch also wir hatten damals auch mal ein Video zugemacht und das ich glaube das haben sogar ein paar auch bestätigt dass das schon auch so ein bisschen auch an dieser also die Partei wirkt einfach auch viel moderner als die beste Werbeagentur ja vielleicht so also und das sind manchmal so ich meine warum fällt man dann auch auf Werbung rein ist irgendein intelligenter Mensch ich glaube es war Christoph Armin ich bin mir nicht ganz sicher meinte dann auch naja diese Erstwähler Jochen guck dir die mal an was haben die denn vor vier Jahren gemacht ja die sind nicht so enttäuscht wie du von und ich war wirklich also kann ich ja noch mal erzählen ich bin eigentlich gedanklich der FDP nahe weil sie genau aus einigen der Themen die du genannt hast da hat sie einfach einen guten Ansatz fand aber das Agieren hasardeurartig in der letzten Bundestagswahl hat mich wirklich sehr enttäuscht und das habe ich nicht vergessen das wird lange dauern bis ich das vergesse und aber eine nachwachsende Wählergeneration hat das vielleicht gar nicht so weggespeichert weil du mit 14 dich um andere Dinge gekümmert hast aber nicht um die Koalitionsverhandlungen ja und was also was ich schon glaube was eine riesen Rolle gespielt hat diesmal dass die CDU einfach einen doch relativ schwachen Kandidaten hatte ja also das spielt da natürlich auch eine Rolle hättest du jetzt dann gesagt dass die die Jungen die FDP gewählt haben hätten dann CDU gewählt nicht alle nicht alle vielleicht aber es gibt vielleicht doch irgendwie ich glaube aber auch dass einfach CDU und auch SPD einfach glaube ich bei den jungen Leuten nicht so also da können sich die Leute glaube ich nicht so mit identifizieren mehr also wenn man jetzt beispielsweise CDU guckt wer da jetzt Vorsitz ist oder sich da auch beworben hat also würdest du den jetzt wenn du jetzt weiß ich nicht 17, 18 wärst würdest du da jetzt den jetzt wählen also ich bin wirklich erstaunt also ich bin einerseits war das jetzt also wir sind ja noch unter dem frischen Eindruck alle haben es erwartet es war klar dass die Basis Merz bevorzugt ich fand das Ring in der CDU aber auch richtig und wichtig offensichtlich war es ja auch so dass jetzt viele sind glaube ich davor zurückgeschreckt in der Phase jetzt anzutreten also das war ja sicherlich auch eine Frage die man sich stellen musste was mache ich mit mir wenn ich jetzt in diesem Zustand die Partei übernehme und diese Strategen gibt es ja überall die warten jetzt erstmal ab ja und das ist jetzt schon eine interessante Zeit sag ich mal vorsichtig bin ja nicht bei den öffentlich-rechtlichen ich finde es schon erstaunlich dass Friedrich Merz jetzt eine politische Rolle in diesem Land spielt naja das Interessante das Interessante ist ja bei ihm ich habe ihn damals interviewt als er Fraktionsvorsitzender geworden ist denn es war er ja schon mal und wird er ja wahrscheinlich wieder wollen werden wollen 2003 wie alt warst du ich glaube 2003 also das wann war das schon ich glaube 2003 ungefähr Anfang der Nullerjahre und ja aber das Interessante daran ist also das da hat er erzählt dass er so eine wilde Jugend hatte in Brilon und lange Haare und dann stellte sich halt im Nachhinein raus da stimmte nicht so richtig viel davon weil sich dann so ein paar Jugendfreunde dann danach gemeldet haben nachdem das Interview erschienen ist und gesagt der Friedrich der hatte doch nie lange Haare und Moped hat da auch keins gehabt aber was ich eigentlich sagen will ist er wurde ja dann abgelöst von Angela Merkel als Fraktionschef die ja den Deal gemacht hatte mit Edmund Stoiber falls Edmund Stoiber 2000 Anfang der Nullerjahre 2002 2002 du bist viel besser mit Jahreszahlen als ich nie war wenn er nicht Kanzler werden würde dann würde sie aber sagen wenn er nicht gewinnt dann wird sie Fraktionsvorsitzender und Stoiber hat ihr das zugestimmt vor der Wahl mit anderen Worten Friedrich Merz war jetzt war ja der Vorgänger von Angela Merkel also das ist schon eine interessante Pointe also dass jemand 16 Jahre später oder so wiederkommt wiederkommt naja dreimal angetreten ja ja aber jetzt also ich war schon extrem überrascht tatsächlich als er ins Spiel gebracht wurde von bestimmten älteren Statesmen in der Partei Wolfgang Scheu das muss schief gehen das kann nicht sein das könnte jetzt nicht das ist doch nicht ernst oder und es ist wirklich erstaunlich dass es jetzt so ist aber hat oder habt ihr vielleicht das Gefühl dass man ihn jetzt deswegen gewählt hat weil die Situation jetzt so furchtbar ist und deswegen ihn jetzt ihn nimmt so ach der kommt sonst nochmal wieder und achso wir müssen jetzt naja wir müssen 16 Jahren wieder da dann müssen wir lieber jetzt mal das ist ein guter Gag für die bis er endlich mal gewählt wird also das ist ja schon mal über eine Karriere als Gag-Schreiberin bei der Heute-Show nachgedacht ach also darüber können wir mal reden bitte mal was lustiges ich mag Olaf Schubert ja den der ist ja auch heute schon der Mann mit dem Pullover ja ich hab sogar ein Räuchermännchen von ihm es gab ein Räuchermännchen von ihm mal als Merchandise aber ich wollte ich hatte überlegt ein Merkel-Räuchermännchen zu kaufen jetzt zu Weihnachten für meine Großeltern sie hat das ja würdig zur Kenntnis genommen ja aber das finde ich doch auch toll wenn du so also erstmal finde ich es doch total geil ich würde auch gerne ein Räuchermännchen von mir haben wollen also weil es gibt doch auch so Menschen die sowas peinlich finden wenn sie sowas oder es ist doch auch eine Ehre wenn du bei Switch Reloaded parodiert wirst das war doch auch immer gibt es das noch? ne leider nicht ich dachte gerade deswegen ich finde sowas ja ich finde sowas lustig wie heißt nochmal diese Sendung von Dings die es wieder gibt Christoph von Dings wie heißt nochmal es gab doch TV-Total achso ja Stefan Rapp wie fand ihr das eigentlich? ja ich hab's ehrlich gesagt wie alt warst du als das erste TV-Total hast du noch TV-Total geguckt nehme ich an also ich kenne also natürlich kenne ich Stefan Rapp man hat das angefangen 90 also das ist wie Friedrich Merz so ein bisschen es kommt eins zu eins wieder und vielleicht ist das auch das große Geheimnis aber Stefan Rapp so wie Friends gucken also ich hab nicht Friends geguckt aber alle gucken Friends man erzeugt ein Gefühl von vor so und so vielen Jahrzehnten und mich irritiert das irgendwie aber viele finden das ja schön weil sie dann also ich weiß nicht wenn du jetzt Sex in the City gesehen hast hast du ja erzählt dann weiß ich nicht kommen ja bestimmt da auch Gefühle hoch oder also ich glaube das wollen die Leute dann wieder erleben gut bei Friedrich Merz weiß ich es jetzt nicht also ja offenbar also zumindest zumindest ja viele Mitgliederinnen Mitglieder der CDU ja offenbar auch ja also das scheint mir doch so zu sein vielleicht auch so jetzt erst recht oder jetzt jetzt müssen wir mal wieder die konservative Schiene fahren oder keine Ahnung ich weiß nicht ich meine der scheint ja auch wirklich extrem beliebt zu sein in seiner Partei also sonst wäre er jetzt auch nicht da wo er ist oder ist das eigentlich mit dem Thai-Boxen ist das jetzt hier so ein Themenwechsel du wolltest dass wir über andere Sachen sprechen achso ja ja das mache ich gerne das ist ein Sport den ich gerne betreibe also jetzt nicht mehr so oft wie früher das heißt Muay Thai auf Thailändisch ich weiß das eigentlich achso gut also das habe ich irgendwann mal vor Jahren angefangen also ich komme aus so einer wie soll ich sagen Kampfsportfamilie mein Vater hat lange Judo und Aikido gemacht mit schwarzen Gürteln und so alter ich nenne meinen Vater auch immer kleiner deutsch-libanesischer Jackie Chan schwarzer Gürtel ist auch so groß wie Jackie Chan nach daher also der hat das genau und damit bin ich so groß geworden ich habe dann auch sechs Jahre lang Aikido gemacht habe es dann leider wie das manchmal so ist mit so wenn man dann irgendwann keine Lust mehr hat irgendwann aufgehört nach dem Abi oder so und habe dann eine Zeit lang Kickboxen gemacht und dann bin ich irgendwie zum Muay Thai so weil das also ich habe das wirklich eine Zeit lang sehr sehr oft gemacht aber man fühlt sich danach eigentlich nur schlecht weil alles weh tut und jetzt durch den Job also seitdem ich beim ZDF bin mache ich das auch nicht mehr so regelmäßig aber es macht auch diese blauen diese Pfeilchen ne also das nicht natürlich nicht ja genau ich bin gegen die Faust gelaufen aber man man sieht schon also zumindest an den Beinen ordentlich lidiert aus aber nicht im Gesicht jetzt nicht aber man muss schon ein bisschen aufpassen also ja was ist das Tolle daran das Tolle ist es ist so also ich nutze es ja nicht weil ich jetzt so Bock habe mich die ganze Zeit zu prügeln oder so sondern weil es so eine so eine Stressbewältigungs ja Art ist finde ich also es ist es macht einfach irre viel Spaß finde ich wenn du gegen einen Sandsack hauen und treten kannst oder gegen einen Menschen haha also wenn der natürlich eine Pratze hat also wo du dann einfach so richtig reinballerst also das ist wirklich müsst ihr echt mal ausprobieren also es ist natürlich glaube ich für einen Anfänger also am Anfang ist das wirklich anstrengend und auch nervig und es tut alles weh und man kriegt die Beine nicht richtig hoch weil sie nicht gedehnt sind und so aber wenn du das eine Zeit lang ist ja mit allem eigentlich jedem Sport oder mit allem was du machst wenn du dann so eine Routine reinbekommst und dann irgendwann auch merkst okay dein Körper macht jetzt langsam echt Sachen die du nie gedacht hättest dass du sie mal machen kannst das macht schon Spaß und beim Muay Thai geht es halt auch sehr schnell Aikido zum Beispiel ist ja eher eine Selbstverteidigung die aber viel mit Energien funktioniert also das heißt du die will nicht dass du dich also du willst nicht kämpfen sondern du willst den Gegner dessen Energie nützt du und wirfst ihn dann irgendwo hin damit er dann seine Energie da irgendwie weiter hinschicken kann so ungefähr also dass du den wegführst du willst du willst eigentlich Harmonie und keinen Kampf und Muay Thai ist natürlich komplett anders aber deswegen fand ich aber irgendwann Muay Thai ganz nett weil also so eigentlich ist beides cool weil bloß das Problem ist bei Aikido es dauert halt sehr sehr lange also du musst das wirklich Jahrzehnte machen um da richtig gut zu werden guckst du MMA auf der Zone nee diese Frage wollte ich schon immer mal stellen MMA also ich weiß was du meinst ich kenne es auch aber du wirkst so als ob du diese Frage ich guck so eine YouTube ich habe die vorgestattung gelernt aber ich liebe ich liebe so diese Bruce Lee Jackie Chan so richtig dieses das finde ich total lustig also Jackie Chan fand ich also so ich habe letztens eine Doku auf Arte gesehen über ihn und dass er ja eigentlich erstmal nur so der Bruce Lee Verschnitt war am Anfang und dann aber so sein eigenes Ding draus gemacht hat und ich finde den irre sympathisch also keine Ahnung ob der jetzt ein netter Typ ist oder was auch immer aber einfach so ich gucke die Sachen irgendwie mal ganz gerne weil vielleicht auch weil er mich an meinen Vater erinnert und weil ich eben Kampfsport einfach mag also ich finde das einfach also also ich kenne eigentlich keinen Kampfsportler die nicht also die sind meistens so richtige sanftmütige Menschen also und würden einer Fliege nie was zur Leide tun das finde ich müssen sie es auch nicht nee müssen sie es auch nicht aber ich finde ich finde da du kriegst dadurch dass du ja alles ablässt bei so einem Sport bist du danach halt finde ich sehr mit dir so das finde ich sehr schön wie warst du eigentlich so in der Schule also jetzt nicht ich meine es nicht leistungsmäßig ich möchte nicht auf deine Abiturnote sprechen aber was für ein Typ Schülerin warst du eigentlich naja ich also ich habe eigentlich nur gerne das gelernt was ich auch also was mir Spaß gemacht hat habe ja also ich was war ich für eine Schülerin ich habe also gerade so künstlerische kreative Sachen ich habe 13 Jahre Klavierunterricht gehabt deswegen war ich quasi überall wo es Musik gab gut habe in einer Big Band gespielt habe im Theater gespielt aber ich habe Mathe also Naturwissenschaften gehasst außer Bio jetzt erwarte ich Leistungskurs also ich Mathe zum Beispiel ich habe Diskalkulie wieder was was ich jetzt heute hier mal erzähle aber ich stehe da auch zu also ich mache da auch meine Scherze drüber muss ich gestehen also was heißt das ist schon die Frage was ist Diskalkulie das ist jetzt so ein bisschen wie Legasthenie aber im Grunde hatte ich einfach nur immer Probleme mit Zahlen so und das heißt jetzt nicht dass ich nicht eins plus eins zusammenrechnen kann also aber Mathe fiel mir immer sehr schwer das war wirklich auch ein Problem ich hatte auch wirklich lange Mathe-Nachhilfe aber ich würde jetzt mal behaupten dass irgendwie keiner also außer Mathe-Nerds wirklich immer Bock hatten auf Mathe aber ansonsten ich bin eigentlich immer gerne in die Schule gegangen ich war immer die Kleinste immer die Schmächtigste und hatte auch leider Phasen in der Schule wo ich ziemlich gemobbt wurde was mich auch sehr geprägt hat ja also wo ich dann auch echt Phasen hatte wo ich nicht mehr in die Schule wollte weil es dann schon einfach psychisch zu nahe ging und da war ich dann auch sehr froh dass meine Eltern mir da immer für Rückhalt gegeben haben also ich hatte auch eine Phase wo ich dann wirklich fast abgegangen wäre vom Gymnasium weil ich auch von meiner damaligen Klassenlehre die mochte mich irgendwie auch nicht warum auch immer die meinem Vater dann damals oder meinen Eltern dann auch gesagt hat nee die schafft das Abitur nicht und mein Vater hat dann gesagt interessiert mich nicht die macht jetzt das Abi fertig und ja und dann gab es so Wechsel auch in den Kursen und so und das hat mir ehrlich gesagt das ist so ein bisschen gerettet alles und das erzählen viele dass die Kursstufe also wo dann diese Klassenverbände aufgelöst werden das ändert alles wenn du vorher halt Probleme hast dann war das in dem Fall dann gut ich hatte auch wie gesagt das sind auch manchmal so Kleinigkeiten wie man ist klein man ist schmächtig man hat eine Brille und mit 16 glaube ich habe ich dann Kontaktlinsen getragen und plötzlich war ich beliebt und dann hatte ich auch meinen ersten Freund und so und dann war natürlich alles schön und so also und dann war plötzlich alles und dann so oh so von wegen als die Brille ist weg und jetzt ist man plötzlich schön oder das ist schön ja das ist jetzt übertrieben aber es hat schon hat schon ein bisschen was geändert und das war schon irgendwie auch eine eine Phase für mich die mich geprägt hat weil ich das waren auch so Sachen die dann mir gezeigt haben okay Oberflächlichkeiten wie einfach das manchmal so ist ne und aber meinst du das wirklich also ich frage nochmal weil das ist ja wirklich ungewöhnlich einfach ja natürlich aber also ich also ich ich weiß nicht also in der Zeit wo wo es so schlimm war ich habe nie richtig verstanden was eigentlich das Problem ist was an mir das Problem ist ähm ob es jetzt nur daran lag dass ich die Kleinste war und immer auch ein bisschen leise da hören jetzt sicher viele genau hin weil viele ähnliche Erfahrungen haben und der Tipp ist kein Tipp ne es ist echt also ich bin also ehrlich gesagt das Problem ist ich bin also in dem Fall bin ich ja meinen Eltern dankbar dass sie mich erstens da durchgeboxt haben ich wollte gerade sagen den Punkt würde ich gerne noch machen dein Vater also so wie du das jetzt erzählst dein Vater der sich gegen die Lehrerin stellt in dem Moment und sagt und vor dich und sagt die schafft das also du kriegst es mit er erzählst dir ja offenbar sonst könntest du es jetzt nicht erzählen und ich glaube das ist doch etwas was Eltern tun können also sozusagen sich wirklich hinter ihre Kinder zu stellen jetzt nicht in jedem Detail aber eben grundsätzlichen zu sagen ich trau dir das zu du schaffst es schon ich meine natürlich gibt es auch Momente wo man auch mal sagen muss okay jetzt geht es wirklich nicht weiter und dies und das aber meine Eltern waren schon immer so das Beispiel Klavierunterricht ich habe mit sechs angefangen klassische also Klavier zu lernen in Pankow damals an der Musikschule und 13 Jahre also ich habe das 13 Jahre gemacht und russische Klavier lernen ich sage euch ich hatte überall blaue Flecken also warum blaue Flecken weil die sind schon die sind ordentlich im Nachhinein ist das halt eine gute Schule gewesen ich hätte sogar fast Musik studieren können weil ich hatte so Prüfungen ja genau ich habe schon ich habe die harte Schule Grüße gehen raus an Igor achso der auch mal in diesem Podcast war hat der sowas auch erzählt nee der ist ja der ist ja krass aber ich glaube so die osteuropäische Klassik Ausbildung russisch auch russisch ich glaube das ist schon hart aber das also ich bin mit ihr immer noch in Kontakt die ist mittlerweile in Rente und das ist super also im Nachhinein bin ich ja auch irgendwie froh und ich bin auch froh dass meine Eltern mich da auch durchgeboxt haben weil du hast als Kind wenn du mit sechs anfängst denkst du erstmal so boah ja voll cool ich fange jetzt an Klavier zu spielen weil meine Uroma hat das damals gemacht und ich wollte das machen und dann habe ich gesagt ich will jetzt Klavier lernen und dann meine Eltern gesagt gut wir kaufen dir jetzt ein oder du fängst damit jetzt an aber du musst das jetzt auch durchziehen in dem Moment sagst du so yeah natürlich so und danach weiß ich nicht drei vier Jahren jeden Tag drei Stunden üben so ungefähr oder überhaupt üben denkst du so boah nee das macht mir überhaupt keinen Spaß also das ist doch alles doof und dann gab es dann auch Momente wo ich dann bockig neben meinem Klavier saß und geschrien habe und dachte ich will nicht mehr und dann war ich froh dass meine Eltern irgendwie die Geduld und ja die Geduld hatten und irgendwie auch so ein bisschen die Stränge sag ich jetzt mal da gesagt haben nee komm du machst das jetzt und ab einem gewissen Punkt das war glaube ich so nach fünf Jahren oder so habe ich dann auch so Konzerte gegeben in Seniorenheimen und so Kram und dann auch so eine musikalische Prüfung gibt es da irgendwie die man dann so machen kann gemacht und das war dann so wie so ein Schalter der sich umgelegt hat und dann hat es blöd gesagt Spaß gemacht und ab da flutschte das dann so und dann habe ich auch echt also ich habe ja wirklich auch so Tchaikovsky und so ein Kram also so krasse Trödel da gespielt aber ich mache das auch immer noch gerne und dann habe ich auch so eine Abiturfeier und so und da das waren dann so Punkte wo du dann merkst aufgetreten genau also oder in der Big Band in der Schule oder auch danach und da muss man dazu sagen da hat mir das dann natürlich viel gebracht weil du hast dadurch natürlich Bestätigung bekommen du konntest dann plötzlich sowas machen du bist dann irgendwie aufgetreten und das hat dir natürlich Selbstbewusstsein gegeben und das hat mir dann also dann als mir also als dann die diese diese Kursstufe kam und mit diesem ganzen Hintergrund hatte ich dann auch irgendwann wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen und bin dann auch an dem gewachsen sozusagen weil ich hatte in der Zeit wo ich wo es nicht so schön war also ich war auch immer eher schüchtern immer leise also und da waren auch Lehrer die gesagt haben sprich mal lauter und so weil ich mich nicht getraut habe was zu sagen und hatte dann auch ganz schlechte mündliche Noten und so weil ich einfach mich nicht getraut habe und dann habe ich zum Beispiel in der Zeit auch klassische Gesangsausbildung angefangen weil meine Eltern oder wir damals überlegt hat naja damit ich vielleicht auch so ein bisschen meine Stimme finde blöd gesagt weil ich einfach auch ein bisschen verschüchtert war dann und ob mir das jetzt also ich würde mal sagen alles was irgendwie musikalisch was ich gemacht habe hat mir immer irgendwas gebracht also aber das ist doch interessant also was du jetzt erzählst dass du schüchtern warst und jetzt auch gerade selber gesagt hast ich hatte keine Stimme also ich spitze es etwas zu und heute bist du eine der Stimmen der Tagesthemen ja ja aber es ist also ich kenne ein paar erfolgreiche Leute oder habe das auch schon öfter gehört dass vielleicht ich werde es jetzt aber auch nicht pauschalisieren aber gerade wenn du so solche Phasen durchgemacht hast dass du dann also je nachdem mit was du da rausgehst also ob du jetzt mit einer guten Zukunft rausgehst oder mit einer schlechten es gibt ich hätte ja auch abgehen können von der Schule und dann hätte ich irgendwie weiß ich sonst was gemacht eine Ausbildung oder so und wer weiß was dann gewesen wäre und und deswegen ist es also also ich hatte das oft jetzt bei Leuten die dann immer unterschätzt wurden ich wurde immer unterschätzt also wirklich mein Leben lang ich wurde immer unterschätzt weil ich immer wie gesagt die kleinste war das ist ich poche jetzt so auf dieser Größe aber es war einfach wie groß bist du eigentlich nicht 60 ist doch nicht klein nein aber das ist ich weiß nicht also es ist auch nicht groß also jetzt wollen wir nee ich bin jetzt nicht 81 aber also es ist völlig normal jetzt will ich auch ich will jetzt auch gar nicht sagen ich bin jetzt hier irgendwie zu klein oder so sondern ich will einfach nur sagen dass aber Kinder und Jugendliche natürlich auf solchen Sachen dann sich Scherzerlauben ich war auch immer ne wenn du dann noch eine Brille hast oder oder weiß ich nicht einfach dann vielleicht auch ein bisschen schüchtern das reicht ja schon ne das reicht ja heutzutage schon oder reicht immer schon oder reicht immer schon bei Kindern oder Schülern genau und naja und dann ist es schon lustig wenn du dann heutzutage die Leute aus deiner Schule wieder siehst die dann sagen Mensch jetzt bist du ja tagesdemont ich hab das immer schon gewusst ja genau boah wollen wir uns nicht mal zum Mittag treffe ich denke so nee nee danke nee also hast du noch Kontakt zu deinen also zum Beispiel jetzt zu den Freundinnen die ich eine kenne ich wie gesagt seit dem Kindergarten also ja ich hab schon so noch schon ein paar also aber auch durchweg auch aus dem Studium Abi feiern mal hingegangen also diese wie heißt das nicht Abi feiern ich meine Jubiläums 10 Jahre 10 Jahre Abi ja wir hatten wann waren das das waren 10 Jahre haben wir das gemacht 2017 ich hab 2007 Abi gemacht das haben wir gemacht da war ich da aber da war ich ja schon beim ZDF und dann war man ja auch plötzlich schon wieder jemand ne wie war das dann also naja genau so also es war total nett also eigentlich ich will das jetzt auch ich will jetzt auch gar nicht irgendwie da die Leute alle schlecht machen es kommt auch drauf an es war auch mehr der Jahrgang es war jetzt gar nicht die entsprechende Klasse oder diese Gruppe die ich jetzt da meine aber aber es ist schon es ist schon so dass dann viele die mich auch schon länger kennen also gerade jetzt auch die Freundinnen die mich seit dem Kindergarten kennen wo wir immer zu zweit unterwegs waren weil sie ist irgendwie 1,80 und wirklich wirklich eine Wucht sag ich jetzt mal und ich eben die kleine schmächtige aber wir waren halt immer Pech und Schwefel so und haben alles immer zusammen gemacht und ohne Mist sie wurde immer also sie wurde immer Mutti genannt weil sie die Leute haben immer gedacht sie ist meine Mutti dabei war sie so alt wie ich und und das nur zum Beispiel sie wurde immer überschätzt und ich wurde immer unterschätzt und das fand ich auch immer sehr interessant und und die hat wie gesagt die hat auch gesagt also dass also viele nicht also wenn man so jemanden schon so lange kennt und weiß wie er früher war und plötzlich ist er da wo er jetzt ist und mit einer ganz anderen nicht Art also ich bin immer noch natürlich die Aline von damals also ich mach blöde Witze ich mach Grimassen also meine Freundin kann das bestätigen die hat auf jedem Bild mach ich immer eine Grimasse und die hat mich irgendwann hat sie mich so angemotzt gesagt Aline du lächelst jetzt einfach nur verdammt nochmal zu diesem blöden Bild ich will jetzt dass du nicht irgendwie schielst oder so weil ich das ich konnte ich hab das immer gehasst irgendwie so einfach nur zu lächeln naja und ja also es ist schon und jetzt ist der Signature Move nach der Sendung wenn die Sendung dann was denn du hast keinen Schlusssatz sondern du lächelst ich lächle und der Entschluss sozusagen in die Kamera in die Kamera zu lächeln das ist ja nicht mehr dieselbe also nicht ganz dieselbe Person wie früher irgendwie ne also ich kann wirklich sagen dass dass dazwischen sehr viel steinige Wege ein steiniger Weg lag also ich also dass ich jetzt da bin wo ich bin bin ich ja nicht weil ich schon immer so war sondern weil mich das Leben oder diese Erfahrung so gemacht haben und eben auch die negativen Seiten und ich bin es aber auch weil eben zum Beispiel meine Eltern oder meine Großeltern oder Freunde einen mitgetragen haben oder unterstützt haben also und deswegen versuche ich zum Beispiel auch jetzt mit dem Privileg was ich jetzt habe mit meiner Aufmerksamkeit zum Beispiel auch viel mit Kindern und Jugendlichen zu machen weil ich weiß wie wichtig das ist eine Motivation zu haben oder Unterstützung und weil ja also viele sagen ja jetzt boah Alin du bist so eine starke Frau du bist so was ich ne laut und dies hast die Stimme ja aber so war ich nicht früher also ich war so wie ich jetzt bin bin ich eben geworden weil ich diese Erfahrung gemacht habe und dann könnte man jetzt auch sagen hätte man die gebraucht vielleicht ja vielleicht nein ja vielleicht wäre ich vielleicht auch nicht so geworden oder so dass ich jetzt sagen kann oder darüber sprechen kann auch so offen darüber sprechen kann weil ich natürlich jetzt auch an einem Punkt bin wo ich sagen kann ich freue mich wo ich bin und ich hätte ja jetzt auch an einem in einem Job landen können wo ich total unzufrieden bin und dann könnte man ja nicht so fröhlich darüber reden so oh ja ich habe früher so furchtbare Zeiten gehabt und jetzt aber jetzt habe ich es geschafft so also das kann ich ja auch nur weil ich jetzt eben an dieser tollen Position bin aber ich tue es jetzt nicht weil ich jetzt irgendwie sagen möchte wie toll ich bin sondern eigentlich dass ich damit eigentlich nur sagen möchte dass blöd gesagt man auch kleinen schüchtern mit Brille und selbst wenn man richtig scheiß Zeiten durchhält das ist einfach mal nachfragen weil du immer die Brille erwähnst wie sah denn deine Brille aus es gibt sehr geschmackvolle Brillen Christoph zum Beispiel trägt ein ganz hervorragendes Harry Potter Brille also Zitat Jörg Hachelmann nochmal sag was Zitat Jörg Hachelmann Harry Potter Brille oder ich weiß nicht mehr was er gesagt nein weil ich war vor ein paar Wochen bei Riverboat in Leipzig und da haben die einen alten Beitrag rausgeholt vom ich glaube RBB als ich bei einer Volksbühne gespielt habe ich habe zwei Jahre mal war ich Komparsin in der Volksbühne wusstest du das ich dachte wir sind vorbereit ich hatte keine Ahnung jetzt sage ich es euch da war ich zehn zehn elf das war kurz nach dem Auftritt bei TV Berlin ja genau genau und dann wollte ich genau dann bin ich plötzlich Schauspielerin geworden so ungefähr und da hatte das war auch noch so richtig analog da hatte meine Mutter damals in der Berliner Zeitung einen Aufruf gesehen sie suchen Kinder im Alter von xy keine Ahnung Größe für ein Stück in der Volksbühne Volksbühne man muss einmal kurz sagen eines der wichtigen Theater Deutschlands unter der langjährigen Führung damals von Frank Kassdorf der war damals auch noch das große Ostberliner Theater dein Mittel und by the way was ich meinte mit die Größe kann auch Vorteile haben weil ich dann die passende Größe hatte für ein passende kleine sozusagen ein Dubel also ich war dann sozusagen das war das Stück Gespenster von Henrik Ibsen und die Hauptrolle hatte Sophie Reuss gespielt falls ihr die vielleicht kennen jetzt auch nicht riesiges nee und ich hatte ich war ich wurde sozusagen als Dubel als kleines Gespenst für sie gebucht ja und ich hatte die perfekte Größe die perfekte Proportion oder so du warst das Dubel von Sophie Reuss naja das das Gespenst sozusagen ich hab dann die haben dann eine Maske von ihr gemacht die hab ich dann immer aufgesetzt bekommen und dann war ich immer auf der Bühne und bin dann als ihr kleines Gespenst das wohl weiß also vielleicht erfährt sie es jetzt das wäre ganz witzig liebe Grüße Sophie ich kann mich noch erinnern als ich damals beim Applaus immer ihre ich weiß nicht blutverschmierten Hände in der Hand gehalten habe was natürlich kein Blut war aber irgendwie so das sind so Sachen die vergisst man nicht weil das ist dann immer ich hatte dann immer so ganz klebrige Hände aber weil es ein sehr brutales Stück war das war viel hast du dich da wohl gefühlt auf der Bühne ja total aber das das war auch einfach insofern toll ich meine ich ich war ja auch nicht zu erkennen oder so und dann mit dieser Maske dann dieses ganze drumherum dann haben die die Haare gemacht dann hatte man immer so ein tolles Kleid an das hatten die ja dann schneidern lassen und auch diese diese Gerüche dort so im Theater dann diese Atmosphäre da ist ja auch nochmal völlig anders ich glaube das kann jeder Theater Schauspieler Schauspielerin bestätigen dass das nochmal so eine ganz andere Atmosphäre ist als jetzt vielleicht beim Film oder oder im Studio jetzt hier bei den Tagesthemen zum Beispiel und dann natürlich auch mit dem Publikum das ist schon echt toll also wenn du dann da stehst ich meine ich war da jetzt nicht wichtig aber trotzdem einfach wenn sich dann alle angucken und klatschen und Standing Ovation das war schon eine spannende Zeit und ich habe ja dann lustigerweise ich hatte dann in der Phase mal also es war eine kurze Phase wo ich Schauspielerin werden wollte habe es dann aber auch ganz schnell wieder verworfen und weil ich dann auch also ich wurde das war eine Zeit wo ich auch bei ganz vielen Castings war ich habe auch mal Synchronsprecherin mit irgendwas synchronisiert in einem italienischen Film und war dann auch wurde von der Straße gecastet für wie hieß dieser Film Jenseits in Afrika von Charlotte Link oder wie hieß die Caroline Charlotte Link dieser Oscar Film mit ich muss ich glaube ich bin relativ sicher Caroline Link ja ich komme da mal durcheinander ja ich auch ich weiß es nur deshalb weil wir haben sie mal auf dem Cover vom Zeitmagazin falsch geschrieben das wirst du nie wieder vergessen aber jetzt bist du auch wieder unsicher Christoph genau das halt natürlich ein Lebenstrauma wirklich ein echtes Lebenstrauma weil ich hatte die ehrenvolle Aufgabe als das dann erschienen ist sie anzurufen und ich weiß noch genau wo ich da war irgendwo in der Nähe von Köln und ich musste sie anrufen und dieser Anruf also ich habe mich ich bin wirklich selten da im Boden versunken aber da bin ich wirklich wirklich im Boden versunken und dann sagte sie auch noch sie wissen gar nicht wie oft das passiert das war wirklich ganz schrecklich ja wahrscheinlich ja also nee oder wurde ich von auf der Straße gecastet nee ich wurde nur also ich wurde gecastet und war dann in der engeren Auswahl ich wurde dann für was für diese eine diese junge Schauspielerin die da da gab es ja irgendwie mehrere Generationen irgendwie eine die da hat sie einen Oscar gewonnen oder genau da war eine Neunjährige die ich spielen sollte und dann habe ich da mitgemacht war in der engeren Auswahl und dann wurde mir aber gesagt nee ich wirkte wohl schon zu alt weil ich hatte damals schon eine etwas tiefe Stimme so wie jetzt und sollte eine Neunjährige spielen hallo genau und war auch schon zwölf also von daher ich war auch älter aber sah halt also ich war ja klein und schmächtig und so aber sozusagen von der Art und Weise war ich schon ein bisschen zu alt es ist ja interessant dass deine Mutter offenbar obwohl sie nicht genau wusste was du machen möchtest später doch irgendwie gespürt hat das Kind will auf eine Bühne oder zumindest nee die haben mich einfach nur alles machen lassen ich also das ich naja was heißt alles machen lassen deine Mutter hat ja offenbar auf diese Anzeige in der Berliner Zeitung schon aktiv reagiert ja aber sie hat schon also sie hat mich da schon involviert also das ist jetzt nicht so na klar ich schick meinen genau nee ich weiß was du meinst aber ja ich ja also ich war trotzdem trotz meiner irgendwie schüchternheit war ich auch trotzdem auch hatte ich auch extrovertierte Momente sagen wir mal so also ich hab mich ich hab ja doch mich auch auf Bühnen wenn man so will oder vielleicht fing das da auch dann so richtig an würde ich mal behaupten aber ich meine eine Bühne ist jetzt nicht dasselbe wie ein Studio weil zum Beispiel ich moderiere ja auch auf Bühnen und zum Beispiel als ich das jetzt vor ein paar Jahren angefangen hab also Bühnenmoderation oder so Events ey das ist ja für mich furchtbar weil vor Leuten zu zu sprechen ähm also das war nicht so meins weil da brauchst du schon so ein gewisses Ego und so ne als jetzt im Studio zu stehen wo du nicht mitbekommst wer dich anguckt zu dem Thema ne aber ich hab trotzdem hatte ich da Spaß dran hab das zwei Jahre gemacht und hab dann diese ganze Sache aber dann nochmal äh zehn Jahre später vielleicht äh 2008 glaube ich hab ich damit angefangen in Leipzig ähm hab ich angefangen mit Komparserie dann bei Film Film und äh Fernsehen weil damals in Leipzig Daniel Brühl irgendeinen Film gedreht hat vor meinem Institut also meinem Uni-Institut ich verstehe, dass man den kennenlernen wollte ja und hab dann bin da irgendwie reingerutscht und dann hab ich das zehn Jahre oder so gemacht äh und hab dann äh Werbung gemacht und Komparserie und äh hab dann da in irgendwelchen Hollywood-Filmen mal so immer so im Hintergrund gespielt und mit George Clooney und Tom Hanks und so ein Kram ja das war echt lustig das ist echt nochmal das ist schon so spät George Clooney aber also das war war das der der Monuments Man das haben wir in Brandenburg und da kann ich ja noch eine Anekdote erzählen da haben die ja alle im Soho-Haus gewohnt ne Brad Pitt und George Clooney ja ich leider nicht ja ich auch nicht aber ich war ich erinnere mich gut wie wir damals im Soho-Haus mit George also ich war eine italienische Trümmerfrau äh an dem Tag weil das war ja ging ja um den Zweiten Weltkrieg und wir wurden da alle so richtig ähm dreckig gemacht in so Klamotten und ich weiß noch wie er da in die Maske kam und meinte ne äh you have to look more fucked up so dann haben die uns noch mehr Dreck drauf ja 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 die waren alle total nett der hat uns auch da alle also jeden Einzelnen begrüßt und dann äh die eine Anekdote die ich ähm einmal erzählen kann die schon ganz die ich glaube ich noch meinen Enkeln erzählen kann äh dass ich ihm fick dich gesagt hab ähm aus Versehen aus Versehen weil er uns bevor wir die Szene in Ton Nummer 4 würde ich sagen weil bevor wir angefangen haben ich sehe bunte Kammer vor mir oh Gott ich rede mich hier äh ja sonst was weil als wir bevor wir die Szene angefangen haben hat er uns das erklären wollen was wir da machen müssen das war so eine so eine Trümmer Szene ähm in Italien in Rom oder so und er meinte ja wir müssen so richtig so Temperament haben und so sauer sein oder weiß ich so eben mit Temperament so italienisch meinte er dann du hast du eine Idee der in Italien lebt ne genau ja das habe ich dann im Nachhinein dann auch festgestellt und dann meinte ich so ja und dann so so wie ich dann so war weil ich von einer italienischen Freundin das mal gehört hat die hat dann gesagt so va fanculo ja in dem Moment dachte ich das ist sowas wie so 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 eine Äußerung der Temperament weißt du oder ja ja so so Mist so ja Mensch so ne aber er hat dann so wie gentleman like wahrscheinlich war dann so ja ja genau so Temperament und weil ich in dem Moment ja nicht wusste was es heißt also das ist dann doch was anderes heißt und ich wusste auch nicht dass er da in Italien wohnt das hat mir dann danach jemand erzählt aber er fand es lustig also er war auf jeden Fall sehr sehr ja die müssen eine gute Zeit gehabt da haben also ich darf ich das kurz als Bild meine persönlich der hat da auch Regie geführt ja ach so also in dem Moment war er nicht Schauspieler an dem Tag aber da war auch also da haben nur sozusagen wir was gedreht ja und bei damals mit Tom Hanks es war auch lustig es war in diesem Stilwerk im Kudamm Ullandstraße falls ihr das kennt da haben wir Hologramm für einen König gedreht im Stilwerk ist das denn was für einen König ganz oben ganz oben auf dem Dach ja und alles Greenscreen das sollte ein Büro in Saudi-Arabien sein ich hab den Film habe ich auch gesehen du kannst mich sogar sehen du kannst mich sogar sehen ach so liebe Leute die jetzt nicht aus Berlin kommen da hab ich meinen Bürotisch das ist ein Küchentisch der bei mir im Büro steht jetzt hab ich auch gar kein Büro mehr aber der steht immer noch in der Redaktion den hab ich im Stilwerk ja aber wir waren ja ganz oben auf dem Dach da ist ja nichts mittel guter Löweller was war da welche Szene das war in wo er reinkommt und diesen irgend so einen so einen Typen sucht ja und ich war so Sekretärin genau und wir hatten da war so Greenscreen ich werd nicht fertig Tom Hengst hat im Stilwerk die Wüste ey ihr glaubt nicht wo die manchmal gedreht haben also wir haben zum Beispiel ich war bei Wo bist du da gesehen? ich sitz da rum Tom Tickwart Regie geführt ja genau ne aber ist das die kriegen die nicht auch immer Geld wenn die in Potsdam drehen oder in so Filmförderung die haben so viel in Babelsberg auch also generell hier in Deutschland drehen die ja so viel weil es so schön günstig ist also in Babelsberg hab ich mal diesen Fatih Akin Film gedreht The Cut da waren wir so in einer Riesenraum Alter das wusste ich warum steht das nirgends weil das ich hab's noch nirgends wo niemand erzählt weil es jetzt auch nicht ja weiß nicht nicht relevant ich bin ja nur Komparsen gewesen also deswegen ist man nicht mal ich lerne Tom Tickwart da wo er reinkommt dann steht er da also ich was heißt zu sehen also man ist ja da ich hab da so eine komische Bürofrisur und ich sitze da am Schreibtisch und mach da irgendwas am Computer also man ist ja wie gesagt nur Komparsen und ist irgendwo im Hintergrund manchmal ist man mehr immer weniger zu sehen und wenn du einen Satz bekommst dann kriegst du auch gleich mehr Geld und so das war schon mal ganz besonders hattest du einen Satz? ne in dem Fall nicht aber ich hab dann also ich hab das gemacht und ich hab aber auch währenddessen immer noch so Werbekram gemacht so Kleindarstellerin das war dann aber viel aufwendiger weil du dann so zu diesen ganzen Castings gehen musstest und da hab ich dann natürlich mehr gemacht da war ich dann mal bei der Deutschen Bahn oder bei Lotto oder so und ja und ich hing mal ne ganze Zeit in Berlin in Brandenburg rum als als Lottofee also nicht Lottofee ich hab halt so ein To-Go-Becher in der Hand und bin sozusagen ein Testimonial wie man das so schön nennt oder Werbefehl also mit anderen Lotto ist voll Knorke ja so mein Lotto ja so mein Lotto Mann hat auch ich weiß nicht mehr so ein komischer Spruch stand auf meinem Plakat ich kann euch das schicken ich hab das noch das ist so ganz lustige hä? ja ich war jung und brauchte halt Geld ich hab halt also es hat Spaß gemacht gleichzeitig und ich hab einen Haufen Leute kennengelernt darüber also über Komparserie lernst du einen Haufen Leute kennen weil du hast so viel Zeit du sitzt ja meistens nur rum Tom Hanks hat auch immer die ganze Zeit in der Ecke gesessen hat sein Buch gelesen das fand ich auch mal sehr sympathisch also da hab ich auch oder lernst du ja auch schnell dass das alles nur Oberfläche ist ne? also wie gesagt das war nicht in Saudi-Arabien sondern im Berliner Stilwerk also aber dieser Fatih Akin das war tatsächlich ne krasse Szene oder Situation weil wir haben es ging ja um diesen Völkermord in Armenien oder der Armenier und wir waren an den Armeniern an den Armeniern so und wir waren alles Frauen ich glaub wir waren eigentlich nur Frauen die ja voller Blut und Vergewaltigungsopfer sozusagen die in der Wüste rumlagen sagen wir es mal so und Hunger hatten kein Wasser und so das war halt so aber das war halt schon schon schräg weil wir da in diesem großen Raum und mittendrin so eine Wüste in Anführungszeichen also so ein Wüstenplateau oder sowas und da lagen wir irgendwie gefühlt den ganzen Tag rum und in diesem Dreck und so sahen wir auch aus und die hatten dann uns da Motoröl in die Haare geschmiert und überall hier so blutiges Zeug und manche irgendwie zerrissene Klamotten und so das war schon heftig und ja vor allen Dingen weil ich dieses Motoröl dann auch tagelang nicht mehr aus meinen Haaren bekomme es hat sich angefühlt wie ein Motoröl es war dann irgendwas anderes aber ich musste mir dann wirklich Handspül also Geschirrspülmittel auf meine Haare machen und es einwirken lassen weil ich das sonst nicht rausbekomme naja was man so macht wenn man sowas macht kann ich nur kurz da sagen mir ist vorhin aufgefallen dass du das Binnen-I sprichst ja ich manchmal manchmal nicht das ist ganz komisch aber du machst es nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ne darf ich es nicht ach was heißt darf also es ist ein ein Verein also wir sollen es nicht machen beim ARD beim ZDF war am Ende die also wurde uns gesagt also jeder darf selbst entscheiden so was natürlich auch schwierig ist manchmal also ich am liebsten ist mir eigentlich wenn ich es vermeiden kann weil ich irgendwie nicht weil ich es jetzt schlecht finde oder so sondern weil ich es auch manchmal sehr anstrengend finde muss ich ganz ehrlich sagen also gerade jetzt bei Funk ist das ja so da müssen wir es richtig durchziehen da ist es Pflicht das ist schon echt manchmal an manchen Wörtern also es ist schon manchmal auch ein bisschen nervig also wenn dann das klingt jetzt so es ist ja jetzt auch kein Akt das zu machen aber ich sage auch immer so dass Gleichberechtigung für mich jetzt nicht nur bei diesem Wort oder bei dieser bei diesem Gendern anfängt sondern ich finde da gibt es noch andere Themen die wichtiger sind die man eigentlich noch ein bisschen mehr pushen sollte als jetzt nur allein Sprache ist wichtig ja zum Beispiel was meinst du naja eben sowas also aber auch wie ich was formuliere ob ich jetzt keine Ahnung welche Themen noch wichtiger sind achso naja gleiches Gehalt gleiche Rechte gleiche Aufmerksamkeit Beispiel jetzt auch in der Medizin also da wird ja jetzt erst in den letzten Jahren gibt es immer mehr Frauenmedizin früher wurde Medizin immer nur für Männer gemacht und Frauen haben aber ganz andere Symptome und so weiter stimmt ja bist du Feministin? boah also ich keine Ahnung also ich das ich wurde auch letztens gefragt wie ich zur Frauenquote stehe und da habe ich auch gesagt also der Witz ist dass ich aus einem aus einem Osthaushalt komme wo das nie ein Thema war das sagen öfter Frauen aus dem Osten oder habe ich irgendwie abgespeichert in meiner Familie steht das als westdeutsches Problem da also weil weil das im Osten gab es das nicht meine Mutter hat immer gearbeitet meine Oma hat immer gearbeitet war in Führungsposition es war überhaupt keine in meiner libanesischen Familie arbeiten alle also meine Cousinen teilweise haben drei, vier Jobs auf einmal und trotzdem drei Kinder also ich kenne ich kenne gar nichts anderes also wenn man jetzt das auf das reduziert sage ich jetzt mal und dass sozusagen Frauen arbeiten können sollen wollen aber es gibt es wir hatten es ja vorhin von den Top-Politikern in der Region und da ist uns keine einzige Frau eingefallen also es gibt dann schon Sphären wo du dann ein Mann bist einfach wo es keine Balance gibt wo meinst du jetzt sprachst du nicht gerade über den Libanon und die Cousinen die ach so ja okay wenn du jetzt dann die Politiker ja die dann alle weißen Männer und ich glaube einen ähnlichen Vorwurf gab es mal gegen die DDR dass sozusagen alle sozialistischen Staaten haben das ja sehr befördert aber in der je höher du dann kamst dann waren da doch plötzlich wieder Männer und vielleicht doch nicht alles ganz so perfekt gewesen also ich will das jetzt auch gar nicht jetzt so pauschalisieren oder oder jetzt ich weiß ja auch nicht alles um Gottes Willen also ich kann jetzt auch nur das so wieder aus deiner persönlichen Erfahrung weil das natürlich auch also ich weiß noch als Thema damals ich weiß nicht mehr wann das war vor zehn Jahren oder ich habe da jetzt nicht mehr so ein zeitliches Verständnis wann das so das erste Mal mit dieser Frauenquote so politisch wurde und ich weiß noch dass ich da als Kind gedacht habe oder als Jugendliche hä wofür brauchen wir denn das weil ich eben dachte oder aus meiner familiären Erfahrung Frauen arbeiten sind also für mich war in meiner Familie wurde Gleichberechtigung immer gelebt vorgelebt und deswegen hatte ich mir die Frage nie gestellt dass wir das brauchen oder müssten und erst dann durch seitdem ich sag ich mal in der Arbeitswelt bin und gemerkt habe okay da gibt es ein Ungleichgewicht verstehe ich es jetzt auch und würde auch sagen okay wenn wir dadurch diese Strukturen aufbrechen dann soll es so sein schön finde ich es trotzdem nicht genauso wie so eine Diversitätsquote finde ich immer schwierig weil es macht es betont es ja auch immer alles noch so weil eigentlich will doch jemand nicht also man will doch eigentlich mal angenommen eine Redaktion zusammenstellen weil man die weil die Menschen jetzt spannend sind und unterschiedliche Perspektiven einbringen und nicht weil sie jetzt einer Quote entsprechen oder so oder dadurch reingekommen sind aber ich weiß auch dass die Strukturen manchmal eben so funktionieren dass die Leute immer ihren also immer ihnen ähnliche ähnliche Personen wieder reinholen und durch die öffentliche Debatte muss man ja sagen der letzten Jahre also es hat sich viel verändert hat sich ja wenn man bei Redaktionen betrifft in manchen Redaktionen sehr viel verändert in anderen eher weniger aber genau das ist ja eigentlich schon und deswegen kann ich es auch irgendwie verstehen also Feministen jetzt ich weiß auch immer die Frage wie man das für sich so definiert also mir ist einfach nur wichtig dass wir gleichberechtigt behandelt werden und ich finde das jetzt da muss ich mich jetzt nicht als Feministin oder Nicht-Feministin definieren also ich lebe das so wie ich es auch vorgelebt bekommen habe und in meiner Familie ist das einfach normal sag ich mal dass es da keine Unterschiede gibt eigentlich hast du immer dieselbe Partei gewählt? nee nee also nee nee wie viele verschiedene Parteien hast du schon gewählt? Christoph wie näherst du dich jetzt? ja ich sage nichts nein also ich habe nee ich glaube gute Frage warte mal jetzt muss ich überlegen also ich glaube dreimal habe ich gewählt dreimal ja drei verschiedene ja naja mit 18 oder damals also in der Zeit da war ich auch nochmal ich war schon so ein kleiner Punk so war ich ein bisschen anders drauf also Linkspartei damals und dann was? nee was machst du da eigentlich in Konstantin also es gibt einen sehr netten von mir sehr geschätzten jedenfalls Kollegen Konstantin Schreiber der so eine Toleranzstiftung gegründet hat da bist du eigentlich auch aktiv kannst du mal erklären was ihr da macht? ja also das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen das lag liegt natürlich an Corona wir haben oder er hat diese Stiftung gegründet vor ich weiß gar nicht zwei Jahren oder 2019 da waren wir in Sachsen unterwegs in der Nähe von Oschatz in so einem Dor also in so einer Stadt weil er im Grunde damit also er wollte sozusagen einen Kontakt schaffen zwischen Journalisten und Schülern die sich also die einfach mal fragen durften was wir so machen wie das funktioniert und es war natürlich auch bewusst gewählt Sachsen oder auch gerade ich glaube auch so so eine Region sag ich mal wo vier AfD gewählt wird und auch natürlich dann das war ja auch so die Zeit wo dann immer gesagt wurde Lügenpresse Staatsmedien und so weiter und einfach um zu sagen okay wir kommen jetzt zu euch also zu den jungen Leuten und die Fragen die ihr habt fragt sie uns einfach mal und und das war echt spannend das war aber auch spannend zu sehen wie wie soll ich sagen wie schüchtern oder die jungen Leute waren weil sie zum Beispiel auch eben wussten dass ihre Eltern andere Meinungen sind und wirklich teilweise die uns auch gesagt haben dass sie wollten also dass die Eltern gesagt haben du stellst da keine Frage und das fand ich auch schade und wir haben dann aber auch echt versucht das irgendwie hinzubiegen einfach auch trotzdem Gespräche hinzubekommen weil ich ja auch der Meinung bin naja du bist ja trotzdem ein eigener Mensch und kannst ja selbst denken und du musst ja nicht die Meinung den Eltern vertreten oder so aber das war das genau das habe ich mit ihm gemacht und das hat ja auch glaube ich mit Susanne Daubner gemacht und ich glaube Dammler also Dammler ist auch eine Kollegin bei der Tagesschau 24 also mit so ein paar Leuten das ist interessant was du da erzählst von den Schülern und ihren Eltern mir hat ein Arzt vor kurzem erzählt dass er junge Patientinnen Patienten hat die sich impfen lassen aber immer nur unter der Bedingung dass er auf keinen Fall ihren Eltern erzählen soll dass sie sich impfen lassen und die Kinder wollten das dann aber nur offenbar die Familie ist komplett bei ihm ja naja ist ja omnipräsent das Thema rein jetzt nachrichtlich aber so sonst so ich meine ich also ich mache ja kein Homeoffice dadurch bin ich trotzdem viel unterwegs gewesen oder musste ja trotzdem zu den Orten wo ich arbeite aber natürlich klar dann im Dockdown also gerade im Ersten wenn dann die Züge komplett leer waren und man dann so alleine nach Mainz fuhr das war schon komisch aber aber andererseits ich habe es auch jetzt komme ich wieder auf dieses Thema Privileg aber in dem Moment oder in dieser Zeit habe ich eben auch gemerkt wie krisensicher mein Job ist und was für ein Privileg ich habe dass ich diesen Job mache weil ich Nachrichten mache die eben gebraucht werden also wir sind ja irgendwie auch systemrelevant genau systemrelevant und und ich konnte hatte eben kein Problem mein Geld zusammen zu bekommen sage ich mal um die Miete zu zahlen wie vielleicht andere also ich habe auch Freunde die in der Eventbranche arbeiten die nichts hatten und also von daher das war auch einfach eine interessante Erfahrung die man dann so macht mit seinem Job mit mit ja mit dem was man macht und eben auch dieser Wichtigkeit dann doch mit diesem Job weil wir natürlich auch in dieser Zeit gemerkt haben dass die Leute einfach unheimlich viel mehr Fernsehen gucken und einfach einen Informationsbedarf haben viel mehr also es gab schon länger immer mal wieder auch in diesem Podcast so Debatten mal sehen wie lange es noch das sogenannte lineare Fernsehen gibt also so Sachen die ein Programm haben und eine Uhrzeit ich weiß nicht wann eure Sendung die mehr andert so ein bisschen aber die Tagesschau zum Beispiel kommt ja meistens um 20 Uhr und das ist ja eigentlich ein Konzept das seltsam ist aus heutiger Sicht und jetzt meinen Kindern die gucken das immer noch aber es ist schon seltsam ja weil du kannst ja jederzeit irgendwas konsumieren wenn es wenn es sich jetzt interessiert und das kam aber so zurück also plötzlich war auch auch gerade was ihr macht wieder hatte völlig neue Aufmerksamkeit die Quoten sind total hochgegangen hat das irgendwas verändert also hat es wieder dieses Lagerfeuer entfacht das so ein bisschen verloren war also auf jeden Fall würde ich jetzt mal behaupten dass also man freut sich ja trotzdem darüber dass die Nachrichten so viel Aufmerksamkeit bekommen oder dass die Leute einfach wieder mehr Fernsehen schauen oder eben auch das Produkt was wir da entwickeln oder machen ja auch sozusagen wertschätzen muss man ja einfach mal so sagen aber also geändert hat es natürlich weiß ich nicht jetzt glaube ich nicht so viel sondern einfach auch in Form von dass man dass wir natürlich in der Zeit auch enorm darauf geachtet haben auch was wir da berichten also weil natürlich auch jeder mal auf die Zahlen geguckt hat jeder immer auf die Politik geguckt hat dann natürlich immer mit dem Hintergrund dieser ganzen so Stimmen im Hintergrund Fake News Lügenpresse Staatsfernsehen wo wir ja auch immer sozusagen dann darauf achten müssen und oder was heißt darauf achten aber einfach sozusagen dass dem irgendwie entgegentreten müssen was man eigentlich ja normalerweise auch macht und indem man halt sagt wir haben da Fakten und wir haben eben unsere Nachrichten und wir wollen keine Unwahrheit erzählen aber das alles zusammen ist natürlich auch so finde ich auch eine explosive Mischung vielleicht manchmal wenn man dann so Druck hat auch ne und aber wie entsteht das eigentlich bei einer Tagesthemen-Sendung also kannst du uns da mal so durch den Tag führen also wie entsteht ein Thema also wie kommt ein Thema in die Tagesthemen naja ein Thema also also meistens stehen schon erstmal Themen fest weil sie geplant wurden weil zum Beispiel so ist das Leben so ist das Leben in Redaktionen also Nachrichten sind natürlich immer aktuell aber trotzdem gibt es ja Sachen wo man weiß einen Jahrestag oder sonst was gedenkt hat oder sonst was kommt irgendwie und das kann man dann vorausplanen oder irgendeine Pressekonferenz aber also meistens haben wir morgens oder vormittags so eine erste Konferenz wo wir dann einfach erstmal die Themen besprechen wahrscheinlich kennt ihr das auch vielleicht so und erstmal gucken das sind so die groben Themen die jetzt wo wir alle denken die machen wir jetzt das sind die Tagesthemen dann kommt ja dazwischen darf man ja nicht vergessen auch immer noch die Tagesschau das heißt der Blog ist ja auch immer nochmal deckt ja auch immer nochmal was ab und wir vergleichen das ja auch also dass wir uns nicht doppeln logischerweise und weil wir beleuchten ja im Grunde bei den Tagesthemen nochmal Dinge ein bisschen mehr oder Themen die vielleicht woanders bei der Tagesschau beispielsweise nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen würden weil manches muss man einfach auch manchmal länger erklären und dann geht es erstmal insofern los dass man sich sortiert und dann rattert sozusagen die Redaktion los und setzt sich mit den Korrespondenten in Kontakt mit den Autoren die wo auch immer sie sind die Stücke machen dann schaue ich oder dann auch haben wir ein Interview ja nein müssen wir eine Aufzeichnung machen ja nein je nachdem und dann verteilt man auch so ein bisschen seine Aufgaben ich habe ja auch so einen Moderationsredakteur Redakteurin der sozusagen wie so eine Art Ghost oder als Hilfe Unterstützung da ist wenn man es also wir schaffen ja nicht alles gerade so wenn man so ein Interview hat dann bist du eigentlich damit voll beschäftigt und dann schaffst du gar nicht noch unbedingt noch diese zig anderen Moderationen dazu schreiben manchmal da musst du ja auch noch in die Maske das ist leider auch etwas was dazugehört und nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch und oder keine Ahnung du musst dann irgendwie noch mal in die Regie weil die mit dir deine Gänge probieren wollen die sie jetzt endlich fertig haben nach Wochen und dann hetzt man so von einem zum anderen aber im Grunde ist das so ein Tag mit Abläufen auch mit Konferenzen dann ruft man zum Beispiel bei der Grafik an weil man Bilder die man im Hintergrund ja hat sich ausdenkt oder überlegt worauf man dann auch schreiben kann und so weiter und dann gibt es doch irgendwann diese berühmte Schaltkonferenz in der besprochen wird wer kommentiert ja das ist die Chefredaktion da bin ich aber jetzt nicht also da ist eigentlich nur unser Chef sozusagen dabei der uns dann sagt wer das dann macht weil das schaffen wir auch nicht alles also das werden dann zu viele Konferenzen also am Anfang war ich da auch mal mit dabei und hab mir das mal mit angeguckt aber da wird dann sozusagen ja basisdemokratisch entschieden zwischen den Rundfunkhäusern ob es eine Meinung gibt ja nein wer die macht ja nein wer die macht von wo und so weiter und das ja da müssen dann halt viele Leute entscheiden das ist schon glaube ich auch anstrengend wie reagierst denn du eigentlich wenn du also es kann ja gar nicht so sein dass du jedes Mal mit dem mit der Kommentatorin oder mit dem Kommentator einer Meinung bist woran würde ich merken dass das so ist bei dir wahrscheinlich in meiner Mimik aber das das Gute ist dass man das in dem Moment noch nicht sieht weil dann immer noch der Schaltpartner sozusagen im Mittelpunkt steht und erst sobald also der Kommentator oder die Kommentatorin ja oder der Interviewerin weil also du meinst jetzt bei Interviews ich meine erst bei den Kommentaren ach so nee das sieht man das sieht man ja nicht weil das läuft ja so ab das wird ja so ja genau aber dann ist er dann fertig ach so und dann sagst du das war ja mal wieder ein bescheuerter das war ein kommentierte XYZ vom Rundfunk also ich muss gestehen also manchmal schaffen wir es auch nicht immer zuzuhören weil zum Beispiel weil wir dann quatschen da sind ja auch noch ein paar andere Leute im Studio und man hat dann so man hat dann auch manchmal man hat dann auch manchmal sich so viel zu erzählen Kommentar gesprochen wird so geht es manchen Zuschauerinnen auch in jedem Deutschland Kinder jetzt seid mal leise jetzt komm nein ich höre natürlich auch zu aber manchmal gibt es auch eben wichtigeres ja weil man sich halt so lange nicht gesehen hat also es gibt auch Kollegen halt das Haus sag mal was macht eigentlich ne man geht ab geht es eigentlich dann so wie geht es in den Kindern das ist jetzt wirklich interessant aber ja das passiert selten natürlich natürlich ich höre immer gelegentlich von Anfang bis Ende andecklich also was wird eigentlich in diesen Studios gesprochen wenn vermeintlich das Mikrofon also ich weiß das letztens habe ich mit Judith Rackers auch über meine Schildkröten geredet weil sie hat erzählt dass sie einen Fohlen also ein Pferd von ihr hat einen gefohlt und dann haben wir irgendwie über Haustiere geredet und sie hat mich oder irgendwie sind wir dazu gekommen und dann habe ich gesagt ich habe Schildkröten und dann ging sie plötzlich Schildkröten und dann habe ich ihr erst mal von meinen Schildkröten erzählt und das haben wir dann irgendwie so aus der Sendung noch mit rausgetragen und haben uns dann noch weiter unterhalten und immer wenn dann so ein Nachrichtenbeitrag läuft dann redet man weiter über Schildkröten aber es ist so ein bisschen wie in jedem Job oder? klar du brauchst es ja auch mal so zum Verschnaufen also eigentlich sind so eine Beiträge auch mal ganz entspannt zum Verschnaufen weil in dem Moment wenn du wieder da bist hast du auch wieder also das ist ich glaube die meisten können sich nicht vorstellen das ist auch körperlich auch anstrengend auch wenn das nicht so wirkt du stehst oder so ich weiß ich stehe ja nur so rum und rede ja nur irgendwas und vom Teleprompter und ich lese das nur ab aber man muss ja eine gewisse Körperspannung haben dann kannst du ja auch nicht so da stehen wie so ein Tölpe und dann ne wo mache ich die Moderationskarten hin weil das ist ja auch wichtig ich hätte zum Beispiel ich wüsste gar nicht was ich mit den Karten mache siehste festhalten ja erstmal festhalten ja und was machst du mit deinem Gesicht zum Beispiel zum Beispiel Teleprompter ist etwas also beispielsweise die da oben Jan mit dem ich das zusammen moderiere wir hatten nämlich das erste Jahr gar keinen Teleprompter das war furchtbar wir hattet keinen Teleprompter war der noch nicht auf deine Größe eingestellt ne wir hatten einfach ne wir hatten einfach keinen weil wir in so einem Büro gearbeitet haben und Konferenzraum und wir hatten einfach so ein Teil nicht das ist ja jetzt schon so ein teures Ding fancy Zukunftstechnologie oder ey ich bin so froh dass wir das mittlerweile haben aber wir haben das auf so so do it yourself mit so einem iPad machen wir das immer und dann wird das so gespiegelt also es ist jetzt nicht so ein krasses Teil wie wie bei der ARD oder so ne Moment nochmal also damit ich das hä wovon reden wir gerade Teleprompter ja habt ihr wo bei die da oben ach so bei Jan sorry ich war zu schnell wir haben jetzt aber einen und eigentlich wollte ich nur genau sorry ich war zu schnell ich wollte eigentlich erklären dass Teleprompter lesen auch nicht so einfach ist also das muss man auch erstmal lernen weil die Mimik genau weil zum Beispiel bei Jan war das so ich kannte das ja vom ZDF weil ich es ja da nur mal gemacht habe aber er kannte das eben nicht und musste das erstmal lernen vom Teleprompter zu lesen und du musst ja es irgendwie hinbekommen dass du nicht so also macht natürlich keiner aber ihr wisst was ich meine also diese Augenbewegung ich würde ja immer mit dem Finger so entlang fahren genau wo war ich jetzt stehen und dann auch weil manche kriegen das musst du echt mal wenn du das mal so im Vergleich hast Leute mit und ohne die kriegen dann so eine Steife im Gesicht plötzlich weil sie eben lesen aber du musst in dem Moment musst du so gerade so richtig entspannen und dann einfach so tun als würdest du das jetzt ich sag immer meiner Oma jetzt hängt dieser Teleprompter weil die Software immer wieder abgestützt das passiert ja wie oft also beim Tagesteam Gott sei Dank noch nie aber beim ZDF ist es schon mal passiert deswegen haben wir ja unseren Zettel genau aber dann jetzt was ich mich schon immer gefragt habe jetzt hängt das Ding irgendwo und dann raschel raschel wo war jetzt dieser Zettel mit meinen Fragen ja deswegen musst du auch immer mitblättern dass du immer auf dem Zettel bist ja ach so also das sollte man zu ja aber der Witz ist es gibt also ich also es gibt natürlich auch Kolleginnen Kollegen also sowohl beim ZDF bei AD sicherlich auch die das eben nicht so mitbedacht haben und dann ist ihnen der Teleprompter ausgefallen dann fällt das Ding aus dann raschel raschel genau jetzt ist mir der Zettel runtergefallen und wenn du das einmal gemacht hast dann machst du das auch nie wieder also das ist wieder falsch und ich deswegen habe ich mir einfach angewöhnt die Zettel immer dabei zu haben also beim ZDF und auch wenn es einfach blöd aussieht aber du weißt eben nicht was passiert und dann stehst du halt da und ich finde es also ich finde es auch nicht schlimm wenn ich dann auf die Zettel gucken muss wie gesagt das passiert dann eben dann guckt man halt eben mehr auf die Zettel und guckt dann eben immer mal wieder hoch und so aber es ist schon unangenehm wenn du dann erstmal ähm ich weiß nicht und dann versuchst du und dann findest du es am besten Fall noch nicht mal oder so also das ist schon ungünstig weil es ist also in dem Moment fühlt sich dann zehn Sekunden sehr lang an ich habe irgendwann wir treten ja auch öfter auf und so und als Journalismus muss man ja ab und zu mal so vor Leuten was sagen und das passiert ja ständig man verhaspelt sich man findet den Zettel nicht was wollte ich wo ist jetzt diese Frage und was wollte ich jetzt eigentlich machen und irgendwann ist mir klar geworden dass diese Zeitdehnung so krass ist dass so eine gefühlte Sekunde im Publikum das ist gar nicht so Zeit vergeht gar nicht so du kannst auch mal zwei Sekunden so einen Zettel suchen ohne dass du jetzt im Boden pausen sind enorm wichtig gerade bei so Moderationen auf der Bühne kann man mal machen also es ist jetzt auch nicht schlimm oder man muss es nicht erklären oder man kann ja oder genau also mir ist zum Beispiel bei meiner ersten großen Bühnenmoderation die ich gemacht habe also es war so eine Pressverleihung für Ehrenamt ich bin aus meinen hohen Schuhen rausgefallen nein also weil das Ding die sind einfach irgendwie so abgefallen also ich bin jetzt nicht hingefallen aber ich ja wie ist das passiert einfach rausgerutscht und ich bin einfach gelaufen und bin da rausgerutscht und es ist in dem Moment ich war an dem Tag sowieso schon aufgeregt weil es die erste Bühnenmoderation vor keine Ahnung 800 Leuten waren war und ich hatte dann war dann der Staatsminister ja Herr Müller war das ich glaube Herr Müller hieß er oder Herr Meier ich weiß nicht mehr also aus dem Innenministerium und der war zwei Meter groß und dann habe ich irgendwie in diesem Moment weil es war ultra peinlich ich habe wirklich die Röte stieg mir so ins Gesicht und dann habe ich gesagt ach ja wenn man sich so Schuhe aussucht um Herrn Meier oder Herrn Müller wenigstens so halbwegs nahe zu kommen so habe ich dann irgend so einen blinden Spruch gemacht und dann war aber alles gut so und dann fanden es alle lustig und ich war wirklich ich bin im Boden versunken aber mittlerweile wäre mir das jetzt egal also da mache ich macht man einen netten Spruch so aber da weiß ich noch das war ganz furchtbar obwohl ich es dann irgendwie noch nett halbwegs gelöst habe aber das war einfach da war ich einfach nur froh dass in dem Moment meine Schlagfertigkeit da war aber es ist nicht immer so weil das kann ja sehr peinlich werden aber der Druck wenn man sozusagen in Nahaufnahme da zu sehen ist wahrscheinlich höher als wenn man jetzt auf einer Bühne steht also ich fand ich fand es oder ich finde es auf Bühnen immer schlimmer weil es ein Publikum gibt achso weil dich gucken Leute die ganze Zeit an und reagieren ja auch ja reagieren und du kannst ja naja gut beim Live jetzt Sendung ja auch nicht aber ist auch live alles aber ja ich glaube das ist wirklich dieses du hast zu viel Publikum in dem Moment im Studio fühlt man sich so ein bisschen so für sich selbst und ich ich hab da jetzt mein schwarzes Loch oder mein Teleprompter aber dass da jetzt dahinter jemand sitzt und mich anguckt das fühl ich ja nicht in dem Moment also es geht für mich einfacher es fühlt sich angenehmer an ja aber das ist auch der Punkt dass man da dann auch aufpassen muss eben nicht zu gelassen zu sein ne weil man dann dass man nicht die Anspannung verliert ja sonst passiert das was vor kurzem einem Kollegen doch passiert ist von dir der Tagesschau Sprecher der Nachrichten verlesen hat kurz nach der Wahl von Olaf Scholz und dann sagt und wie jetzt und wie jetzt wie Bundeskanzler Helmut Kohl Bundeskanzler Kohl gerade verkündet ne ne das hab ich ja ja das hab ich wieder nicht mitbekommen ja wirklich aber das finde ich irgendwie auch lustig das war total süß ja total habt ihr auch das mit Susanne Daubner gesehen mit diesen Jugendwörtern die sie vorgelesen hat ne ja das war ja natürlich also das war der das war ja so Absicht aber das also die ist ja wirklich ganz toll und die ist auch also ist sie so cool ist sie so cool wie man immer denkt also wie ich denke also ich hätte ich hätte mich weggeschmissen irgendwann weil der letzte Wort war glaube ich Mittwoch wo ich dachte Mittwoch Jugendwort also ja was war der Vorfall da ging es so darum dass das Wort Cringe das Jugendwort des Jahres geworden ist und dann haben die hat die Tagesschau einen sehr lustigen Clip produziert wo sie sich selbst ironisch darüber sie hatte vorher bevor die die wurden ja gewählt hat sie alle vorgelesen die irgendwie zur Auswahl standen und dann war so Shish Cringe Mittwoch und ich weiß nicht was alles noch und sie sie sprach das eben in ihrer typischen Tagesschau sehr ironisch so aus das muss man einfach auch mal so durchziehen können das kann sie gut ja und sag mal aber es gibt ja bei euch auch so Hacks also dann die was waren es die Ärzte waren da waren sie Ärzte ja und Clueso war auch letztens Kraftwerk auch ich gucke jetzt nicht so viel Fernsehen wie Christoph aber man stellt sich so auf den Schreibtisch mal wenn was ist sowas machst du aber noch nicht ne ne ich weiß aber dass diese Nummer mit dem auf dem Tisch stellen als das Karin gemacht hat dass das ein riesen Ding war weil das muss also das ist nicht so sie stellt sich einfach mal auf den Tisch wochenlang die Kamera eingestellt ich glaube das wurde auch aufgezeichnet glaube ich und ich glaube das war auch erstmal ziemlich umstritten weil so von wegen man kann sich doch nicht auf diesen teuren Tisch stellen nicht dass da ein Kratzer drin ist wer soll das ja wer soll das bezahlen wenn das mal rauskommt von uns ich fand ehrlich gesagt die Ärzte waren sie Ärzte ja das habe ich nicht gesehen ich fand das relativ schwierig muss ich sagen also aber rein jetzt vom Studio her war es schon echt krass weil da gibt es überall so eine Lichtschranken wenn du die überschreitest dann geht alles aus was ja warum weil das ja so ein automatisiertes Studio ist und dann die Kameras plötzlich sich ausscheiden und die müssen dann erst wieder manuell angemacht aber warum scheint mir doch ein recht anfälliges ich weiß nicht ob das gut investierte Gebührengelder waren wenn ich das mal sagen darf deswegen müssen wir mal aufpassen wohin wir treten aber wieso schaltet sich das Studio aus naja nicht das also die Kameras und weil das so eine was ist das Sicherheitsabstand aber warum sollte das damit die Kamera nicht was macht weil die dann selbstständig werden die Kameras nicht stehen genau es gab doch mal dieses verstehen sie Spaß mit Ingo Zamperoni und Linda Zervakis wo man in der Mitte also es gibt so ein Punkt das habe ich ja auch gelernt weil ich musste ja auch diese Sicherheits Workshop dann kriegt man die Kamera auf die Mütze so ungefähr ja die können sich halt die können plötzlich los und dann fegen ja und dann musst du wissen wo wirfst du dich hin im schlimmsten Fall Muay Thai Muay Thai die Sonderausbildung die Sonderausbildung für Tanksthemen-Moderatoren wo wirfst du das hinter die Kamera durchdreht die Energie der Kamera ableiten stimmt das habe ich noch gar nicht ausprobiert was das wusste ich alles gar nicht nicht ja ihr müsst mal vorbeikommen das ist lustig Moment aber jetzt nochmal zurück also ich finde tatsächlich muss ich sagen waren jetzt zum Beispiel die Ärzte schwierig erzähl es mir nochmal warum war das Spiel also du hast eine Nachrichtensendung also ein seriöses journalistisches Format ja und na klar kann man das mal hacken aber jetzt zum Beispiel was ist denn passiert aber was ist denn passiert nein die sind halt in der Sendung aufgetreten live ja die waren im Studio ja also im Nachrichtensendung und das ist ja nicht irgendwie was war nochmal der Anlass na Kunstkultur in Corona-Zeiten sozusagen also kein Geld ja und eigentlich war das natürlich super cool und so und ich finde es auch cool und so aber andererseits fand ich es dann auch hat es mich tatsächlich ein bisschen irritiert muss ich sagen also es ist so wie wenn wir plötzlich das Känguru auf die Zeittitelseite malen oder so weißt du irgendwie so kann man mal machen aber ein bisschen irritiert ist schon und ich finde schon die Nuance zu treffen ist ja eine Kunst dann ist es groß deswegen sind wir ganz gespannt wenn du noch exklusiv enthüllen würdest ja was dir so vorschwebt Muay Thai Moves irgendein anderer Hack oh Gott ein Hack um was zu können um was zu machen dann na die Sendung irgendwie auf die Sendung klar zu kommen was auch immer Begrüßung auf Arabisch also mich haben manche schon mal also ganz viele sagen immer ja mach mal so eine so Zwinker Zwinker Zwonky so grüß mich mal so und dann sag ich mal ja ich mach dann irgendwas mit dem kleinen Finger oder so nein aber ein Hack also ich muss mich ja auch erstmal in diese Sendung mit einleben sozusagen das merke ich auch noch das so von Sendung zu sein ich bin ja auch nicht so oft da also nicht so wie viele Sendungen hast du eigentlich schon gemacht das müsste ich eigentlich wissen ja also jetzt seit September 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 nein nein um Gottes willen das wäre schön seit September Jochen seit September ich bin noch nicht so lange dabei aber ihr gefühlt dann habe ich alle gesehen es waren vielleicht warte mal guck mal habe ich eine Woche vielleicht lass es 20 sein oder so also 20 habe ich allein gesehen aber ich weiß es oh Gott ich weiß es gar nicht okay so kurz erst ja und dadurch dass ich ja jetzt also genau man springt ja auch ein und oder also jetzt nächste Woche bin ich auch wieder für einen Tag mal da oder sowas also außer im Oktober habe ich eine ganze Woche gemacht das ist natürlich dann was sind die Gründe warum man einspringt also frage ich jetzt als Vater weil jemand krank wird weil jemand da was anderes vorhat und fragt ob ich da einspringen kann also manches ist ja auch schon vorausgeplant also wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung Karin hat eine Veranstaltung an Tag X dann fragt sie mich Alin kannst du da kannst du da so dann sage ich ja ja ich will dann fährt man für einen Tag und sonst hat man eine Woche also eine es ist einfach es kann auch manchmal zwei, drei Tage also je nachdem ob es was es so ist also zum Beispiel jetzt nächstes Jahr haben wir natürlich auch schon ein bisschen Urlaub so vorausgeplant dann wissen die halt dann schon in der Woche bin ich weg weil da sind Schulferien oder so dann weiß ich okay das kann ich mir jetzt auch schon planen aber natürlich gibt es auch mal Tage wo ich nicht kann da springt dann halt zum Beispiel Helge ein Helge Fuß das ist eben auch ein Moderator oder der eben auch der Chef bei uns in den Tagesthemen ist so zum Chefvertrainer Chefredakteur was macht man eigentlich noch nach den Tagesthemen äh runterkommen also sich erstmal Schildkröken Videos abschminken was erstmal Ewigkeiten dauert und äh wann kommst du aus dem Gebäude raus oder es kommt drauf an wann die Sendung ist ähm die ist ja immer ein bisschen unterschiedlich was ist das späteste wann man so raus zum Banken kann also letztens bin ich um zwei raus aber das lag daran weil die Sendung war halb zwölf und dann das ist für uns relativ früh ne so alles gesagt ist ja mehr so ein normaler Rhythmus so ein früher Morgen ne aber ich meinte jetzt auch im Sinne von also wenn man mal die Tagesthemen moderiert hat mhm als Nachrichtenjournalistin im Fernsehen was ist denn das was man danach noch macht ach so ja äh viele sagen immer ach ja danach kann ja nur noch die Talkshow kommen ach ja ja das ist so die Meinung das haben mir viele gesagt aber ich hab gesagt so warum soll jetzt die Talkshow kommen erstens gibt es überhaupt dann noch Talkshows die Frau hat 20 Sendungen gemacht und du fragst jetzt schon nach was machst du denn sie mit interessiert mich halt 52 mhm ja vielleicht mach ich ja auch nichts anderes danach mehr ich weiß das noch nicht vielleicht weiß ich einfach noch nicht also jetzt ich ähm muss das ja auch erstmal so realisieren dass ich also so blöd das jetzt klingt aber es ist auch nicht so als ob das jetzt so schwupps jetzt bin ich bei der AD ich hab ja auch einen Senderwechsel gemacht und dann schwupps Tagesthemen Senderwechsel ne ja du bist angerufen worden ne ja hab ich ja gelesen warst du im Café ja ja also ich äh also genau hallo hier ist ARD Schiffredakteur ja könnten sie sich vorstellen oder wie war es ungefähr war das und dann hast du gesagt och ich hab noch klar nichts vor naja muss man mit meinem Chef reden ja aber es ist schon so irgendwie der Papst ne wie ist es Gott ruft an sagt wollen sie Papst werden oder so ich habe jetzt kein Vergleich leider keinen Intelligenten was ja was macht man danach ich weiß nicht also ich bin erstmal einfach froh da zu sein wo ich bin und also weil diese ganzen Sachen die so passiert sind in den letzten Jahren auch ZDF das kam dann auch plötzlich sag ich jetzt mal also natürlich auch weil ich irgendwo gecastet wurde oder weil ich irgendwie irgendwo gefragt wurde aber ich hab halt in den letzten Jahren gelernt dass vieles einfach auch manchmal so passiert und ich nichts nicht immer alles planen kann leider weil ich bin eigentlich gerne jemand der so weiß was in fünf Jahren passiert und das habe ich jetzt aber mittlerweile abgelegt weil einfach die Sachen manchmal so entstehen ja ist es eigentlich so also ich meine es ist beruflich natürlich etwas ganz anderes ja aber so wie du das jetzt beschreibst dass man praktisch man ist auf dem Markt man macht diesen Job man zeigt dass man das kann und dann wartet man auch einfach auf Anrufe weil dass dann mal ein Redaktionsleiter hier oder eine Chefin da ich hab ja ich hab ja nicht auf den Anruf also ich hab ja so ist es ja bisher offenbar passiert ja so ungefähr ja also aber dass es so passiert hätte ich auch nicht gedacht weil normalerweise wirst du ja ja vielleicht angerufen aber du wirst dann zu einem Casting eingeladen oder so also normalerweise für so Moderation gerade so große Sendungen natürlich auch also ich weiß auch noch beim ZDF war das ja auch so da hab ich war ich ja noch im Bundestag damals und hab mich einfach sozusagen in der ganzen Republik als Journalistin beworben und dann irgendwann rief plötzlich jemand aus dem ZDF an und meinte ich hab ihre Bewerbung über fünf Ecken bekommen wollen sie nicht mal nach Mainz kommen aber da wusste ich noch nichts von dem Casting oder von Heute Express oder so und bin dann da hingefahren und dann wurde geredet ja wir haben hier so ein Casting wollen sie das mal machen und ich dachte ja na klar aber ich hab im Leben nicht gedacht dass sie mich nehmen weil ich dachte da muss dann doch da muss doch schon zig Jahre in der Redaktion gearbeitet haben oder Nachrichten gesprochen haben kannst du dir heute erklären warum sie dich genommen haben also wenn ich mein Casting Video sehe dann nicht aber ach das gibt's noch auf YouTube ja das wurde nee nein 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 das ist ja nicht öffentlich ich hab's bekommen sozusagen ich wollte es damals haben so als Erinnerung was natürlich dann lustig war weil ich ja dann genommen wurde aber aber naja was heißt also jetzt im Nachhinein würde ich sagen ja weil ich also wahrscheinlich also jung war dann sicherlich auch sowas wie die Stimme Äußerlichkeiten und vielleicht auch meinen Hintergrund und das was ich so mitbringe ja also aber ich würde jetzt nicht sagen es gibt niemand anderen aber sie haben darin oder in mir was gesehen und das freut mich natürlich so begann das dann auch so ging das dann plötzlich los gibt es da immer so einen Drill irgendwie also gibt es so eine Abteilung die einen dann in so ein Training verpassen nee gar nicht das war ich hab das gedacht hier Kamera ja ja ganz genau so echt jetzt ich hab wirklich gedacht ich krieg jetzt ein Sprichtraining jetzt fängt genau dann kommen so diese seriösen Herren und reden nochmal mit einem wie man sagen sie das nochmal unter dem Lerchenberg gibt es gibt es gibt es so Trainingshallen und ganz viele Moderate sagen sie nochmal Treppenabsatz Treppenabsatz Matratze das ist eines der schwierigen Worte gibt es gar nicht ich weiß noch immer meine Mutter sagte immer Adventskranz Matratze fand ich immer ganz furchtbar zu schreiben vor allen Dingen nein also das dachte ich immer und da dachte ich so jetzt jetzt kriege ich hier so ein Sprechtraining Pannentraining was weiß ich nö dann erstmal hingestellt vor die Kamera und am Ende war es auch okay aber ich hab dann damals hab ich dann gedacht so okay gut dann entscheiden sie ja viel Vertrauen ich dachte man kann das auch lernen also man kann das so in der Ausbildung sogar machen und sowas gibt es so also ich weiß davon nichts ich weiß nur dass ich dann nach drei vier Jahren oder so mal Pannentraining bekommen habe weil ich es Pannentraining ja also so Breaking News oder sowas wo du es einfach mal so ein paar Sachen sowas wie der Teleprompter fällt aus aber das war dann zwei Jahre später oder drei Jahre oder oder also das wollte ich dir auch noch fragen also wenn während einer Sendung die du moderierst plötzlich etwas weltbewegendes passiert ja spricht dir das dann jemand ins Ohr oder wie wie passiert das dann ja also man muss sozusagen in den kurzen Sendungen war es schwierig weil sie zu kurz waren dass man da irgendwie ist schon auch egal genau aber theoretisch würde das so laufen genau dass also jetzt in anderen Sendungen ob es jetzt 20 Uhr weiß ich jetzt nicht aber bei der 19 Uhr weiß ich weil es da auch schon passiert ist dass natürlich Beispiel irgendwas passiert und dann gibt es einen Beitrag der dann läuft und dann wird den zum Beispiel aufs Ohr gesprochen während dieser Beitrag läuft weil da geht es am besten weiß ich XY ist umgekippt so dann wird ihnen dann wird so eine unsichtbare Hand dann schiebt dann irgend so einen Zettel hin und dann steht da halt die Einmeldung drauf oder so oder im Teleprompter oder so jemand schreibt es schnell rein je nachdem wie viel Zeit einfach ist also ich weiß auch noch ich war ja damals auch da als das mit dem Breitscheidplatz passierte das war so da war ich gerade zwei Monate in meiner Position und das war auch insofern blöd weil ich kurz vorher eben gesagt habe oder darum bat ein Breaking News Coaching mal zu machen und dann gesagt von nee nee machen sie erst mal so ja und dann war das und dann und da hatte ich dann auch meine erste große Breaking News Sendung das lief auch alles super aber das ich sag mal so manchmal funktionieren die Sachen dann doch auch gut wenn sie einfach passieren worauf muss man achten wenn Breaking News kommen dass du ruhig bleibst würde ich sagen also das ist eigentlich so also das ja da hilft natürlich auch eine ruhige oder eine tiefe Stimme muss man einfach so sagen weil es ist ja nicht so als ob ich nicht aufgeregt wäre aber wenn selbst wenn ich dann ein wenig höher gehe bleibe ich trotzdem relativ tief so ne also das das macht schon was aus ja und ruhig bleiben und vor allen Dingen was ich wichtig finde auch dem Zuschauer Zuschauerinnen ruhig also ehrlich zu sein auch zu sagen wir wissen nichts oder die Regie sagt mir gerade aufs Ohr dies das also dass man halt so sozusagen man ist ja so ein Sprachrohr dass man erklärt was passiert was passiert eigentlich also dass wir eben also was du selber erfährst genau und also je nachdem was das jetzt für eine Situation ist ob man jetzt irgendwas überbrücken muss oder nicht oder ob das einfach nur so eine Zwischenmoderation ist oder eben dann dann schaltet man mal schnell zu irgendjemandem der gerade da ist also ne das ist so ein Pingpong auch manchmal also es kommt immer ein bisschen drauf an was das was das für eine Situation ist kannst du eigentlich die Themen des Tages gut vergessen am Ende eines Tages ja also muss ich auch also naja vergessen also es ist sowieso echt hart nach so einer Sendung erstmal runter zu kommen weil sie so spät ist und wenn man quasi also jetzt bei den Tagesthemen zumindest weil du den ganzen Tag auf diese Sendung hinarbeitest und das ist schon sehr anstrengend weil du fängst ja wie gesagt früh an und dann musst du dich abends nochmal anknipsen und gerade wenn es sehr spät ist wie lang ist der Tag? so 11, 12 Stunden kann das dann also ich weiß nicht in der Woche wenn man da so um 10, 11 anfängt und dann ist die Sendung so 22, 15, 45 in dem Dreh am Wochenende ist sie halt halb 12 da kommt man auch ein bisschen später rein aber es zieht sich irgendwie trotzdem und wenn du dann noch zum Beispiel so Interviews hast die du vorbereiten musst und die dann noch 2, 3 Stunden früher aufgezeichnet werden müssen dann musst du ja noch schneller sein sozusagen also vorarbeiten und dann musst du auch schon wissen was ziehst du an das sind auch so so banale Sachen damit du später genau aber du musst ja auch gucken was hast du im Hintergrund für Farben also es sind schon auch so viele Sachen die man da so beachten muss auch wenn sie jetzt so klein oder unwichtig klingen aber die gehören irgendwie dazu und naja und dann so ein Interview ist ja auch nicht mal eben so gemacht und das muss ja auch irgendwie vernünftig laufen und man ist dann ja auch schon angespannt und dann ist erstmal die erste Welle so an angespanntheit dann vorbei wenn das geklappt hat und dann arbeitest du sag ich mal für die für die richtige Sendung dann sozusagen weiter ja was man so anzieht bei den Tagesthemen gibt es da eigentlich irgendwas worauf man besonders achtet kariert kleinkariert ja kleinkariert genau also Muster generell es geht gar nicht also beim ZDF konnte ich auch immer kein Grün anziehen weil wir ja Greenscreen haben das war schon mal ganz lustig aber die Farben verändern sich ja auch im Studio also beim Greenscreen noch mehr als jetzt in dem realen Studio beim ARD aber ja ich bin da eigentlich schon sehr puristisch würde ich jetzt mal sagen also man weiß schon irgendwann so die Farbe die geht gut und die nicht so glänzendes Zeug ist auch nicht so schön also ich glänze eh immer schon so im Gesicht jetzt fällt mir wieder die Frage ein die ich ganz am Anfang des Podcasts hatte von Hanna meiner Kollegin und Rechercheurin Grüße gehen raus nämlich die fragt und die ist wirklich streng und woke kriegst du Ärger wegen des Pirzings nein da das habe ich gar nicht gesehen das meinte sie glaube ich mein Pirzing oder schätze ich die ARD für zu konservativ einschrieb sie mir in die Notizen also weder beim ZDF noch beim ARD hat mir jemand irgendwas dazu gehört also um das jetzt Audiokommentar wie heißt denn es da oben Christoph Alter Helix 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 also oben oben am Ohr so ein Ding ja eigentlich was sehr viele haben also das ist kompletter Mainstream mittlerweile würde ich jetzt mal sagen also ich würde mir jetzt kein Tattoo ins Gesicht machen nein aber also das ist nö hast du Tattoos nein aber aber mir haben Zuschauer haben schon mal geschrieben also so ein paar also was heißt viele es war ich glaube einer oder zwei der nicht verstand wie man denn in einer seriösen Nachrichtensendung so ein Pircing aber das war nur einer bisher aber jetzt nicht von meinem Arbeitgeber oder sowas das nicht gut dann habe ich jetzt diese Frage auch gestellt ja und aber sonst gibt es also also ARD und ZDF sind auch sehr vogue weil sie das akzeptieren voll schisch ne cringe ne Quatsch eben nicht cringe ne eben nicht cringe ne Gott und es gibt und es gibt keine wie soll ich sagen man wird nicht irgendwie examiniert bevor man da anfängt oder so das hätte ich ja schon gedacht dass man mal so mit dem Chefredakteur so über Tagespolitik plaudert oder so ich wurde also ich bin schon alle mal abgegangen so also wenn du das meinst also sozusagen ich durfte alle mal kennenlernen ja ja der sagt jetzt nicht was wählen sie eigentlich oder ne ne also das finde ich sollte auch eigentlich niemanden interessieren ne aber man aber also ich weiß noch mit dem Intendanten dem Knut heißt der dem habe ich auch ein längeres Gespräch auch so über junge Zielgruppe über Funk gesprochen das war schon auch sehr spannend also die sind schon interessiert einfach auch wer da so reinkommt ne also ja gut das beruhigt mich also ja und wenn du das vergleichst mit dem Stil den du jetzt also man muss dazu sagen Funk ist ja ein riesen Erfolg ne also das so ein Reißritterfolg ist nicht einer der Erfinder von Funk jetzt auch Intendant Florian Hager ist jetzt geworden der ehemalige Gründungs was ist ja eigentlich damals gewesen Geschäftsführer war das wahrscheinlich oder irgend sowas ist jetzt Intendant geworden da dachte ich auch okay also der Marsch durch die Institution funktioniert weil Funk tatsächlich zwar so reißbrettartig geplant war aber ich bin total fasziniert wie erfolgreich das ist ne und es ist ja eine völlig andere Ansprache also auch wie du da auftrittst ist ja kein Vergleich mit dem wie du da im Fernsehen auftrittst und glaubst du das diffundiert irgendwann also dass die Aline die man bei Funk sieht immer vielleicht immer stärker auch dort eine Rolle spielt naja also lustigerweise hat ja das Medium Magazin da gestern oder also eine Scheitschrift für Journalisten ja genau wo die jetzt die Journalisten Journalistinnen des Jahres gekürt haben reingeschrieben ich würde die den Spagat zwischen Leichtigkeit bei Funk und Seriosität bei Tagesthemen oder Jugendlichkeit mit Leichtigkeit schaffen oder irgendwie sowas also ich find's jetzt auch also für mich ist es jetzt nicht schwierig das zu schaffen also dass ich bei dem einen so bin und bei dem anderen weil für mich sind das eben zwei verschiedene Formate aber eigentlich macht's mir ja deswegen auch Spaß weil es eine Abwechslung ist und weil ich eben bei dem einen Format auch ein bisschen anders sein darf und anders also eben auch ja eben lockerer sein darf als jetzt bei dem anderen oder das heißt auch nicht dass ich bei den Tagesthemen nicht locker sein darf aber dass man so auch andere Zielgruppen hat ich meine bei den Tagesthemen spreche ich ja schon eher eine ältere Zielgruppe an als jetzt bei den bei Funk und dass ich im Grunde würde ich jetzt mal groß behaupten dadurch eine Brücke schaffen kann weil Leute die mich Beispiel gestern junge Dame beim Corona-Test die mich über die da oben kennt und gesagt hat sie hätte mich über meine Stimme erkannt die würde ich dann vielleicht zu den Tagesthemen bringen weil sie dann feststellt oh die ist ja auch bei den Tagesthemen weil wir haben ganz oft unter den Videos wenn ich sie gemacht habe haben dann Leute geschrieben ey ich wusste ja gar nicht dass die auch noch die Tagesthemen moderiert oder so oder andersrum und das finde ich eigentlich ganz witzig weil also ich finde es nicht schlecht weil ich finde so kann man erstens zeigen dass man als Moderator Moderatorin auch abwechslungsreich sein kann und das auch nicht sich widersprechen kann würde ich sagen also dass man eben für die einen Zielgruppe sag ich jetzt mal was macht wobei ich jetzt nie sagen würde ich mache jetzt Funk oder die da oben nur für 15 bis 30 jährige weil ich will immer alle ansprechen aber und genauso Tagesthemen nicht aber natürlich wird auch das mal so ein bisschen ineinander verschmelzen dass ich also das wird sich sicherlich jetzt auch ein bisschen herausstellen auch wenn ich jetzt mehr Tagesthemen mache dass da sicherlich auch mehr mal von der Funk an ihn reinkommt dass ich vielleicht bei manchen Dingen ein bisschen lockerer formuliere mal oder so oder weiß ich nicht also es sagen mir ja auch viele Leute dass man es einfach merkt dass eine andere Person da jetzt steht die einfach ein bisschen vielleicht jünger ist und einen anderen weiß ich nicht Wind da so reinbringt keine Ahnung hast du eigentlich eine Medienteorie was wir waren ja vorhin da schon bei dem bei dem linearen Fernsehen und deren quasi dem Prinzip Netflix nenne ich das jetzt mal was mit dem klassischen Fernsehen passiert also unser eins behauptet ja seit Jahrzehnten das stirbt das stirbt aber nicht so richtig also die Zahlen sind ja jetzt nicht die wollen einfach nicht das machen was die Medien Experten die ganze Zeit behaupten aber irgendwann müssen doch sind doch alle nur noch am streamen naja ja aber ja ich weiß nicht aber man könnte jetzt auch sagen gerade wegen der letzten zwei Jahre müsste man ja Fernsehen noch erhalten aber mir ging es auch gar nicht ich frage mich nur wie man das konsumieren will also das sozusagen etwas was einen festen Zeitpunkt hat einfach total aus der Mode gerät oder einfach nicht mehr in mein Leben passt ich will halt dann die jeweils aktuelle Nachrichtensendung gucke ich mir doch gerne an wenn ich jetzt gerade Zeit habe also ich höre zum Beispiel relativ viel Nachrichten Podcast weil es viel besser in mein Leben passt als den Deutschlandfunk zu hören hätte ich auch einen Wunsch an ARD und ZDF weil beide Spätnachrichtensendungen Tagesthemen und heute schon gibt es ja als Podcast aber das soll doch bitte etwas schneller als Podcast veröffentlicht werden ja ich habe manchmal das Gefühl erst am nächsten Tag kann das sein also jedenfalls ich höre ich jetzt nicht hörst du die? ja also ich höre natürlich hauptsächlich was jetzt von Zeitungen aber das ist ja auch ich dachte am Anfang total kontraintuitiv also wir produzieren auch Nachrichten Podcast nach einer total verrückten Idee ist eigentlich Quatsch wir probieren mal rum und merken jetzt halt das wird wirklich viel gehört und ich habe es selber auch ich habe wirklich früher streng morgens in Bad immer Deutschlandfunk gehört und habe das komplett abgelöst durch mehrere Podcasts ich morgens höre weil es halt passt weil ich kann dann fahre ich muss heute mit dem Auto zur Arbeit fahren dann höre ich in Gottes Namen oder jetzt fahre ich mit der U-Bahn dann höre ich das da das passt viel besser als du musst jetzt zu einer bestimmten Uhrzeit da einschalten dieser ganze Lebensstil ist ja eigentlich weg das ist ja auch noch so ein Relikt und früher also ich kann mir gut also ich meine im Endeffekt geht es ja auch schon so dahin also zum Beispiel jetzt Tagesschau 24 ist ja so ein das ist ja so ein neues also das wollen die ja auch so ausbauen oder als neues wie so BBC-artige Dauer-Nachrichtenschleife wo du quasi immer einschalten kannst und immer auf up-to-date bist dann oder ob du jetzt Radio hörst dann also im Grunde finde ich geht das schon dahin und ich glaube oder ich kann mir gut vorstellen dass das dann auch so in die Richtung vielleicht auch mal gehen wird aber ich weiß nicht also ich weiß auch nicht ob sowas wie die Tagesschau wirklich mal verschwinden wird also ja im Moment da müsste es sich dann auch aus gar nicht also ich weiß halt nicht ob die Generation die noch die Tagesschau gucken klar wenn die irgendwann weg sind was dann also was dann ja ob ob dann die Generation die jetzt da sind die ja die Tagesschau nicht mehr so konsumieren oder nicht so wie diese alte ältere Generation die jetzt noch so auf 20 Uhr programmiert sind es hat vielleicht auch was ich denke gerade nur laut nach mit dem eigenen Alltag zu tun das heißt wenn du praktisch älter wirst dass du automatisch plötzlich werden solche Fixpunkte wie 19 Uhr oder 20 Uhr wieder wichtiger weil du vielleicht sonst gar nicht so viele Fixpunkte in deinem Alltag hast also als Struktur und vielleicht auch als genau als Programm genau kann schon sein also wer weiß vielleicht gibt es in 50 Jahren oder 100 also 250 nur noch die nur noch die nur noch 19 Uhr Tagesschau also nur noch die nur noch die nein keine Ahnung war ich finde es immer schwer in so Zukunft zu blicken bei diesem Thema ehrlich gesagt weil sich da so viel entwickelt und auch gerade also manchmal habe ich das Gefühl dass die ich weiß nicht ob es jetzt an Corona lag allein aber dass trotzdem irgendwie viele auch dann doch immer vorm Fernseher sitzen also ich merke das dann immer an so Sachen wie eben jetzt dieser Tagesschau die letztens 30 Sekunden später anfing wo dann plötzlich also enorm viele Menschen darüber wetterten und schrieben und weiß ich was und gut das ist jetzt halt nicht das ist jetzt nicht ganz Deutschland aber da merkt man dann immer erstmal doch so wie eingetrichtert dass dann bei manchen dann vielleicht doch noch so ist also ich merke es ja manchmal selber dass ich dann auch gucke ich dann manchmal auf die Uhr und denke so oh ja jetzt kannst du ja mal die Tagesschau oder 19 Uhr oder ne also mal kurz gucken also bei mir ist das komplett weg also da ich jetzt keinen Sport gucke also nicht live jedenfalls oder auch eigentlich nicht dann bleibt nicht viel übrig wo du einfach noch live Fernsehen einschaltest das sind halt Wahlen oder wenn jetzt wirklich Großereignisse sind dann machst du das mal aber sonst ja eigentlich eben nicht also und diese kollektiven Ereignisse die dazu führen dass alle jetzt den Fernseher einschalten das das müsste ja eigentlich echt weg sein und was dann übrig bleibt ist tatsächlich das Ritual also dass das alleine eine Struktur beinhaltet die Leute mögen anders kann man es ja gar nicht mehr erklären warum sollte man um 20 Uhr oder um wann kommt die eigentlich immer 20.30 Uhr das driftet so war es die Tagesschau nee Tagesthemen achso Tagesthemen das ist immer so ein bisschen genau das ist so ein bisschen mal also 22.15 dann 22.45 21.45 also und am Wochenende später genau das ist so ein bisschen hin und her deswegen gibt es da keine feste Zeit ja sind vielleicht also die Zahlen sind ein bisschen kleiner als bei der Tagesschau ja ja wahrscheinlich könnte man das nicht mal dann ja du wenn vorher Florian Silbereisen kommt und fünf Minuten überzieht dann sind wir halt schon ja das ist dann schon doof aber Thomas Gottschalk also nee was war das immer nee der ist ja nicht der war ja nicht Entschuldigung aber was gab es denn für Überziehungsmonster also ZDF also Gottschalk hat immer wenn das war das oder sehr stark war sehr stark glaube ich so eine Stunde mal genau weil bei uns ist ja schon wenn fünf Minuten ist schon sehr stark überzogen aber es ist schon interessant ist diese Nostalgiewelle gerade doch wieder so im Fernsehen stattfindet was du vorhin mal angesprochen hast ne Wetten dass hatte ja auch wirklich alles unglaubliche Einschaltungen mir macht das minimal Angst ehrlich gesagt aber ich glaube nicht also mal ganz ehrlich wenn das jetzt regelmäßig wieder kommen würde würde das doch nicht so eine Quoten bringen also das hat doch jetzt nur Quoten gebracht weil das jetzt so ein Relikt vielleicht jetzt einmal im Jahr kommt genau also ich glaube nicht dass die das jetzt regelmäßig einführen sollten welche Sendung würdet ihr wieder haben wollen aus eurer Jugend aus meiner Jugend naja im Grunde gibt es ja ich möchte ein Eis wieder haben aus meiner Jugend ein Eis was ich furchtbar finde das ist immer noch das hieß Bliss Eis das war so ein Topf und die Werbung war mit so einer Hexe weil das machte so wenn man das aßt dann blitzte das im Mund das hat so ein Cola-Geschmack gehabt und alles kommt wieder aber dieses blöde Eis nicht das war für mich das ist Kindheitserinnerung Blitzeis ja Blitzeis ich glaube das hieß Blitzeis war das wenn ich fragen darf Ostprodukt oder Westprodukt das war alles noch dann danach dann nach ne das war so ein 90er also das gab es überall das war so Langnese oder so glaube entweder Langnese oder Schöner also bitte Blitzeis also bitte erstens Blitzeis und ich weiß dass sehr viele Menschen das toll fänden also allen denen ich das erzähle die können sich also aus meiner Generation können sich daran erinnern und würden das gerne wieder haben was waren so Fernsehereignisse wo ihr selber so noch so eine nur damit wir mal diesen Mark durchscreen so eine Erinnerung habt das habe ich immer also da saß ich dann immer Wetten das Wetten das und ich weiß auch noch dass auch wo ich war als die Twin Towers also 11. September zum Beispiel da bin ich gerade von der Schule gekommen und hast den Fernseher angemacht ne der war schon an meine Eltern saßen auf dem Sofa und ich weiß noch wie ich dann einfach nur diesen Move so ins Wohnzimmer auf diesem Bildschirm und ich sehe wie die Dinger da brennen also so eine Bilder vergisst man irgendwie nicht und bei uns war es auch immer so Wetten das tatsächlich das war schon immer so ein Moment ja und was ist eure früheste Fernseherinnerung also so ich glaube bei mir irgendwie so Musik ich habe ja so was was hat man so als Kind Samstagabend also früher Samstagabend nach der Badewanne ja Sportschau was wie lief dann Sportschau mit wie vielen Jahren denn Christoph Weyer sechs oder so hast du schon Sportshow geguckt mit drei hat er schon und dann lief aber immer ich lief immer vor Wetten das lief noch Naziste Naziste mit Günther Jauch das gar nicht der macht das auch schon länger ne der Jauch und dann natürlich Wetten das klar Wetten das aber aber ja ich fand Kinderfernsehen auch toll aber so als als Kind eins zwei oder drei ich kann mich zum Beispiel erinnern es gab mal hoffentlich blamier ich mich jetzt nicht aber im Reich der wilden Tiere ja das war doch so Comic war das dieses Comic also nicht Comic aber ne das war irgendwie so ne ich weiß eben nicht mehr wahrscheinlich ich war so klein dass ich nur noch weiß gab im Reich der wild jeden Sonntag glaube ich und das habe ich immer geguckt und das war auch ganz wichtig und ich habe dann wenn es fertig war habe ich immer geweint dass jetzt die Sendung vorbei ist das war so du meinst jetzt richtig Kinderserien na gut also Captain Future habe ich natürlich geschaut erste Fernseherinnerung also die ersten Fernseherinnerungen also ich weiß auch noch Sailor Moon das war ja so und Takeshi's Castle Sailor Moon ja Takeshi's Castle Takeshi's Castle das war so mein da bin ich nach der Schule sind wir dann immer nach Hause Takeshi's Castle kennt ihr das nicht ja doch aber lief das im deutschen Fernsehen es lief im deutschen Fernsehen ja RTL 2 glaube ich nein das lief sehr lange und es ist es ist auch etwas was nie wieder so gut sein wird wie die von damals weil es gab ja dann so ein Revival die waren ganz schlecht ich habe das überhaupt nicht ich wusste gar nicht dass das mal in Deutschland lief doch doch nee und dann gab es im Sommer gab es immer so Ferienprogramme meine ich ja hä ja Ferienprogramme das war auch noch draußen 35 Grad wir drinnen mit runtergelassenen Rollläden genau Ferienprogramme von Flensburg bis nach Oberammergau hieß es am Anfang immer wurde immer gesungen Ferien Leute es sind Ferien und Anke Engelke hat es ja moderiert als Kind was echt das habe ich vergessen das sagt sie bestimmt auch in deinem Podcast ja also kann man kann man hören im Wochenende Podcast du hast im Wochenende Podcast für alle die neu dazugekommen gerade das Radio einschalten können wir nochmal sagen da erzählt sie da erzählt sie das auch dass sie als Kind gecastet worden ist mit Benni zusammen ich muss jetzt der Hund dessen Namen wir nicht nennen der Hund muss und ich muss wieso dürfen wir den Namen des Hundes eigentlich nicht nennen wir nennen den Hund weil das auch privat des Namens nicht verdammt der Name der ich muss jetzt Nudelholz sagen bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank.